geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine alle sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei geschichte des dreißigjährigen kriegs zu elfsnaben wo die flotte vor anker lag erfolgte die einschiffung der truppen eine unzählige menge volks war herbeigeströmt dieses ebenso prächtige als rührende schauspiel zu sehen die herzen der zuschauer waren von den verschiedensten empfindungen bewegt je nachdem sie bei der größe des waagestücks oder bei der größe des mannes verweilten unter den hohen offizieren welche bei diesem heere kommandierten haben sich gustav horn rheingraf otto ludwig heinrich matthias graf von turn ortenburg baudissen banner teufel todt muzenpfahl falkenberg knipphausen und andere mehr einen glänzenden namen erworben die flotte von widrigen winden aufgehalten konnte erst im junius unter segel gehen und erreichte am vierundzwanzigsten dieses monats die insel ruden an der küste von pommern gustav adolph war der erste der hier ans land stieg im angesicht seines gefolges kniete er nieder auf deutschlands erde und dankte der allmacht für die erhaltung seiner armee und seiner flotte auf den inseln wollin und usedom setzte er seine truppen ans land die kaiserlichen besatzungen verließen sogleich bei seiner annäherung ihre schanzen und entflohen gleich sein erster eintritt in deutschland war eroberung mit blitzesschnelligkeit erschien er vor stettin sich dieses wichtigen platzes zu versichern ehe die kaiserlichen ihm zuvor kämen bogislah der vierzehnte herzog von pommern ein schwacher und alternder prinz war lange schon der misshandlungen müde welche die kaiserlichen in seinem lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben aber zu kraftlos ihnen widerstand zu tun hatte er sich mit stillem murren unter die übermacht gebeugt die erscheinung seines retters anstatt seinen mut zu beleben erfüllte ihn mit furcht und zweifeln so sehr sein land noch von den wunden blutete welche die kaiserlichen ihm geschlagen so wenig konnte dieser fürst sich entschließen durch offenbare begünstigung der schweden die rache des kaisers gegen sich zu reizen gustav adolph unter den kanonen von stettin gelagert forderte diese stadt auf schwedische garnison einzunehmen bogislah erschien selbst in dem lager des königs sich diese einquartierung zu verbitten ich komme als freund und nicht als feind zu ihnen antwortete gustav nicht mit pommern nicht mit dem deutschen reiche nur mit den feinden desselben führe ich krieg in meinen händen soll dieses herzogtum heilig aufgehoben sein und sicherer als von jedem andern werden sie es nach geendigtem feldzug von mir zurück erhalten sehen sie die fußstapfen der kaiserlichen truppen in ihrem lande sehen sie die spuren der meinigen in usedom und wählen sie ob sie den kaiser oder mich zum freund haben wollen was erwarten sie wenn der kaiser sich ihrer hauptstadt bemächtigen sollte wird er gnädiger damit verfahren als ich oder wollen sie meinen siegen grenzen setzen die sache ist dringend fassen sie einen entschluß und nöthigen sie mich nicht wirksamere mittel zu ergreifen die wahl war schmerzlich für den herzog von pommern hier der könig von schweden mit einer furchtbaren armee vor den thoren seiner hauptstadt dort die unausbleibliche rache des kaisers und das schreckenvolle beispiel so vieler deutschen fürsten welche als opfer dieser rache im elend herumwanderten die dringendere gefahr bestimmte seinen entschluß die thore von stettin wurden dem könige geöffnet schwedische truppen rückten ein und den kaiserlichen die schon in starken märschen herbeieilten wurde der vorsprung abgewonnen stettins einnahme verschaffte dem könig in pommern festen fuß den gebrauch der oder und einen waffenplatz für seine armee herzog burgislar säumte nicht den gethanen schritt bei dem kaiser durch die notwendigkeit zu entschuldigen und dem vorwürfe der verräterei im voraus zu begegnen aber von der unversöhnlichkeit dieses monarchen überzeugt trat er mit seinem neuen schutzherrn in eine enge verbindung um durch die schwedische freundschaft sich gegen die rache österreichs in sicherheit zu setzen der könig gewann durch diese allianz mit pommern einen wichtigen freund auf deutschem boden der ihm den rücken deckte und den zusammenhang mit schweden offen hielt gustav adolf glaubte sich gegen ferdinand der ihn in preußen zuerst feindlich angegriffen hatte der hergebrachten formalitäten überhoben und fing ohne kriegserklärung die feindseligkeiten an gegen die europäischen fürsten rechtfertigte er sein betragen in einem eigenen manifest in welchem alle schon angeführten gründe die ihn zur ergreifung der waffen bewogen hererzählt wurden unterdessen setzte er seine progressen in pommern fort und sah mit jedem tage seine heere sich vermehren von den truppen welche unter mannsfeld herzog christian von braunschweig dem könige von dänemark und unter wallenstein gefochten stellten sich offiziere sowohl als soldaten scharenweise dar unter seinen siegreichen fahnen zu streiten der einfall des königs von schweden wurde am kaiserlichen hofe der aufmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt welche er bald darauf zu verdienen schien der österreichische stolz durch das bisherige unerhörte glück auf den höchsten gipfel getrieben sah mit geringschätzung auf einen fürsten herab der mit einer handvoll menschen aus einem verachteten winkel europens hervorkam und wie man sich einbildete seinen bisher erlangten kriegsruhm bloß der ungeschicklichkeit eines noch schwächern feindes verdankte die herabsetzende schilderung welche wallenstein nicht ohne absicht von der schwedischen macht entworfen vermehrte die sicherheit des kaisers wie hätte er einen feind achten sollen den sein feldherr sich getraute mit ruten aus deutschland zu verjagen selbst die reißenden fortschritte gustav adolphs in pommern konnten dieses vorurteil nicht ganz besiegen welchem der spott der höflinge stets neue nahrung gab man nannte ihn in wien nur die schneemajestät welche die kälte des nords jetzt zusammenhallte die aber zusehends schmelzen würde je näher sie gegen süden rückte die kurfürsten selbst welche in regensburg versammelt waren würdigten seine vorstellungen keiner aufmerksamkeit und verweigerten ihm aus blinder gefälligkeit gegen ferdinand sogar den titel eines königs während man in regensburg und wien seiner spottete ging in pommern und mecklenburg ein fester ort nach dem andern an ihn verloren dieser geringschätzung ungeachtet hatte sich der kaiser bereitwillig finden lassen die mißhelligkeiten mit schweden durch unterhandlungen beizulegen auch zu diesem ende bevollmächtigte nach danzig gesendet aber aus ihren instruktionen erhellte deutlich wie wenig es ihm damit ernst war da er gustaven noch immer den königlichen titel verweigerte seine absicht schien bloß dahin zu gehen das verhaßte des angriffs von sich selbst auf den könig von schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den beistand der reichsstände desto eher rechnung machen zu können fruchtlos wie zu erwarten gewesen war zerschlug sich also dieser kongreß zu danzig und die erbitterung beider theile wurde durch einen heftigen schriftwechsel aufs höchste getrieben ein kaiserlicher general torquato conti der die armee in pommern kommandierte hatte sich unterdessen vergeblich bemüht den schweden stettin wieder zu entreißen aus einem platz nach dem andern wurden die kaiserlichen vertrieben damm stargard kamin wolgast fielen schnell nacheinander in des königs hand um sich an dem herzog von pommern zu rächen ließ der kaiserliche general auf dem rückzuge seine truppen die schreiendsten gewaltthätigkeiten gegen die einwohner pommerns verüben welche sein geiz längst schon aufs grausamste mißhandelt hatte unter dem vorwande den schweden alle lebensmittel zu entziehen wurde alles verheert und geplündert und oft wenn die kaiserlichen einen platz nicht länger zu behaupten wußten ließen sie ihn in rauch aufgehen um dem feinde nichts als den schutt zurückzulassen aber diese barbareien dienten nur dazu das entgegengesetzte betragen der schweden in ein desto glänzenderes licht zu setzen und dem menschenfreundlichen könig alle herzen zu gewinnen der schwedische soldat bezahlte alles was er brauchte und von fremdem eigentum wurde auf seinem durchmarsche nichts berührt in stadt und land empfing man daher die schwedischen heere mit offenen armen alle kaiserlichen soldaten welche dem pommerischen landvolk in die hände fielen wurden ohne barmherzigkeit ermordet viele pommern traten in schwedischen dienst und die stände dieses so sehr erschöpften landes ließen es sich mit freuden gefallen dem könig eine kontribution von hunderttausend gulden zu bewilligen torquatu conti bei aller härte seines charakters ein vortrefflicher general suchte dem könig von schweden den besitz von stettin wenigstens unnütz zu machen da er ihn nicht von diesem ort zu vertreiben vermochte er verschanzte sich zu garz oberhalb stettin an der oder um diesen fluß zu beherrschen und jener stadt die kommunikation zu wasser mit dem übrigen deutschland abzuschneiden nichts konnte ihn dahin bringen mit dem könige von schweden zu schlagen der ihm an mannschaft überlegen war noch weniger wollte es diesem gelingen die festen kaiserlichen verschanzungen zu stürmen doch quatu von truppen und geld allzu sehr entblößt um angriffsweise gegen den könig zu agieren gedachte mit hilfe dieses operationsplans dem grafen tilly zeit zu verschaffen zur verteidigung pommerns herbeizueilen und alsdann in vereinigung mit diesem general auf den könig von schweden loszugehen er benutzte sogar einmal die entfernung des königs um sich durch einen unvermutheten ueberfall stettins zu bemächtigen aber die schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden ein lebhafter angriff der kaiserlichen wurde mit standhaftigkeit zurückgeschlagen und torquato verschwand mit einem großen verluste nicht zu leugnen ist es daß gustav adolph bei diesem günstigen anfang ebenso viel dem glück als seiner kriegserfahrenheit dankte die kaiserlichen truppen in pommern waren seit wallensteins abdankung aufs tiefste heruntergekommen grausam rächten sich ihre ausschweifungen jetzt an ihnen selbst ein ausgezehrtes verödetes land konnte ihnen keinen unterhalt mehr darbieten alle mannszucht war dahin keine achtung mehr für die befehle der offiziere zusehends schmolz ihre anzahl durch häufige desertionen und durch ein allgemeines sterben welches die schneidende kälte in diesem ungewohnten klima verursachte unter diesen umständen sehnte sich der kaiserliche general nach ruhe um seine truppen durch die winterquartiere zu erquicken aber er hatte mit einem feinde zu tun für den unter deutschem himmel gar kein winter war zur vorsorge hatte gustav seine soldaten mit schafspelzen versehen lassen um auch die rauheste jahreszeit über im felde zu bleiben die kaiserlichen bevollmächtigten welche wegen eines waffenstillstandes zu unterhandeln kamen erhielten daher die trostlose antwort die schweden seien im winter wie im sommer soldaten und nicht geneigt den armen landmann noch mehr auszusaugen die kaiserlichen möchten es mit sich halten wie sie wollten sie aber gedächten nicht sich müßig zu verhalten torquato conti legte bald darauf sein kommando wobei wenig ruhm und nun auch kein geld mehr zu gewinnen war nieder bei dieser ungleichheit mußte sich der vorteil notwendigerweise auf schwedischer seite befinden unaufhörlich wurden die kaiserlichen in ihren winterquartieren beunruhigt greifenhagen ein wichtiger platz an der oder mit sturm erobert zuletzt auch die städte garz und pyritz von den feinden verlassen von ganz pommern waren nur noch greifswalde demmin und kohlberg in ihren händen zu deren belagerung der könig ungesäumt die nachdrücklichsten anstalten machte der fliehende feind nahm seinen weg nach der mark brandenburg nicht ohne großen verlust an artillerie bagage und mannschaft welche den nacheilenden schweden in die hände fielen durch einnahme der pässe bei riebnitz und tammgarten hatte sich gustav den eingang in das herzogtum mecklenburg eröffnet dessen unterthanen durch ein vorangeschicktes manifest aufgefordert wurden unter die herrschaft ihrer rechtmäßigen regenten zurückzukehren und alles was wallensteinig wäre zu verjagen durch betrug bekamen aber die kaiserlichen die wichtige stadt rostock in ihre gewalt welches den könig der seine macht nicht gern teilen wollte an ferneren vorrücken hinderte vergebens hatten indessen die vertriebenen herzoge von mecklenburg durch die zu regensburg versammelten fürsten bei dem kaiser fürsprechen lassen vergebens hatten sie um den kaiser durch unterwürfigkeit zu gewinnen das bündnis mit schweden und jeden weg der selbsthilfe verschmäht durch die hartnäckige weigerung des kaisers zur verzweiflung gebracht ergriffen sie jetzt öffentlich die partei des königs von schweden warben truppen und übertrugen das kommando darüber dem herzog franz karl von sachsen lauenburg dieser bemächtigte sich auch wirklich einiger festen plätze an der elbe verlor sie aber bald wieder an den kaiserlichen general pappenheim der gegen ihn geschickt wurde bald darauf in der stadt ratzeburg von letzterm belagert sah er sich nach einem vergeblichen versuch zu entfliehen genöthigt sich mit seiner ganzen mannschaft zu gefangenen zu ergeben so verschwand denn aufs neue die hoffnung dieser unglücklichen fürsten zum wiedereintritt in ihre lande und dem siegreichen arme gustav adolphs allein war es aufbehalten ihnen diese glänzende gerechtigkeit zu erzeigen die flüchtigen kaiserlichen scharen hatten sich in die mark brandenburg geworfen welche sie jetzt zum schauplatz ihrer gräueltaten machten nicht zufrieden die willkürlichsten schatzungen einzufordern und den bürger durch einquartierungen zu drücken durchwühlten diese unmenschen auch noch das innere der häuser zerschlugen erbrachen alles was verschlossen war raubten allen vorrath den sie fanden mißhandelten auf das entsetzlichste wer sich zu widersetzen wagte entehrten das frauenzimmer selbst an heiliger stätte und alles dies geschah nicht in feindes land es geschah gegen die untertanen eines fürsten von welchem der kaiser nicht beleidigt war dem er trotz diesem allen noch zumuthete die waffen gegen den könig von schweden zu ergreifen der anblick dieser entsetzlichen ausschweifungen welche sie aus mangel an ansehen und aus geldnot geschehen lassen mußten erweckte selbst den unwillen der kaiserlichen generale und ihr oberster chef graf von schaumburg wollte schamrot das kommando niederlegen zu arm an soldaten um sein land zu verteidigen und ohne hilfe gelassen von dem kaiser der zu den beweglichsten vorstellungen schwieg befahl endlich der kurfürst von brandenburg seinen untertanen in einem edikt gewalt mit gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen soldaten der über der plünderung ergriffen würde ohne schonung zu ermorden zu einem solchen grade war der greuel der mißhandlung und das elend der regierung gestiegen das dem landesherrn nur das verzweifelte mittel übrig bliebt die selbstrache zu befehlen die kaiserlichen hatten die schweden in die mark brandenburg nachgezogen und nur die weigerung des kurfürsten ihm die festung küstrin zum durchmarsch zu öffnen hatte den könig abhalten können frankfurt an der oder zu belagern er ging zurück die eroberung pommerns durch einnahme von demmin und kohlberg zu vollenden unterdessen war der feldmarschall tilly im anzuge die mark brandenburg zu verteidigen dieser general der sich rühmen konnte noch keine schlacht verloren zu haben der überwinder mannsfelds christians von braunschweig des markgrafen von baden und des königs von dänemark sollte jetzt an dem könig von schweden einen würdigen gegner finden tilly stammte aus einer edlen familie in lüttich und hatte in dem niederländischen kriege der damaligen feldherrnschule seine talente ausgebildet bald darauf fand er gelegenheit seine erlangten fähigkeiten unter kaiser rudolf dem zweiten in ungarn zu zeigen wo er sich schnell von einer stufe zur andern nach geschlossenem frieden trat er in die dienste maximilians von bayern der ihn zum oberfeldherrn mit unumschränkter gewalt ernannte tilly wurde durch seine vortrefflichen einrichtungen der schöpfer der bayerischen kriegsmacht und ihm vorzüglich hatte maximilian seine bisherige ueberlegenheit im felde zu danken nach geendigtem böhmischen kriege wurde ihm das kommando der ligistischen truppen und jetzt nach wallensteins abgang das generalat über die ganze kaiserliche armee übertragen ebenso streng gegen seine truppen ebenso blutdürstig gegen den feind von ebenso finsterer gemütsart als wallenstein ließ er diesen an bescheidenheit und uneigennützigkeit weit hinter sich zurück ein blinder religionseifer und ein blutdürstiger verfolgungsgeist vereinigten sich mit der natürlichen wildheit seines charakters ihn zum schrecken der protestanten zu machen ein bizarres und schreckhaftes äußere entsprach dieser gemütsart klein hager mit eingefallenen wangen langer nase breiter gerunzelter stirn starkem knebelbart und unten zugespitztem gesichte zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen wams von hellgrünem atlas mit aufgeschlitzten ärmeln auf dem kopfe einen kleinen hoch aufgestutzten hut mit einer roten straußfeder geziert die bis auf den rücken niederwallte sein ganzer anblick erinnerte an den herzog von alba den zuchtmeister der flamender und es fehlte viel daß seine taten diesen eindruck auslöschten so war der feldherr beschaffen der sich dem nordischen heroen jetzt entgegenstellte tilly war weit entfernt seinen gegner gering zu schätzen der könig von schweden erklärte er auf der kurfürstenversammlung zu regensburg ist ein feind von ebenso großer klugheit als tapferkeit abgehärtet zum krieg in der besten blüthe seiner jahre seine anstalten sind vortrefflich seine hilfsmittel nicht gering die stände seines reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen seine armee aus schweden deutschen livländern finnländern schotten und engländern zusammengegossen ist zu einer einzigen nation gemacht durch blinden gehorsam dies ist ein spieler gegen welchen nicht verloren zu haben schon überaus viel gewonnen ist die fortschritte des königs von schweden in brandenburg und pommern ließen den neuen generalissimus keine zeit verlieren und dringend forderten die dort kommandierenden feldherren seine gegenwart in möglichster schnelligkeit zog er die kaiserlichen truppen die durch ganz deutschland zerstreut waren an sich aber es kostete viel zeit aus den verödeten und verarmten provinzen die nötigen kriegsbedürfnisse zusammenzubringen endlich erschien er in der mitte des winters an der spitze von zwanzigtausend mann vor frankfurt an der oder wo er sich mit dem überrest der schaumburgischen truppen vereinigte er übergab diesem feldherrn die verteidigung frankfurts mit einer hinlänglich starken besatzung und er selbst wollte nach pommern eilen um demmin zu retten und kolberg zu entsetzen welche stadt von den schweden schon aufs äußerste gebracht war aber noch ehe er brandenburg verließ hatte sich demmin von dem herzog savelli äußerst schlecht verteidigt an den könig ergeben und auch kolberg ging wegen hungersnot nach fünfmonatlicher belagerung über da die pässe nach vorpommern aufs beste besetzt waren und das lager des königs bei schwed jedem angriffe trotz bot so entsagte tilly seinem ersten angreifenden plan und zog sich rückwärts nach der elbe um magdeburg zu belagern durch wegnahme von demmin stand es dem könig frei unaufgehalten ins mecklenburgische zu dringen aber ein wichtigeres unternehmen zog seine waffen nach einer andern gegend tilly hatte kaum seinen rückmarsch angetreten als er sein lager zu schwed plötzlich aufhob und mit seiner ganzen macht gegen frankfurt an der oder anrückte diese stadt war schlecht befestigt aber durch eine achttausend mann starke besatzung vertheidigt größtenteils überrest jener wüthenden banden welche pommern und brandenburg gemißhandelt hatten der angriff geschah mit lebhaftigkeit und schon am dritten tage wurde die stadt mit stürmender hand erobert die schweden des sieges gewiß verwarfen obgleich die feinde zweimal schamade schlugen die kapitulation um das schreckliche recht der wiedervergeltung auszuüben tilly hatte nämlich gleich nach seiner ankunft in diesen gegenden eine schwedische besatzung die sich verspätet hatte in neubrandenburg aufgehoben und durch ihren lebhaften widerstand gereizt bis auf den letzten mann niederhauen lassen dieser grausamkeit erinnerten sich jetzt die schweden als frankfurt erstiegen ward neubrandenburgisch quartier antwortete man jedem kaiserlichen soldaten der um sein leben ward und stieß ihn ohne barmherzigkeit nieder einige tausend wurden erschlagen oder gefangen viele ertranken in der oder der überrest floh nach schlesien die ganze artillerie geriet in schwedische hände dem ungestüm seiner soldaten nachzugeben mußte gustav adolf eine dreistündige plünderung erlauben indem dieser könig von einem siege zum andern fort eilte der muth der protestantischen stände dadurch wuchs und ihr widerstand lebhafter wurde fuhr der kaiser noch unverändert fort durch vollstreckung des restitutionsedikts und durch übertriebene zumuthungen an die stände ihre geduld aufs äußerste zu treiben notgedrungen schritt er jetzt auf den gewaltthätigen wegen fort die er anfangs aus übermut betreten hatte den verlegenheiten in welche ihn sein willkürliches verfahren gestürzt hatte wußte er jetzt nicht anders als durch ebenso willkürliche mittel zu entgehen aber in einem so künstlich organisierten staatskörper wie der deutsche ist und immer war mußte die hand des despotismus die unübersehlichsten zerrüttungen anrichten mit erstaunen sahen die fürsten unvermerkt die ganze reichsverfassung umgekehrt und der eintretende zustand der natur führte sie zur selbsthilfe dem einzigen rettungsmittel in dem zustand der natur endlich hatten doch die offenbaren schritte des kaisers gegen die evangelische kirche von den augen johann georgs die binde weggezogen welche ihm so lange die betrügerische politik dieses prinzen verbarg durch ausschließung seines sohnes von dem erzstifte zu magdeburg hatte ihn ferdinand persönlich beleidigt und der feldmarschall von arnheim sein neuer günstling und minister verabsäumte nichts die empfindlichkeit seines herrn aufs höchste zu treiben vormals kaiserlicher general unter wallensteins kommando und noch immer dessen eifrig ergebener freund suchte er seinen alten wohltäter und sich selbst an dem kaiser zu rächen und den kurfürsten von sachsen von dem österreichischen interesse abzuziehen die erscheinung der schweden in deutschland mußte ihm die mittel dazu darbieten gustav adolf war unüberwindlich sobald sich die protestantischen stände mit ihm vereinigten und nichts beunruhigte den kaiser mehr kursachsens beispiel konnte die erklärung aller übrigen nach sich ziehen und das schicksal des kaisers schien sich gewissermaßen in den händen johann georgs zu befinden der listige günstling machte dem ehrgeize seines herrn diese seine wichtigkeit fühlbar und ertheilte ihm den rath den kaiser durch ein angedrohtes bündniß mit schweden in schrecken zu setzen um von der furcht dieses prinzen zu erhalten was von der dankbarkeit desselben nicht zu erwarten sei doch hielt er dafür die allianz mit schweden nicht wirklich abschließen um immer wichtig zu sein und immer freie hand zu behalten er begeisterte ihn für den stolzen plan dem nichts als eine verständigere hand zur vollstreckung fehlte die ganze partei der protestanten an sich zu ziehen eine dritte macht in deutschland aufzustellen und in der mitte zwischen schweden und österreich die entscheidung in den händen zu tragen dieser plan musste der eigenliebe johann georgs um so mehr schmeicheln da es ihm gleich unerträglich war in die abhängigkeit von schweden zu geraten und länger unter der tyrannei des kaisers zu bleiben nicht mit gleichgültigkeit konnte er sich die führung der deutschen angelegenheiten von einem auswärtigen prinzen entrissen sehen und so wenig fähigkeit er auch besaß die erste rolle zu spielen so wenig ertrug es seine eitelkeit sich mit der zweiten zu begnügen er beschloss also von den progressen des schwedischen königs die möglichsten vorteile für seine eigene lage zu ziehen aber unabhängig von diesem seinen eigenen plan zu verfolgen zu diesem ende besprach er sich mit dem kurfürsten von brandenburg der aus ähnlichen ursachen gegen den kaiser entrüstet und auf schweden mißtrauisch war nachdem er sich auf einem landtage zu torgau seiner eigenen landstände versichert hatte deren beistimmung ihm zur ausführung seines plans unentbehrlich war so lud er alle evangelischen stände des reichs zu einem generalkonvent ein welcher am sechsten februar zu leipzig eröffnet werden sollte brandenburg hessen kassel mehrere fürsten grafen reichsstände protestantische bischöfe erschienen entweder selbst oder durch bevollmächtigte auf dieser versammlung welche der sächsische hofprediger dr hohe von horneck mit einer heftigen kanzelrede eröffnete vergebens hatte sich der kaiser bemüht diese eigenmächtige zusammenkunft welche augenscheinlich auf selbsthilfe zielte und bei der anwesenheit der schweden in deutschland höchst bedenklich war zu hintertreiben die versammelten fürsten von den fortschritten gustav adolphs belebt behaupteten ihre rechte und gingen nach verlauf zweier monate mit einem merkwürdigen schluß auseinander der den kaiser in nicht geringe verlegenheit setzte der inhalt desselben war den kaiser in einem gemeinschaftlichen schreiben um aufhebung des restitutionsediktes zur rückziehung seiner truppen aus ihren residenzen und festungen einstellung der exekutionen und abstellung aller bisherigen mißbräuche nachdrücklich zu ersuchen einstweilen aber eine 40.000 mann starke armee zusammenzubringen um sich selbst recht zu schaffen wenn der kaiser es ihnen verweigerte erster theil zweites buch von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org geschichte des dreißigjährigen kriegs ein umstand kam noch hinzu der nicht wenig dazu beitrug die entschlossenheit der protestantischen fürsten zu vermehren endlich hatte der könig von schweden die bedenklichkeiten besiegt welche ihn bisher von einer näheren verbindung mit frankreich zurückschreckten und war am dreizehnten jänner dieses sechzehnunddreißigsten jahres in eine förmliche allianz mit dieser krone getreten nach einem sehr ernsthaften streite über die künftige behandlungsart der katholischen reichsfürsten welche frankreich in schutz nahm gustav hingegen das recht der wiedervergeltung empfinden lassen wollte und nach einem minder wichtigen zank über den titel majestät den der französische hochmut dem schwedischen stolze verweigerte gab endlich richelieu in dem zweiten gustav adolph in dem ersten artikel nach und zu bärwald in der neumark wurde der allianztraktat unterzeichnet beide mächte verpflichteten sich in demselben sich wechselseitig und mit gewaffneter hand zu beschützen ihre gemeinschaftlichen freunde zu verteidigen den vertriebenen reichsfürsten wieder zu ihren ländern zu helfen und an den grenzen wie in dem innern deutschlands alles ebenso wiederherzustellen wie es vor dem ausbruch des krieges gewesen war zu diesem ende sollte schweden eine armee von dreißigtausend mann auf eigene kosten in deutschland unterhalten frankreich hingegen viermal hunderttausend thaler jährlicher hilfsgelder den schweden entrichten würde das glück die waffen gustavs begünstigen so sollten in den eroberten plätzen die katholische religion und die reichsgesetze ihm heilig sein und gegen beide nichts unternommen werden allen ständen und fürsten in und außer deutschland selbst den katholischen der zutritt zu diesem bündnisse offen stehen kein teil ohne wissen und willen des andern einen einseitigen frieden mit dem feinde schließen das bündnis selbst fünf jahre dauern so großen kampf es dem könig von schweden gekostet hatte von frankreich sold anzunehmen und einer ungebundenen freiheit in führung des krieges zu entsagen so entscheidend war diese französische allianz für seine angelegenheiten in deutschland jetzt erst nachdem er durch die ansehnlichste macht in europa gedeckt war fingen die deutschen reichsstände an vertrauen zu seiner unternehmung zu fassen für deren erfolg sie bisher nicht ohne ursache gezittert hatten jetzt erst wurde er dem kaiser fürchterlich selbst die katholischen fürsten welche österreichs demütigung wünschten sahen ihn jetzt mit weniger mißtrauen in deutschland fortschritte machen weil ihm das bündniß mit einer katholischen macht schonung gegen ihre religion auferlegte so wie gustav adolphs erscheinung die evangelische religion und deutsche freiheit gegen die übermacht kaiser ferdinands beschützte ebenso konnte nunmehr frankreichs dazwischenkunft die katholische religion und deutsche freiheit gegen eben diesen gustav adolph in schutz nehmen wenn ihn die trunkenheit des glücks über die schranken der mäßigung hinweg führen sollte der könig von schweden säumte nicht die fürsten des leipziger bundes von dem mit frankreich geschlossenen traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer näheren verbindung mit ihm einzuladen auch frankreich unterstützte ihn in diesem gesuch und sparte keine vorstellungen den kurfürsten von sachsen zu bewegen gustav adolph wollte sich mit einer heimlichen unterstützung begnügen wenn die fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten sich öffentlich für seine partei zu erklären mehrere fürsten machten ihm zur annehmung seiner vorschläge hoffnung sobald sie nur lust bekommen sollten johann georg immer voll eifersucht und mißtrauen gegen den könig von schweden immer seiner eigennützigen politik getreu konnte sich zu keiner entscheidenden erklärung entschließen der schluß des leipziger konvents und das bündnis zwischen frankreich und schweden waren zwei gleich schlimme zeitungen für den kaiser gegen jenen nahm er die donner seiner kaiserlichen machtssprüche zu hilfe und bloß eine armee fehlte ihm um frankreich wegen dieser seinen ganzen unwillen empfinden zu lassen abmahnungsschreiben ergingen an alle teilnehmer des leipziger bundes welche ihnen die truppenwerbung aufs strengste untersagten sie antworteten mit heftigen wiederklagen rechtfertigten ihr betragen durch das natürliche recht und fuhren fort sich in rüstung zu setzen die generale des kaisers sahen sich unterdessen aus mangel an truppen und an geld zu der mißlichen wahl gebracht entweder den könig von schweden oder die deutschen reichsstände außer augen zu lassen da sie mit einer geteilten macht beiden zugleich nicht gewachsen waren die bewegungen der protestanten zogen ihre aufmerksamkeit nach dem innern des reichs die progressen des königs in der mark brandenburg welcher die kaiserlichen erblande schon in der nähe bedrohte forderten sie dringend auf dorthin ihre waffen zu kehren nach frankfurts eroberung hatte sich der könig gegen landsberg an der wachter gewendet und tilly kehrte nun nach einem zu späten versuche jene stadt zu retten nach magdeburg zurück die angefangene belagerung mit ernst fortzusetzen das reiche erzbistum dessen hauptsitz die stadt magdeburg war hatten schon seit geraumer zeit evangelische prinzen aus dem brandenburgischen hause besessen welche ihre religion darin einführten christian wilhelm der letzte administrator war durch seine verbindung mit dänemark in die reichsacht verfallen wodurch das domkapitel sich bewogen sah um nicht die rache des kaisers gegen das erzstift zu reizen ihn förmlich seiner würde zu entsetzen an seiner stadt postulierte es den prinzen johann august zweiten sohn des kurfürsten von sachsen den aber der kaiser verwarf um seinem eigenen sohne leopold dieses erzbistum zuzuwenden der kurfürst von sachsen ließ darüber ohnmächtige klagen an dem kaiserlichen hofe erschallen christian wilhelm von brandenburg ergriff tätigere maßregeln der zuneigung des volks und magistrats zu magdeburg versichert und von chimerischen hoffnungen erhitzt glaubte er sich imstande alte hindernisse zu besiegen welche der ausspruch des kapitels die konkurrenz mit zwei mächtigen mitbewerbern und das restitutionsedikt seiner wiederherstellung entgegensetzten er that eine reise nach schweden und suchte sich durch das versprechen einer wichtigen diversion in deutschland der unterstützung gustavs zu versichern dieser könig entließ ihn nicht ohne hoffnung seines nachdrücklichen schutzes schärfte ihm aber dabei ein mit klugheit zu verfahren kaum hatte christian wilhelm die landung seines beschützers in pommern erfahren so schlich er sich mit hilfe einer verkleidung in magdeburg ein er erschien plötzlich in der ratsversammlung erinnerte den magistrat an alle drangsale welche stadt und land seitdem von den kaiserlichen truppen erfahren an die verderblichen anschläge ferdinands an die gefahr der evangelischen kirche nach diesem eingange entdeckte er ihnen daß der zeitpunkt ihrer befreiung erschienen sei und daß ihnen gustav adolf seine allianz und allen beistand anbiete magdeburg eine der wohlhabendsten städte deutschlands genoß unter der regierung seines magistrats eine republikanische freiheit welche seine bürger mit einer heroischen kühnheit beseelte davon hatten sie bereits gegen wallenstein der von ihrem reichtum angelockt die übertriebensten forderungen an sie machte rühmliche proben abgelegt und in einem muthigen widerstand ihre rechte behauptet ihr ganzes gebiet hatte zwar die zerstörende wuth seiner truppen erfahren aber magdeburg selbst entging seiner rache es war also dem administrator nicht schwer gemüther zu gewinnen denen die erlittenen mißhandlungen noch in frischem andenken waren zwischen der stadt und dem könig von schweden kam ein bündnis zustande in welchem magdeburg dem könig ungehinderten durchzug durch ihr gebiet und ihre tore und die werbefreiheit auf ihrem grund und boden verstattete und die gegenversicherung erhielt bei ihrer religion und ihren privilegien aufs gewissenhafteste geschützt zu werden sogleich zog der administrator kriegsvölker zusammen und fingen die feindseligkeiten voreilig an ehe gustav adolf nahe genug war ihn mit seiner macht zu unterstützen es glückte ihm einige kaiserliche kors in der nachbarschaft aufzuheben kleine eroberungen zu machen und sogar halle zu überrumpeln aber die annäherung eines kaiserlichen heeres nötigte ihn bald in aller eilfertigkeit und nicht ohne verlust den rückweg nach magdeburg zu nehmen gustav adolf obgleich unzufrieden über diese voreiligkeit schickte ihm in der person dietrichs von falkenberg einen erfahrenen offizier um die kriegsoperationen zu leiten und dem administrator mit seinem rate beizustehen eben diesen falkenberg ernannte der magistrat zum kommandanten der stadt solange der krieg dauern würde das heer des prinzen sah sich von tag zu tag durch den zulauf aus den benachbarten städten vergrößert erhielt mehrere vorteile über die kaiserlichen regimenter welche dagegen geschickt wurden und konnte mehrere monate einen kleinen krieg mit vielem glück unterhalten endlich näherte sich der graf von pappenheim nach beendigtem zuge gegen den herzog von sachsen lauenburg der stadt vertrieb in kurzer zeit die truppen des administrators aus allen umliegenden schanzen hemmte dadurch alle kommunikation mit sachsen und schickte sich endlich an die stadt einzuschließen bald nach ihm kam auch tilly forderte den administrator in einem drohenden schreiben auf sich dem restitutionsedikt nicht länger zu widersetzen den befehlen des kaisers sich zu unterwerfen und magdeburg zu übergeben die antwort des prinzen war lebhaft kühn und bestimmte den kaiserlichen feldherrn ihm den ernst der waffen zu zeigen indessen wurde die belagerung wegen der fortschritte des königs von schweden die den kaiserlichen feldherrn von der stadt abriefen eine lange zeit verzögert und die eifersucht der in seiner abwesenheit kommandierenden generale verschaffte magdeburg noch auf einige monate frist am dreißigsten märz erschien endlich tilly wieder um von jetzt an die belagerung mit eifer zu betreiben in kurzer zeit waren alle außenwerke erobert und falkenberg selbst hatte die besatzungen welche nicht mehr zu retten waren zurückgezogen und die elbbrücke abwerfen lassen da es an hinlänglichen truppen fehlte die weitläufige festung mit den vorstädten zu verteidigen so wurden auch die vorstädte sudenburg und neustadt dem feinde preisgegeben der sie sogleich in asche legte pappenheim trennte sich von tilly ging bei schönebeck über die elbe um von der andern seite die stadt anzugreifen die besatzung durch die vorhergehenden gefechte in den außenwerken geschwächt belief sich nicht über zweitausend mann fußvolks und einige hundert reiterei eine sehr schwache anzahl für eine so große und noch dazu unregelmäßige festung diesen mangel zu ersetzen bewaffnete man die bürger ein verzweifelter ausweg der größern schaden anrichtete als er verhütete die bürger an sich selbst schon sehr mittelmäßige soldaten stürzten durch ihre uneinigkeit die stadt ins verderben dem ärmern tat es weh daß man ihm allein alle lasten aufwälzte ihn allein allem ungemach allen gefahren bloß stellte während der reiche seine dienerschaft schickte und sich in seinem hause gütlich tat der unwille brach zuletzt in ein allgemeines murren aus gleichgültigkeit trat an die stelle des eifers überdruß und nachlässigkeit im dienst an die stelle der wachsamen vorsicht diese trennung der gemüther mit der steigenden noth verbunden gab nach und nach einer kleinmüthigen überlegung raum daß mehrere schon anfingen über die verwegenheit ihres unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der allmacht des kaisers zu erweben gegen welchen man im streit begriffen sei aber der religionsfanatismus die feurige liebe der freiheit der unüberwindliche widerwille gegen den kaiserlichen namen die wahrscheinliche hoffnung eines nahen entsatzes entfernten jeden gedanken an übergabe und so sehr man in allem andern getrennt sein mochte so einig war man sich bis aufs äußerste zu vertheidigen die hoffnung der belagerten sich entsetzt zu sehen war auf die höchste wahrscheinlichkeit gegründet sie wußten um die bewaffnung des leipziger bundes sie wußten um die annäherung gustav adolphs beiden war die erhaltung magdeburgs gleich wichtig und wenige tagesmärsche konnten den könig von schweden vor ihre mauern bringen alles dieses war dem grafen tilly nicht unbekannt und eben darum eilte er so sehr sich auf welche art es auch sein möchte von magdeburg meister zu machen schon hatte er der übergabe wegen einen trompeter mit verschiedenen schreiben an den administrator kommandanten und magistrat abgesendet aber zur antwort erhalten daß man lieber sterben als sich ergeben würde ein lebhafter ausfall der bürger zeigte ihm daß der mut der belagerten nichts weniger als erkaltet sei und die ankunft des königs zu potsdam die streifereien der schweden selbst bis vor zerbst mußten ihn mit unruhe sowie die einwohner magdeburgs mit den frohesten hoffnungen erfüllen ein zweiter trompeter den er an sie abschickte und der gemäßigtere ton seiner schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer zuversicht aber nur um sie in eine desto tiefere sorglosigkeit zu stürzen die belagerer waren unterdessen mit ihren approchen bis an den stadtgraben vorgedrungen und beschossen von den aufgeworfenen batterien aufs heftigste wall und türme ein thurm wurde ganz eingestürzt aber ohne den angriff zu erleichtern da er nicht in den graben fiel sondern sich seitwärts an den wall anlehnte des anhaltenden bombardierens ungeachtet hatte der wall nicht viel gelitten und die wirkung der feuerkugeln welche die stadt in brand stecken sollten wurde durch vertreffliche gegenanstalten vereitelt aber der pulvervorrath der belagerten war bald zu ende und das geschütz der festung hörte nach und nach auf den belagerern zu antworten ehe neues pulver bereit war mußte magdeburg entsetzt sein oder es war verloren jetzt war die hoffnung in der stadt aufs höchste gestiegen und mit heftiger sehnsucht alle blicke nach der gegend hingekehrt von welcher die schwedischen fahnen wehen sollten gustav adolph hielt sich nahe genug auf um am dritten tage vor magdeburg zu stehen die sicherheit steigt mit der hoffnung und alles trägt dazu bei sie zu verstärken am neunten mai fängt unerwartet die feindliche kanonade an zu schweigen von mehreren batterien werden die stücke abgeführt tote stille im kaiserlichen lager alles überzeugt die belagerten daß ihre rettung nahe sei der größte theil der bürger und soldatenwache verläßt frühmorgens seinen posten auf dem wall um endlich einmal nach langer arbeit des süßen schlafs sich zu erfreuen aber ein theurer schlaf und ein entsetzliches erwachen tilly hatte endlich der hoffnung entsagt auf dem bisherigen wege der belagerung sich noch vor ankunft der schweden der stadt bemeistern zu können er beschloss also sein lager aufzuheben zuvor aber noch einen generalsturm zu wagen die schwierigkeiten waren groß da keine breche noch geschossen und die festungswerke kaum beschädigt waren aber der kriegsrat den er versammelte erklärte sich für den sturm und stützte sich dabei auf das beispiel von maastricht welche stadt frühmorgens da bürger und soldaten sich zur ruhe begeben mit sturmender hand überwältigt worden sei an vier orten zugleich sollte der angriff geschehen die ganze nacht zwischen dem neunten und zehnten wurde mit den nöthigen anstalten zugebracht alles war in bereitschaft und erwartete der abrede gemäß früh um fünf das zeichen mit den kanonen dieses erfolgte aber erst zwei stunden später in dem tilly noch immer zweifelhaft wegen des erfolgs noch einmal den kriegsrat versammelte pappenheim wurde beordert auf die neustädtischen werke den angriff zu tun ein abhängiger wall und ein trockener nicht allzu tiefer graben kamen ihm dabei zu statten der größte theil der bürger und soldaten hatte die welle verlassen und die wenigen zurückgebliebenen fesselte der schlaf so wurde es diesem general nicht schwer der erste den wall zu ersteigen falkenberg aufgeschreckt durch das knallen des musketenfeuers eilte von dem rathhause wo er eben beschäftigt war den zweiten trompeter des tilly abzufertigen mit einer zusammengerafften mannschaft nach dem neustädtischen tore das der feind schon überwältigt hatte hier zurückgeschlagen flog dieser tapfere general nach einer andern seite wo eine zweite feindliche partei schon im begriff war die werke zu ersteigen umsonst ist sein widerstand schon zu anfang des gefechts strecken die feindlichen kugeln ihn zu boden das heftige musketenfeuer das läuten der sturmglocken das überhandnehmende getöse machen endlich den erwachenden bürgern die drohende gefahr bekannt eilfertig werfen sie sich in ihre kleider greifen zum gewehr stürzen in blinder betäubung dem feind entgegen noch war hoffnung übrig ihn zurückzutreiben aber der commandant getöthet kein plan im angriff keine reiterei in seine verwirrten glieder einzubrechen endlich kein pulver mehr das feuer fortzusetzen zwei andere tore bis jetzt noch unangegriffen werden von verteidigern entblößt um der dringenden noth in der stadt zu begegnen schnell benutzt der feind die dadurch entstandene verwirrung um auch diese posten anzugreifen der widerstand ist lebhaft und hartnäckig bis endlich vier kaiserliche regimenter des walles meister den magdeburgern in den rücken fallen und so ihre niederlage vollenden ein tapferer kapitän namens schmidt der in dieser allgemeinen verwirrung die entschlossensten noch einmal gegen den feind führt und glücklich genug ist ihn bis an das thor zurückzutreiben fällt tödlich verwundet magdeburgs letzte hoffnung mit ihm alle werke sind noch vor mittag erobert die stadt in feindes händen zwei thore werden jetzt von den stürmenden der hauptarmee geöffnet und tilly läßt einen theil seines fußvolks einmarschieren es besetzt sogleich die hauptstraßen und das aufgepflanzte geschütz scheucht alle bürger in ihre wohnungen dort ihr schicksal zu erwarten nicht lange läßt man sie im zweifel zwei worte des grafen tilly bestimmen magdeburgs geschick ein nur etwas menschlicher feldherr würde solchen truppen vergeblich schonung anbefohlen haben tilly gab sich auch nicht die mühe es zu versuchen durch das stillschweigen seines generals zum herrn über das leben aller bürger gemacht stürzte der soldat in das innere der häuser um ungebunden alle begierden einer fieschen seele zu kühlen vor manchem deutschen ohre fand die flehende unschuld erbarmen keines vor dem tauben grimm der wallonen aus pappenheims herr kaum hatte dieses blutbad seinen anfang genommen als alle übrigen thore aufgingen die ganze reiterei und der kroaten fürchterliche banden gegen die unglückliche stadt losgelassen wurden eine würgelszene fing jetzt an für welche die geschichte keine sprache und die dichtkunst keinen pinsel hat nicht die schuldfreie kindheit nicht das hilflose alter nicht jugend nicht geschlecht nicht stand nicht schönheit können die wut des siegers entwaffnen frauen werden in den armen ihrer männer töchter zu den füßen ihrer väter mißhandelt und das wehrlose geschlecht hat bloß das vorrecht einer gedoppelten wut zum opfer zu dienen keine noch so verborgene keine noch so geheiligte städte konnte vor der alles durchforschenden habsucht sichern dreiundfünfzig frauenpersonen fand man in einer kirche enthauptet kroaten vergnügten sich kinder in die flammen zu werfen pappenheims wallonen säuglinge an den brüsten ihrer mütter zu spießen einige ligistische offiziere von diesem grausenvollen anblick empört unterstanden sich den grafen tilly zu erinnern daß er dem blutbad möchte einhalt tun lassen kommt in einer stunde wieder war seine antwort ich werde dann sehen was ich tun werde der soldat muß für seine gefahr und arbeit etwas haben in ununterbrochener wuth dauerten diese greuel fort bis endlich rauch und flammen der raubsucht grenzen setzten um die verwirrung zu vermehren und den widerstand der bürger zu brechen hatte man gleich anfangs an verschiedenen orten feuer angelegt jetzt erhob sich ein sturmwind der die flammen mit reißender schnelligkeit durch die ganze stadt verbreitete und den brand allgemein machte fürchterlich war das gedränge durch qualm und leichen durch gezückte schwerter durch stürzende trümmer durch das strömende blut die atmosphäre kochte und die unerträgliche glut zwang endlich selbst die bürger sich in das lager zu flüchten in weniger als zwölf stunden lag diese volkreiche feste große stadt eine der schönsten deutschlands in der asche zwei kirchen und einige hütten ausgenommen der administrator christian wilhelm ward mit drei bürgermeistern nach vielen empfangenen wunden gefangen viele tapfere offiziere und magistrate hatten fechtend einen beneideten tod gefunden vierhundert der reichsten bürger entriß die habsucht der offiziere dem tod um ein teures lösegeld von ihnen zu erpressen noch dazu waren es meistens offiziere der league welche diese menschlichkeit zeigten und die blinde mordbegier der kaiserlichen soldaten ließ sie als rettende engel betrachten kaum hatte sich die wuth des brandes gemindert als die kaiserlichen scharen mit erneutem hunger zurückkehrten um unter schutt und asche ihren raub aufzuwühlen manche erstickte der dampf viele machten große beute da die bürger ihr bestes in die keller geflüchtet hatten am dreizehnten mai erschien endlich tilly selbst in der stadt nachdem die hauptstraßen von schutt und leichen gereinigt waren schauderhaft gräßlich empörend war die szene welche sich jetzt der menschlichkeit darstellte lebende die unter den leichen hervorkrochen herumirrende kinder die mit herzzerschneidendem geschrei ihre eltern suchten säuglinge die an den toten brüsten ihrer mütter saugten mehr als sechstausend leichen mußte man in die elbe werfen um die gassen zu räumen eine ungleich größere menge von lebenden und leichen hatte das feuer verzehrt die ganze zahl der getöteten wird auf dreißig tausend angegeben der einzug des generals welcher am vierzehnten erfolgte machte der plünderung ein ende und was bis dahin gerettet war blieb leben gegen tausend menschen wurden aus der domkirche gezogen wo sie drei tage und nächte in beständiger todesfurcht und ohne nahrung zugebracht hatten tilly ließ ihnen pardon ankündigen und brot unter sie verteilen den tag darauf ward in dieser domkirche feierliche messe gehalten und unter abfeuerung der kanonen das tedeum angestimmt der kaiserliche general durchrith die straßen um als augenzeuge seinem herrn berichten zu können daß seit trojas und jerusalems zerstörung kein solcher sieg gesehen worden sei und in diesem vorgeben war nichts übertriebenes wenn man die größe den wohlstand und die wichtigkeit der stadt welche unterging mit der wuth ihrer zerstörer zusammendenkt das gerücht von magdeburgs grausenvollem schicksal verbreitete frohlocken durch das katholische entsetzen und furcht durch das ganze protestantische deutschland aber schmerz und unwillen klagten allgemein den könig von schweden an der so nahe und so mächtig diese bundesverwandte stadt hilflos gelassen hatte auch der billigste fand diese untätigkeit des königs unerklärbar und gustav adolph um nicht unwiederbringlich die herzen des volks zu verlieren zu dessen befreiung er erschienen war sah sich gezwungen in einer eigenen schutzschrift die gründe seines betragens der welt vorzulegen er hatte eben landsberg angegriffen und am sechzehnten april erobert als er die gefahr vernahm in welchem magdeburg schwebte sogleich ward sein entschluß gefaßt diese bedrängte stadt zu befreien und er setzte sich deswegen mit seiner ganzen reiterei und zehn regimentern fußvolk nach der spree in bewegung die situation in welcher sich dieser könig auf deutschem boden befand machte ihm zum unverbrüchlichen klugheitsgesetze keinen schritt vorwärts zu tun ohne den rücken frei zu haben mit der mißtrauigsten behutsamkeit mußte er ein land durchziehen wo er von zweideutigen freunden und mächtigen offenbaren feinden umgeben war wo ein einziger übereilter schritt ihn von seinem königreich abschneiden konnte der kurfürst von brandenburg hatte vormals schon seine festung küstrin den flüchtigen kaiserlichen aufgetan und den nacheilenden schweden verschlossen sollte gustav jetzt gegen tilly verunglücken so konnte eben dieser kurfürst den kaiserlichen seine festungen öffnen und dann war der könig feinde vor sich und hinter sich ohne rettung verloren diesem zufall bei gegenwärtiger unternehmung nicht ausgesetzt zu sein verlangte er ehe er sich zu der befreiung magdeburgs aufmachte daß ihm von dem kurfürsten die beiden festungen küstrin und spandau eingeräumt würden bis er magdeburg in freiheit gesetzt hätte nichts schien gerechter zu sein als diese forderung der große dienst welchen gustav adolph dem kurfürsten kürzlich erst durch vertreibung der kaiserlichen aus den brandenburgischen landen geleistet schien ihm ein recht an seine dankbarkeit das bisherige betragen der schweden in deutschland einen anspruch auf sein vertrauen zu geben aber durch übergabe seiner festungen machte der kurfürst den könig von schweden gewissermaßen zum herrn seines landes nicht zu gedenken daß er eben dadurch zugleich mit dem kaiser brach und seine staaten der ganzen künftigen rache der kaiserlichen heere bloßstellte georg wilhelm kämpfte lange zeit einen grausamen kampf mit sich selbst aber kleinmut und eigennutz schienen endlich die oberhand zu gewinnen ungerührt von magdeburgs schicksal kalt gegen religion und deutsche freiheit sah er nichts als seine eigene gefahr und diese besorglichkeit wurde durch seinen minister von schwarzenberg der einen heimlichen sold von dem kaiser zog aufs höchste getrieben unterdessen näherten sich die schwedischen truppen berlin und der könig nahm bei dem kurfürsten seine wohnung als er die furchtsame bedenklichkeit dieses prinzen wahrnahm konnte er sich des unwillens nicht enthalten mein weg geht auf magdeburg sagte er nicht mir sondern den evangelischen zum besten will niemand mir beistehen so nehme ich sogleich meinen rückweg biete dem kaiser einen vergleich an und ziehe wieder nach stockholm ich bin gewiß der kaiser soll einen frieden mit mir eingehen wie ich ihn immer nur verlangen kann aber geht magdeburg verloren und ist der kaiser der furcht vor mir erst entledigt so sehet zu wie es euch ergehen wird diese zu rechter zeit hingeworfene drohung vielleicht auch der blick auf die schwedische armee welche mächtig genug war dem könige durch gewalt zu verschaffen was man ihm auf dem wege der güte verweigerte brachte endlich den kurfürsten zum entschluß spandau in seine hände zu übergeben erster theil zweites buch von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei geschichte des dreißigjährigen kriegs nun standen dem könig zwei wege nach magdeburg offen wovon der eine gegen abend durch ein erschöpftes land und mitten durch feindliche truppen führte die ihm den übergang über die elbe streitig machen konnten der andere gegen mittag ging über dessau oder wittenberg wo er brücken fand die elbe zu passieren und aus sachsen lebensmittel ziehen konnte aber dies konnte ohne einwilligung des kurfürsten von sachsen nicht geschehen in welchen gustav ein gegründetes mißtrauen setzte ehe er sich also in marsch setzte ließ er diesen prinzen um einen freien durchzug und um das nöthige für seine truppen gegen bare bezahlung ersuchen sein verlangen wurde ihm abgeschlagen und keine vorstellung konnte den kurfürsten bewegen seinem neutralitätssystem zu entsagen indem man noch im streit darüber begriffen war kam die nachricht von magdeburgs entsetzlichem schicksal tilly verkündigte sie mit dem tone eines siegers allen protestantischen fürsten und verlor keinen augenblick den allgemeinen schrecken aufs beste zu benutzen das ansehen des kaisers durch die bisherigen progressen gustavs merklich heruntergebracht erhob sich furchtbarer als je nach diesem entscheidenden vorgang und schnell offenbarte sich diese veränderung in der gebieterischen sprache welche er gegen die protestantischen reichsstände führte die schlüsse des leipziger bundes wurden durch einen machtspruch vernichtet der bund selbst durch ein kaiserliches dekret aufgehoben allen widersetzlichen ständen magdeburgs schicksal angedroht als vollzieher dieses kaiserlichen schlusses ließ tilly sogleich truppen gegen den bischof von bremen marschieren der ein mitglied des leipziger bundes war und soldaten geworben hatte der in furcht gesetzte bischof übergab die letzteren sogleich in die hände des tilly und unterzeichnete die kassation der leipziger schlüsse eine kaiserliche armee welche unter dem kommando des grafen von fürstenberg zu eben der zeit aus italien zurückkam verfuhr auf gleiche art gegen den administrator von württemberg der herzog mußte sich dem restitutionsedikt und allen dekreten des kaisers unterwerfen ja noch außerdem zur unterhaltung der kaiserlichen truppen einen monatlichen geldbeitrag von hunderttausend thalern erlegen ähnliche lasten wurden der stadt ulm und nürnberg dem ganzen fränkischen und schwäbischen kreise auferlegt schrecklich war die hand des kaisers über deutschland die schnelle übermacht welche er durch diesen vorfall erlangte mehr scheinbar als in der wirklichkeit gegründet führte ihn über die grenzen der bisherigen mäßigung hinweg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten verfahren welches endlich die unentschlossenheit der deutschen fürsten zum vorteil gustav adolphs besiegte so unglücklich also die nächsten folgen von magdeburgs untergang für die protestanten auch sein mochten so wohltätig waren die spätern die erste ueberraschung machte bald einem thätigen unwillen platz die verzweiflung gab kräfte und die deutsche freiheit erhob sich aus magdeburgs asche unter den fürsten des leipziger bundes war der kurfürst von sachsen und der landgraf von hessen bei weitem am meisten zu fürchten und die herrschaft des kaisers war in diesen gegenden nicht befestigt solange er diese beiden nicht entwaffnet sah gegen den landgrafen richtete tilly seine waffen zuerst und brach unmittelbar von magdeburg nach thüringen auf die sächsisch ernestinischen und schwarzburgischen lande wurden auf diesem zuge äußerst gemißhandelt frankenhausen selbst unter den augen des tilly von seinen soldaten ungestraft geplündert und in die asche gelegt schrecklich mußte der unglückliche landmann dafür büßen daß sein landesherr die schweden begünstigte ehrfurt der schlüssel zwischen sachsen und franken wurde mit einer belagerung bedroht wovon es sich aber durch eine freiwillige lieferung von proviant und eine geldsumme loskaufte von da schickte tilly seinen abgesandten an den landgrafen von kassel mit der forderung ungesäumt seine truppen zu entlassen dem leipziger bund zu entsagen kaiserliche regimenter in sein land und seine festungen aufzunehmen kontributionen zu entrichten und sich entweder als freund oder feind zu erklären so mußte sich ein deutscher reichsfürst von einem kaiserlichen diener behandelt sehen aber diese ausschweifende forderung bekam ein furchtbares gewicht durch die heeresmacht von der sie begleitet wurde und das noch frische andenken von magdeburgs schauderhaftem schicksal mußte den nachdruck desselben vergrößern um so mehr lob verdient die unerschrockenheit mit welcher der landgraf diesen antrag beantwortete fremde soldaten in seine festungen und in seine residenz aufzunehmen sei er ganz und gar nicht gesonnen seine truppen brauche er selbst gegen einen angriff würde er sich zu verteidigen wissen fehlte es dem general tilly an geld und an lebensmitteln so mußte er nur nach münchen aufbrechen wo vorrat an beidem sei der einbruch zweier kaiserlichen scharen in hessen war die nächste folge dieser herausfordernden antwort aber der landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen daß nichts erhebliches ausgerichtet wurde nachdem aber tilly selbst im begriff stand ihnen mit seiner ganzen macht nachzufolgen so würde das unglückliche land für die standhaftigkeit seines fürsten teuer genug haben büßen müssen wenn nicht die bewegungen des königs von schweden diesen general noch zu rechter zeit zurückgerufen hätten gustav adolf hatte den untergang magdeburgs mit dem empfindlichsten schmerz erfahren der dadurch vergrößert wurde daß georg wilhelm nun dem vertrage gemäß die festung spandau zurückverlangte der verlust von magdeburg hatte die gründe um deren willen dem könig der besitz dieser festung so wichtig war eher vermehrt als vermindert und je näher die nothwendigkeit einer entscheidenden schlacht zwischen ihm und tilly heranrückte desto schwerer ward es ihm der einzigen zuflucht zu entsagen welche nach einem unglücklichen ausgange für ihn übrig war nachdem er vorstellungen und bitten bei dem kurfürsten von brandenburg fruchtlos erschöpft hatte und die kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem tage stieg so schickte er endlich seinem kommandanten den befehl zu spandau zu räumen erklärte aber zugleich daß von demselben tage an der kurfürst als feind behandelt werden sollte dieser erklärung nachdruck zu geben erschien er mit seiner ganzen armee vor berlin ich will nicht schlechter behandelt sein als die generale des kaisers antwortete er den abgesandten die der bestürzte kurfürst in sein lager schickte euer herr hat sie in seine stadt aufgenommen mit allen bedürfnissen versorgt ihnen alle plätze welche sie nur wollten übergeben und durch alle diese gefälligkeiten nicht erhalten können daß sie menschlicher mit seinem volke verfahren wären alles was ich von ihm verlange ist sicherheit eine mäßige geld summe und brot für meine truppen dagegen verspreche ich ihm seine staaten zu beschützen und den krieg von ihm zu entfernen auf diesen punkten aber muß ich bestehen und mein bruder der kurfürst entschließe sich eilends ob er mich zum freunde haben oder seiner hauptstadt geplündert sehen will dieser entschlossene ton machte eindruck und die richtung der kanonen gegen die stadt besiegte alle zweifel georg wilhelms in wenigen tagen ward eine allianz unterzeichnet in welcher sich der kurfürst zu einer monatlichen zahlung von dreißigtausend thalern verstand spandau in den händen des königs ließ und sich anheischig machte auch küstrin seinen truppen zu allen zeiten zu öffnen diese nunmehr entschiedene verbindung des kurfürsten von brandenburg mit den schweden fand in wien keine bessere aufnahme als der ähnliche entschluß des herzogs von pommern vormals gefunden hatte aber der ungünstige wechsel des glücks den seine waffen bald nachher erfuhren erlaubte dem kaiser nicht seine empfindlichkeit anders als durch worte zu zeigen das vergnügen des königs über diese glückliche begebenheit wurde bald durch die angenehme botschaft vergrößert das greifswalde der einzige feste platz den die kaiserlichen noch in pommern besaßen übergegangen und nunmehr das ganze land von diesen schlimmen feinden gereinigt sei er erschien selbst wieder in diesem herzogtum und genoß das entzückende schauspiel der allgemeinen volksfreude deren schöpfer er war ein jahr war jetzt verstrichen daß gustav deutschland betreten hatte und diese begebenheit wurde in dem ganzen herzogthume pommern durch ein allgemeines dankfest gefeiert kurz vorher hatte ihn der czar von moskau durch gesandte begrüßen seine freundschaft erneuern und sogar hilfstruppen antragen lassen zu diesen friedfertigen gesinnungen der russen durfte er sich um so mehr glück wünschen je wichtiger es ihm war bei dem gefahrvollen kriege dem er entgegenging durch keinen feindseligen nachbar beunruhigt zu werden nicht lange darauf landete die königin maria eleonora seine gemahlin mit einer verstärkung von achttausend schweden in pommern und die ankunft von sechstausend engländern unter der anführung des marquis von hamilton darf um so weniger übergangen werden da ihre ankunft alles ist was die geschichte von den thaten der engländer in dem dreißigjährigen kriege zu berichten hat pappenheim behauptete während des thüringischen zugs des tilly das magdeburgische gebiet hatte aber nicht verhindern können daß die schweden nicht mehrmalen die elbe passierten einige kaiserliche detachements niederhieben und mehrere plätze in besitz nahmen er selbst von der annäherung des königs geängstigt rief den grafen tilly auf das dringendste zurück und bewog ihn auch wirklich in schnellen märschen nach magdeburg umzukehren tilly nahm sein lager diesseits des flusses zu wollmirstedt gustav adolph hatte das seinige auf eben dieser seite bei werben unweit dem einfluß der havel in die elbe bezogen gleich seine ankunft in diesen gegenden verkündigte dem tilly nichts gutes die schweden zerstreuten drei seiner regimenter welche entfernt von der hauptarmee in dörfern postiert standen nahmen die eine hälfte ihrer bagage hinweg und verbrannten die übrige umsonst näherte sich tilly mit seiner armee auf einen kanonenschuß weit dem lager des königs um ihm eine schlacht anzubieten gustav um die hälfte schwächer als tilly vermied sie mit weisheit sein lager war zu fest um dem feind einen gewaltsamen angriff zu erlauben es blieb bei einer bloßen kanonade und einigen schermützeln in welchen allen die schweden die oberhand behielten auf seinem rückzuge nach volmirstedt verminderte sich die armee des tilly durch häufige desertionen seit dem blutbade zu magdeburg floh ihn das glück desto ununterbrochener begleitete es von nun an den könig von schweden während er zu werben im lager stand wurde das ganze mecklenburg bis auf wenige plätze durch seinen general todt und den herzog adolf friedrich erobert und er genoß die königliche lust beide herzoge in ihre staaten wieder einzusetzen er reiste selbst nach güstrow wo die einsetzung vor sich ging um durch seine gegenwart den glanz dieser handlung zu erheben von beiden herzogen wurde ihren erretter in der mitte und ein glänzendes gefolge von fürsten um sich her ein festlicher einzug gehalten den die freude der untertanen zu dem rührendsten feste machte bald nach seiner zurückkunft von werben erschien der landgraf von hessen kassel in seinem lager um ein enges bündnis aus verteidigung und angriff mit ihm zu schließen der erste regierende fürst in deutschland der sich von freien stücken und öffentlich gegen den kaiser erklärte aber auch durch die triftigsten gründe dazu aufgefordert war landgraf wilhelm machte sich verbindlich den feinden des königs als seinen eigenen zu begegnen ihm seine städte und sein ganzes land aufzutun proviant und alles notwendige zu liefern dagegen erklärte sich der könig zu seinem freunde und beschützer und versprach keinen frieden einzugehen ohne dem landgrafen völlige genugthuung von dem kaiser verschafft zu haben beide theile hielten redlich wort hessen kassel beharrte in diesem langen kriege bei der schwedischen allianz bis ans ende und es hatte ursache sich im westfälischen frieden der schwedischen freundschaft zu rühmen tilly dem dieser kühne schritt des landgrafen nicht lange verborgen blieb schickte den grafen fugger mit einigen regimentern gegen ihn zugleich versuchte er die hessischen untertanen durch aufrührerische briefe gegen ihren herrn zu empören seine briefe fruchteten ebensowenig als seine regimenter welche ihm nachher in der breitenfelder schlacht sehr zur unzeit fehlten und die hessischen landstände konnten keinen augenblick zweifelhaft sein ob sie den beschützer ihres eigentums dem räuber desselben vorziehen sollten aber weit mehr als hessen kassel beunruhigte den kaiserlichen general die zweideutige gesinnung des kurfürsten von sachsen der des kaiserlichen verbots ungeachtet seine rüstungen fortsetzte und den leipziger bund aufrecht hielt jetzt in dieser nähe des königs von schweden da es in kurzer zeit zu einer entscheidenden schlacht kommen mußte schien es ihm äußerst bedenklich kursachsen in waffen stehen zu lassen jeden augenblick bereit sich für den feind zu erklären eben hatte sich tilly mit fünfundzwanzigtausend mann alter truppen verstärkt welche ihm fürstenberg zuführte und voll zuversicht auf seine macht glaubte er den kurfürsten entweder durch das bloße schrecken seiner ankunft entwaffnen oder doch ohne mühe überwinden zu können ehe er aber sein lager bei wolmirstedt verließ forderte er ihn durch eine eigene gesandtschaft auf sein land den kaiserlichen truppen zu öffnen seine eigenen zu entlassen oder mit der kaiserlichen armee zu vereinigen und in gemeinschaft mit ihr den könig von schweden aus deutschland zu verjagen er brachte ihm in erinnerung daß kursachsen bisher unter allen deutschen ländern am meisten geschont worden sei und bedrohte ihn im weigerungsfalle mit der schrecklichsten verheerung tilly hatte zu diesem gebieterischen antrag den ungünstigsten zeitpunkt gewählt die misshandlung seiner religions und bundesverwandten magdeburgs zerstörung die ausschweifungen der kaiserlichen in der lausitz alles kam zusammen den kurfürsten gegen den kaiser zu entrüsten gustav adolphs nähe wie wenig recht er auch an den schutz dieses fürsten haben mochte belebte ihn mit mut er verbat sich die kaiserlichen einquartierungen und erklärte seinen standhaften entschluß in rüstung zu bleiben so sehr es ihm auch auffallen müsse setzte er hinzu die kaiserliche armee zu einer zeit gegen seine lande im anmarsch zu sehen wo diese armee genug zu tun hätte den könig von schweden zu verfolgen so erwarte er dennoch nicht anstatt der versprochenen und wohlverdienten belohnungen mit undank und mit dem ruin seines landes bezahlt zu werden den abgesandten des tilly welche prächtig bewirtet wurden gab er eine noch verständlichere antwort auf den weg meine herren sagte er ich sehe wohl daß man gesonnen ist das lange gesparte sächsische konfekt endlich auch auf die tafel zu setzen aber man pflegt dabei allerlei nüsse und schauessen aufzutragen die hart zu beißen sind und sehen sie sich wohl vor daß sie sich die zähne nicht daran ausbeißen jetzt brach tilly aus seinem lager auf rückte vor bis nach halle unter fürchterlichen verheerungen und ließ von hier aus seinen antrag an den kurfürsten in noch dringenderem und drohenderm ton erneuern erinnert man sich der ganzen bisherigen denkungsart dieses fürsten der durch eigene neigung und durch die eingebungen seiner bestochenen minister dem interesse des kaisers selbst auf unkosten seiner heiligsten pflichten ergeben war den man bisher mit so geringem aufwand von kunst in unthätigkeit erhalten so muß man über die verblendung des kaisers oder seiner minister erstaunen ihrer bisherigen politik gerade in dem bedenklichsten zeitpunkte zu entsagen und durch ein gewalttätiges verfahren diesen so leicht zu lenkenden fürsten aufs äußerste zu bringen oder war eben dieses die absicht des tilly war es ihm darum zu tun einen zweideutigen freund in einen offenbaren feind zu verwandeln um dadurch der schonung überhoben zu sein welche der geheime befehl des kaisers ihm bisher gegen die länder dieses fürsten auferlegt hatte war es vielleicht gar die absicht des kaisers den kurfürsten zu einem feindseligen schritt zu reizen um seiner verbindlichkeit dadurch quitt zu sein und eine beschwerliche rechnung mit guter art zerreißen zu können so mußte man nicht weniger über den verwegenen übermut des tilly erstaunen der kein bedenken trug im angesicht eines furchtbaren feindes sich einen neuen zu machen und über die sorglosigkeit eben dieses feldherrn die vereinigung beider ohne widerstand zu gestatten johann georg durch den eintritt des tilly in seine staaten zur verzweiflung gebracht warf sich nicht ohne großes widerstreben dem könig von schweden in die arme gleich nach abfertigung der ersten gesandtschaft des tilly hatte er seinen feldmarschall von arnheim aufs eilfertigste in gustavs lager gesendet diesen lange vernachlässigten monarchen um schleunige hilfe anzugehen der könig verbarg die innere zufriedenheit welche ihm diese sehnlich gewünschte entwicklung gewährte mir thut es leid um den kurfürsten gab er dem abgesandten mit verstelltem kaltsinn zur antwort hätte er meine wiederholten vorstellungen geachtet so würde sein land keinen feind gesehen haben und auch magdeburg würde noch stehen jetzt da die höchste not ihm keinen andern ausweg mehr übrig läßt jetzt wendet man sich an den könig von schweden aber melden sie ihm daß ich weit entfernt sei um des kurfürsten von sachsen willen mich und meine bundesgenossen ins verderben zu stürzen und wer leistet mir für die treue eines prinzen gewehr dessen minister in österreichischem solde stehen und der mich verlassen wird sobald ihm der kaiser schmeichelt und seine armee von den grenzen zurückzieht tilly hat seitdem durch eine ansehnliche verstärkung sein heer vergrößert welches mich aber nicht hindern soll ihm herzhaft entgegen zu gehen sobald ich nur meinen rücken gedeckt weiß der sächsische minister wußte auf diese vorwürfe nichts zu antworten als daß es am besten gethan sei geschehene dinge in vergessenheit zu begraben er drang in den könig sich über die bedingungen zu erklären unter welchen er sachsen zu hilfe kommen wolle und verbürgte sich im voraus für die gewährung derselben ich verlange erwiderte gustav daß mir der kurfürst die festung wittenberg einräume mir seinen ältesten prinzen als geisel übergebe meinen truppen einen dreimonatlichen sold auszahle und mir die verräter in seinem ministerium ausliefere unter diesen bedingungen bin ich bereit ihm beistand zu leisten nicht nur wittenberg rief der kurfürst als ihm diese antwort hinterbracht wurde und trieb seinen minister in das schwedische lager zurück nicht bloß wittenberg auch thurgau ganz sachsen soll ihm offen stehen meine ganze familie will ich ihm als geisel übergeben und wenn ihm das noch nicht genug ist so will ich mich selbst ihm darbieten eilen sie zurück und sagen ihm daß ich bereit sei ihm die verräter die er mir nennen wird anzuliefern seine armee den verlangten sold zu bezahlen und leben und vermögen an die gute sache zu setzen der könig hatte die neuen gesinnungen johann georgs nur auf die probe stellen wollen von dieser aufrichtigkeit gerührt nahm er seine harten forderungen zurück das misstrauen sagte er welches man in mich setzte als ich magdeburg zur hilfe kommen wollte hat das meinige erweckt das jetzige vertrauen des kurfürsten verdient daß ich es erwidere ich bin zufrieden wenn er meiner armee einen monatlichen sold entrichtet und ich hoffe ihn auch für diese ausgabe schadlos zu halten gleich nach geschlossener allianz ging der könig über die elbe und vereinigte sich schon am folgenden tage mit den sachsen anstatt diese vereinigung zu hindern war tilly gegen leipzig vorgerückt welches er aufforderte kaiserliche besatzung einzunehmen in hoffnung eines schleunigen entsatzes machte der kommandant hans von der forter anstalt sich zu verteidigen und ließ zu dem ende die hallische vorstadt in die asche legen aber der schlechte zustand der festungswerke machte den widerstand vergeblich und schon am zweiten tage wurden die tore geöffnet im hause eines totengräbers dem einzigen welches in der hallischen vorstadt stehen geblieben war hatte tilly sein quartier genommen hier unterzeichnete er die kapitulation und hier wurde auch der angriff des königs von schweden beschlossen beim anblick der abgemalten schädel und gebeine mit denen der besitzer sein haus geschmückt hatte entfärbte sich tilly leipzig erfuhr eine über alle erwartung gnädige behandlung erster teil zweites buch 9 von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller erster theil zweites buch neun unterdessen wurde zu thorgau von dem könig von schweden und dem kurfürsten von sachsen im beisein des kurfürsten von brandenburg großer kriegsrat gehalten eine entschließung sollte jetzt gefaßt werden welche das schicksal deutschlands und der evangelischen religion das glück vieler völker und das loos ihrer fürsten unwiderruflich bestimmte die bangigkeit der erwartung die auch die brust des helden vor jeder großen entscheidung beklemmt schien jetzt die seele gustav adolphs in einem augenblick zu umwölken wenn wir uns jetzt zu einer schlacht entschließen sagte er so steht nicht weniger als eine krone und zwei kurhüte auf dem spiele das glück ist wandelbar und der unerforschliche ratschluß des himmels kann unsrer sünden wegen dem feinde den sieg verleihen zwar möchte meine krone wenn sie meine armee und mich selbst auch verlöre noch eine schanze zum besten haben weit entlegen durch eine ansehnliche flotte beschützt in ihren grenzen wohl verwahrt und durch ein streitbares volk verteidigt würde sie wenigstens vor dem ärgsten gesichert sein wo aber rettung für euch denen der feind auf dem nacken liegt wenn das treffen verunglücken sollte gustav adolph zeigte das bescheidene misstrauen eines helden den das bewußtsein seiner stärke gegen die größe der gefahr nicht verblendet johann georg die zuversicht eines schwachen der einen helden an seiner seite weiß voll ungeduld seine lande von zwei beschwerlichen armeen baldmöglichst befreit zu sehen brannte er nach einer schlacht in welcher keine alten lorbeeren für ihn zu verlieren waren er wollte mit seinen sachsen allein gegen leipzig vorrücken und mit tilly schlagen endlich trat gustav adolph seiner meinung bei und beschlossen war es ohne aufschub den feind anzugreifen ehe er die verstärkungen welche die generale altringer und tiefenbach ihm zuführten an sich gezogen hätte die vereinigte schwedisch sächsische armee setzte über die multe der kurfürst von brandenburg reiste wieder in sein land früh morgens am siebten september sechzehnhundertdreißig bekamen die feindlichen armeen einander zu gesichte tilly entschlossen die herbeieilenden hilfstruppen zu erwarten nachdem er versäumt hatte die sächsische armee vor ihrer vereinigung mit den schweden niederzuwerfen hatte unweit leipzig ein festes und vorteilhaftes lager bezogen wo er hoffen konnte zu keiner schlacht gezwungen zu werden das ungestüme anhalten pappenheims vermochte ihn endlich doch sobald die feindlichen armeen im anzug begriffen waren seine stellung zu verändern und sich linke hand gegen die hügel hinzuziehen welche sich vom dorfe waren bis nach lindental erheben am fuß dieser anhöhen war seine armee in einer einzigen linie ausgebreitet seine artillerie auf den hügeln verteilt konnte die ganze große ebene von breitenfeld bestreichen von daher näherte sich in zwei kolonnen die schwedisch-sächsische armee und hatte bei podelwitz einem vor der tillischen fronte liegenden dorfe die lober zu passieren um ihr den übergang über diesen bach zu erschweren wurde pappenheim mit zweitausend kürassieren gegen sie beordert doch erst nach langem widerstrebendes tilly und mit dem ausdrücklichen befehl ja keine schlacht anzufangen dieses verbotsungeachtet wurde pappenheim mit dem schwedischen vortrabe handgemein aber nach einem kurzen widerstand zum rückzuge genötigt um den feind aufzuhalten steckte er podelwitz in brand welches jedoch die beiden armeen nicht hinderte vorzurücken und ihre schlachtordnung zu machen zur rechten sollten sich die schweden in zwei treffen abgetheilt das fußvolk in der mitte in kleine bataillons zerstückelt welche leicht zu bewegen und ohne die ordnung zu stören der schnellsten wendungen fähig waren die reiterei auf den flügeln auf ähnliche art in kleine schwadronen abgesondert und durch mehrere haufen musketiere unterbrochen welche ihre schwache anzahl verbergen und die feindlichen reiter herunterschießen sollten in der mitte kommandierte der oberst teufel auf dem linken flügel gustav horn der könig selbst auf dem rechten dem grafen pappenheim gegenüber die sachsen standen durch einen breiten zwischenraum von den schweden getrennt eine veranstaltung gustavs welche der ausgang rechtfertigte den plan der schlachtordnung hatte der kurfürst selbst mit seinem feldmarschall entworfen und der könig sich bloß begnügt ihn zu genehmigen sorgfältig schien es wollte er die schwedische tapferkeit von der sächsischen absondern und das glück vermengte sie nicht unter den anhöhen gegen abend breitete sich der feind aus in einer langen unübersehbaren linie welche weit genug reichte das schwedische heer zu überflügeln das fußvolk in große bataillons abgeteilt die reiterei in ebenso große unbehelfliche schwadronen sein geschütz hatte er hinter sich auf den anhöhen und so stand er unter dem gebiet seiner eigenen kugeln die über ihn hinweg ihren bogen machten aus dieser stellung des geschützes wenn anders dieser ganzen nachricht zu trauen ist sollte man beinahe schließen dass tillys absicht viel mehr gewesen sei den feind zu erwarten als anzugreifen da diese anordnung es ihm unmöglich machte in die feindlichen glieder einzubrechen ohne sich in das feuer seiner eigenen kanonen zu stürzen tilly selbst befehligte das mittel pappenheim den linken flügel den rechten der graf von fürstenberg sämtliche truppen des kaisers und der lig betrugen an diesem tage nicht über vierunddreißig bis fünfunddreißig tausend mann von gleicher stärke war die vereinigte armee der schweden und sachsen aber wäre auch eine million der andern gegenüber gestanden es hätte diesen tag blutiger nicht wichtiger nicht entscheidender machen können dieser tag war es um dessentwillen gustav das baltische meer durchschiffte auf entlegener erde der gefahr nachjagde krone und leben dem untreuen glück anvertraute die zwei größten heerführer ihrer zeit beide bis hierher unüberwunden sollen jetzt in einem lange vermiedenen kampfe miteinander ihre letzte probe bestehen einer von beiden muß seinen ruhm auf dem schlachtfelde zurücklassen beide hälften von deutschland haben mit furcht und zittern diesen tag herannahen sehen bang erwartet die ganze mittwelt den ausschlag desselben und die späte nachwelt wird ihn segnen oder beweinen die entschlossenheit welche den grafen tilly sonst nie verließ fehlte ihm an diesem tage kein fester vorsatz mit dem könige zu schlagen ebenso wenig standhaftigkeit es zu vermeiden wieder seinen willen riß ihn pappenheim dahin nie gefühlte zweifel kämpften in seiner brust schwarze ahnungen umwölkten seine immer freie stirne der geist von magdeburg schien über ihm zu schweben ein zweistündiges kanonenfeuer eröffnete die schlacht der wind wehte von abend und trieb aus dem frisch beackerten ausgedochten gefilde dicke wolken von staub und pulverrauch den schweden entgegen dies bewog den könig sich unvermerkt gegen norden zu schwenken und die schnelligkeit mit der solches ausgeführt war ließ dem feinde nicht zeit es zu verhindern endlich verließ tilly seine hügel und wagte den ersten angriff auf die schweden aber von der heftigkeit ihres feuers wendete er sich zur rechten und fiel in die sachsen mit solchem ungestüm daß ihre glieder sich trennten und verwirrung das ganze heer ergriff der kurfürst selbst besann sich erst in eilenburg wieder wenige regimenter hielten noch eine zeitlang auf dem schlachtfelde stand und retteten durch ihren männlichen widerstand die ehre der sachsen kaum sah man diese in unordnung geraten so stürzten die kroaten zur plünderung und eilboten wurden schon abgefertigt die zeitung des sieges zu münchen und wien zu verkündigen auf den rechten flügel der schweden stürzte sich graf pappenheim mit der ganzen stärke seiner reiterei aber ohne ihn zum wanken zu bringen hier kommandierte der könig selbst und unter ihm der general banner siebenmal erneuerte pappenheim seinen angriff und siebenmal schlug man ihn zurück er entfloh mit einem großen verlust und überließ das schlachtfeld dem sieger unterdessen hatte tilly den überrest der sachsen niedergeworfen und brach nunmehr in den linken flügel der schweden mit seinen siegenden truppen diesem flügel hatte der könig sobald sich die verwirrung unter dem sächsischen heere entdeckte mit schneller besonnenheit drei regimenter zur verstärkung gesendet um die flanke zu decken welche die flucht der sachsen entblößte gustav horn der hier das kommando führte leistete den feindlichen kürassieren einen herzhaften widerstand den die verteilung des fußvolks zwischen den schwadronen nicht wenig unterstützte schon fing der feind an zu ermatten als gustav adolph erschien dem treffen den ausschlag zu geben der linke flügel der kaiserlichen war geschlagen und seine truppen die jetzt keinen feind mehr hatten konnten anderswo besser gebraucht werden er schwenkte sich also mit seinem rechten flügel und dem hauptchor zur linken und griff die hügel an auf welche das feindliche geschütz gepflanzt war in kurzer zeit war es in seinen händen und der feind mußte jetzt das feuer seiner eigenen kanonen erfahren auf seiner flanke das feuer des geschützes von vorne den fürchterlichen andrang der schweden trennte sich das nie überwundene heer schneller rückzug war alles was dem tilly nun übrig blieb aber der rückzug selbst mußte mitten durch den feind genommen werden verwirrung ergriff jetzt die ganze armee vier regimenter ausgenommen grauer versuchter soldaten welche nie von einem schlachtfelde geflohen waren und es auch jetzt nicht wollten in geschlossenen gliedern drangen sie mitten durch die siegende armee und erreichten fechtend ein kleines gehölz wo sie aufs neue front gegen die schweden machten und bis zur einbrechender nacht bis sie auf sechshundert geschmolzen waren widerstand leisteten mit ihnen entfloh der ganze überrest des tillischen heers und die schlacht war entschieden mitten unter verwundeten und toten warf gustav adolph sich nieder und die erste feurigste siegesfreude ergoß sich in einem glühenden gebete den flüchtigen feind ließ er so weit das tiefe dunkel der nacht es verstattete durch seine reiterei verfolgen das geläute der sturmglocken brachte in allen umliegenden dörfern das landvolk in bewegung und verloren war der unglückliche der dem ergrimmten bauer in die hände fiel mit dem übrigen heere lagerte sich der könig zwischen dem schlachtfeld und leipzig da es nicht möglich war die stadt noch in derselben nacht anzugreifen siebentausend waren von den feinden auf dem platze geblieben über fünftausend teils gefangen teils verwundet ihre ganze artillerie ihr ganzes lager war erobert über hundert fahnen und standarten erbeutet von den sachsen wurden zweitausend von den schweden nicht über siebenhundert vermißt die niederlage der kaiserlichen war so groß daß tilly auf seiner flucht nach halle und halberstadt nicht über sechshundert mann pappenheim nicht über vierzehnhundert zusammenbringen konnte so schnell war dieses furchtbare heer zergangen welches noch kürzlich ganz italien und deutschland in schrecken gesetzt hatte tilly selbst dankte seine rettung nur dem ungefähr obgleich von vielen wunden ermattet wollte er sich einem schwedischen rittmeister der ihn einholte nicht gefangen geben und schon war dieser im begriff ihn zu töten als ein pistolenschuß ihn noch zu rechter zeit zu boden streckte aber schrecklicher als todesgefahr und wunden war ihm der schmerz seinen ruhm zu überleben und an einem einzigen tage die arbeit eines ganzen langen lebens zu verlieren nichts waren jetzt alle seine vergangenen siege da ihm der einzige entging der jenen allen erst die krone aufsetzen sollte nichts blieb ihm übrig von seinen glänzenden kriegstaten als die flüche der menschheit von denen sie begleitet waren von diesem tage an gewann tilly seine heiterkeit nicht wieder und das glück kehrte nicht mehr zu ihm zurück selbst seinen letzten trost die rache entzog ihm das ausdrückliche verbot seines herrn kein entscheidendes treffen mehr zu wagen drei fehler sind es vorzüglich denen das unglück dieses tages beigemessen wird daß er sein geschütz hinter der armee auf die hügel pflanzte daß er sich nachher von diesen hügeln entfernte und daß er den feind ungehindert sich in schlachtordnung stellen ließ aber wie bald waren diese fehler ohne die kaltblütige besonnenheit ohne das überlegene genie seines gegners verbessert tilly entfloh eilig von halle nach halberstadt wo er sich kaum zeit nahm die heilung von seinen wunden abzuwarten und gegen die weser eilte sich mit den kaiserlichen besatzungen in niedersachsen zu verstärken der kurfürst von sachsen hatte nicht gesäumt sogleich nach überstandener gefahr im lager des königs zu erscheinen der könig dankte ihm daß er zur schlacht geraten hätte und joan georg überrascht von diesem gütigen empfang versprach ihm in der ersten freude die römische königskrone gleich den folgenden tag rückte gustav gegen merseburg nachdem er es dem kurfürsten überlassen hatte leipzig wieder zu erobern fünftausend kaiserliche welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die hände fielen wurden theils niedergehauen theils gefangen und die meisten von diesen traten in seinen dienst merseburg ergab sich sogleich bald darauf wurde halle erobert wo sich der kurfürst von sachsen nach der einnahme von leipzig bei dem könige einfand um über den künftigen operationsplan das weitere zu beratschlagen erfochten war der sieg aber nur eine weise benutzung konnte ihn entscheidend machen die kaiserliche armee war aufgerieben sachsen sah keinen feind mehr und der flüchtige tilly hatte sich nach braunschweig gezogen ihn bis dahin zu verfolgen hätte den krieg in niedersachsen erneuert welches von den drangsalen des vorhergehenden kriegs kaum erstanden war es wurde also beschlossen den krieg in die feindlichen lande zu wälzen welche unvertheidigt und offen bis nach wien den sieger einluden man konnte zur rechten in die länder der katholischen fürsten fallen man konnte zur linken in die kaiserlichen erbstaaten dringen und den kaiser selbst in seiner residenz zittern machen beides wurde erwählt und jetzt war die frage wie die rollen verteilt werden sollten gustav adolph an der spitze einer siegenden armee hätte von leipzig bis prag wien und pressburg wenig widerstand gefunden böhmen mären österreich und ungarn waren von verteidigern entblößt die unterdrückten protestanten dieser länder nach einer veränderung lüstern der kaiser selbst nicht mehr sicher in seiner burg in dem schrecken des ersten überfalls hätte wien seine thore geöffnet mit den staaten die er dem feind entzog vertrockneten diesem auch die quellen aus denen der krieg bestritten werden sollte und bereitwillig hätte sich ferdinand zu einem frieden verstanden der einen furchtbaren feind aus dem herzen seiner staaten entfernte einem eroberer hätte dieser kühne kriegsplan geschmeichelt und vielleicht auch ein glücklicher erfolg ihn gerechtfertigt gustav adolph ebenso vorsichtig als kühn und mehr staatsmann als eroberer verwarf ihn weil er einen höheren zweck zu verfolgen fand weil er dem glück und der tapferkeit allein den ausschlag nicht anvertrauen wollte er wählte gustav den weg nach böhmen so mußte franken und der oberrhein dem kurfürsten von sachsen überlassen werden aber schon fing tilly an aus den trümmern seiner geschlagenen armee aus den besatzungen in niedersachsen und den verstärkungen die ihm zugeführt wurden ein neues heer an der weser zusammenzuziehen an dessen spitze er wohl schwerlich lange säumen konnte den feind aufzusuchen einem so erfahrenen general durfte kein arnheim entgegengestellt werden von dessen fähigkeiten die leipziger schlacht ein sehr zweideutiges zeugnis ablegte was halfen aber dem könig noch so rasche und glänzende fortschritte in böhmen und österreich wenn tilly in den reichslanden wieder mächtig wurde wenn er den mut der katholischen durch neue siege belebte und die bundesgenossen des königs entwaffnete wozu diente es ihm den kaiser aus seinen erbstaaten vertrieben zu haben wenn tilly eben diesem kaiser deutschland eroberte konnte er hoffen den kaiser mehr zu bedrängen als vor zwölf jahren der böhmische aufruhr gethan hatte der doch die standhaftigkeit dieses prinzen nicht erschütterte der seine hilfsquellen nicht erschöpfte aus dem er nur desto furchtbarer erstand weniger glänzend aber weit gründlicher waren die vorteile welche er von einem persönlichen einfall in die liguistischen länder zu erwarten hatte entscheidend war hier seine gewaffnete ankunft eben waren die fürsten des restitutionsediktes wegen auf einem reichstage zu frankfurt versammelt wo ferdinand alle künste seiner arglistigen politik in bewegung setzte die in furcht gesetzten protestanten zu einem schnellen und nachteiligen vergleich zu bereden nur die annäherung ihres beschützers konnte sie zu einem standhaften widerstand ermuntern und die anschläge des kaisers zernichten gustav adolph konnte hoffen alle diese mißvergnügten fürsten durch seine siegreiche gegenwart zu vereinigen die übrigen durch das schrecken seiner waffen von dem kaiser zu trennen hier im mittelpunkt deutschlands zerschnitt er die nerven der kaiserlichen macht die sich ohne den beistand der ligue nicht behaupten konnte hier konnte er frankreich einen zweideutigen bundesgenossen in der nähe bewachen und wenn ihm zu erreichung eines geheimen wunsches die freundschaft der katholischen kurfürsten wichtig war so mußte er sich vor allen dingen zum herrn ihres schicksals machen um durch eine großmüthige schonung sich einen anspruch auf ihre dankbarkeit zu erwerben er erwählte also für sich selbst den weg nach franken und dem rhein und überließ dem kurfürsten von sachsen die eroberung böhmens ende von erster teil zweites buch neun zweiter theil drittes buch eins von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org geschichte des dreißigjährigen kriegs die glorreiche schlacht gustav adolphs bei leipzig hatte in dem ganzen nachfolgenden betragen dieses monarchen sowie in der denkart seiner feinde und freunde eine große veränderung gewirkt er hatte sich jetzt mit dem größten heerführer seiner zeit gemessen er hatte die kraft seiner taktik und den mut seiner schweden an dem kern der kaiserlichen truppen den geübtesten europens versucht und in diesem wettkampf überwunden von diesem augenblick an schöpfte er eine feste zuversicht zu sich selbst und zuversicht ist die mutter großer taten man bemerkt fortan in allen kriegsunternehmungen des schwedischen königs einen kühnern und sichern schritt mehr entschlossenheit auch in den mißlichsten lagen mehr trotzige verhöhnung der gefahr eine stolzere sprache gegen seinen feind mehr selbstgefühl gegen seine bundesgenossen und in seiner milde selbst mehr die herablassung des gebieters seinem natürlichen muth kam der andächtige schwung seiner einbildung zu hilfe gern verwechselte er seine sache mit der sache des himmels erblickte in tillis niederlage ein entscheidendes urteil gottes zum nachteil seiner gegner in sich selbst aber ein werkzeug der göttlichen rache seine krone seinen vaterländischen boden weit hinter sich drang er jetzt auf den flügeln des siegs in das innere von deutschland das seit jahrhunderten keinen auswärtigen eroberer in seinem schoße gesehen hatte der kriegerische mut seiner bewohner die wachsamkeit seiner zahlreichen fürsten der künstliche zusammenhang seiner staaten die menge seiner festen schlösser der lauf seiner vielen ströme hatten schon seit undenklichen zeiten die ländersucht der nachbarn in schranken gehalten und so oft es auch an den grenzen dieses weitläufigen staatskörpers gestürmt hatte so war doch sein inneres von jedem fremden einbruch verschont geblieben von jeher genoß dieses reich das zweideutige vorrecht nur sein eigener feind zu sein und von außen unüberwunden zu bleiben auch jetzt war es bloß die uneinigkeit seiner glieder und ein unduldsamer glaubenseifer was dem schwedischen eroberer die brücke in seine innersten staaten baute aufgelöst war längst schon das harmonische band unter den ständen wodurch allein das reich unbezwinglich war und von deutschland selbst entlehnte gustav adolf die kräfte womit er deutschland sich unterwürfig machte mit so viel klugheit als mut benutzte er was ihm die gunst des augenblicks darbot und gleich geschickt im kabinett wie im felde zerriß er die fallstricke einer hinterlistigen staatskunst wie er die mauern der städte mit dem donner seines geschützes zu boden stürzte unaufgehalten verfolgte er seine siege von einer grenze deutschlands zur andern ohne den ariadnischen pfaden zu verlieren der ihn sicher zurückleiten konnte und an den ufern des rheins wie an der mündung des lechts hörte er niemals auf seinen erbländern nahe zu bleiben die bestürzung des kaisers und der katholischen league über die niederlage des tilly bei leipzig konnte kaum größer sein als das erstaunen und die verlegenheit der schwedischen bundesgenossen über das unerwartete glück des königs es war größer als man berechnet größer als man gewünscht hatte vernichtet war auf einmal das furchtbare heer das seine fortschritte gehemmt seinem ehrgeiz schranken gesetzt ihn von ihrem guten willen abhängig gemacht hatte einzig ohne nebenbuhler ohne einen ihm gewachsenen gegner stand er jetzt da in der mitte von deutschland nichts konnte seinen lauf aufhalten nichts seine anmaßungen beschränken wenn die trunkenheit des glücks ihn zum missbrauch versuchen sollte hatte man anfangs vor der übermacht des kaisers gezittert so war jetzt nicht viel weniger grund vorhanden von dem ungestüm eines fremden eroberers alles für die reichsverfassung von dem religionseifer eines protestantischen königs alles für die katholische kirche deutschlands zu fürchten das misstrauen und die eifersucht einiger von den verbundenen mächten durch die größere furcht vor dem kaiser auf eine zeitlang eingeschläfert erwachte bald wieder und kaum hatte gustav adolph durch seinen muth und sein glück ihr vertrauen gerechtfertigt so wurde von ferne schon an dem umsturz seiner entwürfe gearbeitet in beständigem kampfe mit der hinterlist der feinde und dem mißtrauen seiner eigenen bundesverwandten mußte er seine siege erringen aber sein entschlossener mut seine tiefdringende klugheit machte sich durch alle diese hindernisse bahn indem der glückliche erfolg seiner waffen seine mächtigern alliierten frankreich und sachsen besorglich machte belebte er den muth der schwächern die sich jetzt erdreisteten mit ihren wahren gesinnungen an das licht zu treten und öffentlich seine partei zu ergreifen sie welche weder mit gustav adolphs größe wetteifern noch durch seine ehrbegier leiden konnten erwarteten desto mehr von der großmut dieses mächtigen freundes der sie mit dem raub ihrer feinde bereicherte und gegen die unterdrückung der mächtigen in schutz nahm seine stärke verbarg ihre unmacht und unbedeutend für sich selbst erlangten sie ein gewicht durch ihre vereinigung mit dem schwedischen helden dies war der fall mit den meisten reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen ständen sie waren es die den könig in das innere von deutschland führten und die ihm den rücken deckten die seine heere versorgten seine truppen in ihre festungen aufnahmen in seinen schlachten ihr blut für ihn verspritzten seine staatskluge schonung des deutschen stolzes sein leutseliges betragen einige glänzende handlungen der gerechtigkeit seine achtung für die gesetze waren eben so viele fesseln die er dem besorglichen geiste der deutschen protestanten anlegte und die schreienden barbareien der kaiserlichen der spanier und der lothringer wirkten kräftig mit seine und seiner truppen mäßigung in das günstigste licht zu setzen wenn gustav adolph seinem eigenen genie das meiste zu danken hatte so darf man doch nicht in abrede sein daß das glück und die lage der umstände ihn nicht wenig begünstigten er hatte zwei große vorteile auf seiner seite die ihm ein entscheidendes übergewicht über den feind verschafften indem er den schauplatz des kriegs in die ligistischen länder versetzte die junge mannschaft derselben an sich zog sich mit beute bereicherte und über die einkünfte der geflüchteten fürsten als über sein eigentum schaltete entzog er dem feind alle hilfsmittel ihm mit nachdruck zu widerstehen und sich selbst machte er es dadurch möglich einen kostbaren krieg mit wenigem aufwand zu unterhalten wenn ferner seine gegner die fürsten der lig unter sich selbst geteilt von ganz verschiedenem oft streitendem interesse geleitet ohne einstimmigkeit und eben darum auch ohne nachdruck handelten wenn es ihren feldherrn an vollmacht ihren truppen an gehorsam ihren zerstreuten heeren an zusammenhang fehlte wenn der heerführer von dem gesetzgeber und staatsmann getrennt war so war hingegen in gustav adolph beides vereinigt er die einzige quelle aus welcher alle autorität floss das einzige ziel auf welches der handelnde krieger die augen richtete er allein die seele seiner ganzen partei der schöpfer des kriegsplans und zugleich der vollstrecker desselben in ihm erhielt also die sache der protestanten eine einheit und harmonie welche durchaus der gegenpartei mangelte kein wunder daß von solchen vorteilen begünstigt an der spitze einer solchen armee mit einem solchen genie begabt sie zu gebrauchen und von einer solchen politischen klugheit geleitet gustav adolph unwiderstehlich war in der einen hand das schwert in der andern die gnade sieht man ihn jetzt deutschland von einem ende zum andern als eroberer gesetzgeber und richter durchschreiten in nicht viel mehr zeit durchschreiten als ein anderer gebraucht hätte es auf einer lustreise zu besehen gleich dem geborenen landesherrn werden ihm von städten und festungen die schlüssel entgegengetragen kein schloss ist ihm unersteiglich kein strom hemmt seine siegreiche bahn oft siegt er schon durch seinen gefürchteten namen längs dem ganzen mainstrom sieht man die schwedischen fahnen aufgepflanzt die untere pfalz ist frei die spanier und lothringer über den rhein und die mosel gewichen über die kurmainzischen würzburgischen und bambergischen lande haben sich die schweden und hessen wie eine reißende flut ergossen und drei flüchtige bischöfe büßen ferne von ihren sitzen ihre unglückliche ergebenheit gegen den kaiser die reihe trifft endlich auch den anführer der league maximilian auf seinem eigenen boden das elend zu erfahren das er andern bereitet hatte weder das abschreckende schicksal seiner bundesgenossen noch die gütlichen anerbietungen gustavs der mitten im laufe seiner eroberungen die hände zum frieden bot hatten die hartnäckigkeit dieses prinzen besiegen können über den leichnam des tilly der sich wie ein bewachender cherub vor den eingang derselben stellt wälzt sich der krieg in die bayerischen lande gleich den ufern des rheins wimmeln jetzt die ufer des lechs und der donau von schwedischen kriegern in seine festen schlösser verkrochen überlässt der geschlagene kurfürst seine entblößten staaten dem feinde den die gesegneten von keinem krieg noch verheerten fluren zum raube und die religionswut des bayerischen landmanns zu gleichen gewalttaten einladen münchen selbst öffnet seine thore dem unüberwindlichen könig und der flüchtige pfalzgraf friedrich der fünfte tröstet sich einige augenblicke in der verlassenen residenz seines nebenbuhlers über den verlust seiner länder indem gustav adolph in den südlichen grenzen des reichs seine eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer gewalt jeden feind vor sich niederwirft werden von seinen bundesgenossen und feldherren ähnliche triumphe in den übrigen provinzen erfochten niedersachsen entzieht sich dem kaiserlichen joche die feinde verlassen mecklenburg von allen ufern der weser und elbe weichen die österreichischen garnisonen in westphalen und am obern rhein macht sich landgraf wilhelm von hessen in thüringen die herzoge von weimar in kur trier die franzosen furchtbar ostwärts wird beinahe das ganze königreichen böhmen von den sachsen bezwungen schon rüsten sich die türken zu einem angriff auf ungarn und in dem mittelpunkt der österreichischen lande will sich ein gefährlicher aufruhr entzünden trostlos blickt kaiser ferdinand an allen höfen europens umher sich gegen so zahlreiche feinde durch fremden beistand zu stärken umsonst ruft er die waffen der spanier herbei welche die niederländische tapferkeit jenseits des rheins beschäftiget umsonst strebt er den römischen hof und die ganze katholische kirche zu seiner rettung aufzubieten der beleidigte papst spottet mit geprägvollen prozessionen und eiteln anathemen der verlegenheit ferdinands und statt des geforderten geldes zeigt man ihm mantuas verwüstete fluren von allen enden seiner weitläufigen monarchie umfangen ihn feindliche waffen mit den voranliegenden ligistischen staaten welche der feind überschwemmt hat sind alle brustwehren eingestürzt hinter welchen sich die österreichische macht so lange zeit sicher wußte und das kriegsfeuer lodert schon nahe an den unvertheidigten grenzen entwaffnet sind seine eifrigsten bundesgenossen maximilian von bayern seine mächtigste stütze kaum noch fähig sich selbst zu verteidigen seine armeen durch desertion und wiederholte niederlagen geschmolzen und durch ein langes mißgeschick mutlos haben unter geschlagenen generalen jenes kriegerische ungestüm verlernt das eine frucht des siegs im voraus den sieg versichert die gefahr ist die höchste nur ein außerordentliches mittel kann die kaiserliche macht aus ihrer tiefen erniedrigung reißen das dringendste bedürfnis ist ein feldherr und den einzigen von dem die wiederherstellung des vorigen ruhms zu erwarten steht hat die kabale des neides von der spitze der armee hinweggerissen so tief sank der so furchtbare kaiser herab daß er mit seinem beleidigten diener und unterthan beschämende verträge errichten und dem hochmüthigen friedland eine gewalt die er ihm schimpflich raubte schimpflicher jetzt aufdringen muß ein neuer geist fängt jetzt an den halb erstorbenen körper der österreichischen macht zu beseelen und die schnelle umwandlung der dinge verrät die feste hand die sie leitet dem unumschränkten könig von schweden steht jetzt ein gleich unumschränkter feldherr gegenüber ein siegreicher held dem siegreichen helden beide kräfte ringen wieder in zweifelhaftem streit und der preis des krieges zur hälfte schon von gustav adolph erfochten wird einem neuen und schwereren kampf unterworfen im angesicht nürnbergs lagern sich zwei gewittertragende wolken beide kämpfende armeen drohend gegeneinander beide sich mit fürchtender achtung betrachtend beide nach dem augenblick dürstend beide vor dem augenblick zagend der sie im sturme miteinander vermengen wird europens augen heften sich mit furcht und neugend auf diesen wichtigen schauplatz und das geängstigte nürnberg erwartet schon einer noch entscheidenderen feldschlacht als sie bei leipzig geliefert ward den namen zu geben auf einmal bricht sich das gewölke das kriegsgewitter verschwindet aus franken um sich in sachsens ebenen desto schrecklicher zu entladen ohnweit lützen fällt der donner nieder der nürnberg bedrohte und die schon halb verlorene schlacht wird durch den königlichen leichnam gewonnen das glück das ihn auf seinem ganzen laufe nie verlassen hatte begnadigte den könig auch im tode noch mit der seltenen gunst in der fülle seines ruhms und in der reinigkeit seines namens zu sterben durch einen zeitigen tod flüchtete ihn sein schützender genius vor dem unvermeidlichen schicksal der menschheit aus der höhe des glücks die bescheidenheit in der fülle der macht die gerechtigkeit zu verlernen es ist uns erlaubt zu zweifeln ob er bei längerem leben die tränen verdient hätte welche deutschland an seinem grabe weinte die bewunderung verdient hätte welche die nachwelt dem ersten und einzigen gerechten eroberer zollt bei dem frühen fall ihres großen führers fürchtet man den untergang der ganzen partei aber der weltregierenden macht ist kein einzelner mann unersetzlich zwei große staatsmänner axel oxenstierna in deutschland und in frankreich richelieu übernehmen das steuer des krieges das dem sterbenden helden entfällt über ihm hinweg wandelt das unempfindliche schicksal und noch sechzehn volle jahre lodert die kriegsflamme über dem staube des längst vergessenen man erlaube mir in einer kurzen übersicht den siegreichen marsch gustav adolphs zu verfolgen den ganzen schauplatz auf welchem er allein handelnder held ist mit schnellen blicken zu durcheilen und dann erst wenn durch das glück der schweden aufs äußerste gebracht und durch eine reihe von unglücksfällen gebeugt österreich von der höhe seines stolzes zu erniedrigenden und verzweifelten hilfsmitteln herabsteigt den faden der geschichte zu dem kaiser zurückzuführen nicht sobald war der kriegsplan zwischen dem könig von schweden und dem kurfürsten von sachsen zur halle entworfen und für den letztern der angriff auf böhmen für gustav adolph der einfall in die liguistischen länder bestimmt nicht sobald die allianzen mit den benachbarten fürsten von weimar und von anhalt geschlossen und zur wiedereroberung des magdeburgischen stiftes die vorkehrungen gemacht als sich der könig zu seinem einmarsch in das reich in bewegung setzte keinem verächtlichen feinde ging er jetzt entgegen der kaiser war noch mächtig im reich durch ganz franken schwaben und die pfalz waren kaiserliche besatzungen ausgebreitet denen jeder bedeutende ort erst mit dem schwert in der hand entrissen werden mußte am rhein erwarteten ihn die spanier welche alle lande des vertriebenen pfalzgrafen überschwemmt hatten alle festen plätze besetz hielten ihm jeden übergang über diesen strom streitig machten hinter seinem rücken war der schon neue kräfte sammelte bald sollte auch ein lothringisches hilfsheer zu dessen fahnen stoßen in der brust jedes papisten setzte sich ihm ein erbitterter feind religionshaß entgegen und doch ließen ihn seine verhältnisse mit frankreich nur mit halber freiheit gegen die katholischen handeln gustav adolph übersah alle diese hindernisse aber auch die mittel sie zu besiegen die kaiserliche kriegsmacht lag in besatzungen zerstreut und er hatte den vortheil sie mit vereinigter macht anzugreifen war ihm der religionsfanatismus der römisch katholischen und die furcht der kleineren reichsstände vor dem kaiser entgegen so konnte er von der freundschaft der protestanten und von ihrem haß gegen die österreichische unterdrückung tätigen beistand erwarten die ausschweifungen der kaiserlichen und spanischen truppen hatten ihm in diesen gegenden nachdrücklich vorgearbeitet längst schon schmachteten der mißhandelte landmann und bürger nach einem befreier und manchem schien es schon erleichterung das joch umzutauschen einige agenten waren bereits vorangeschickt worden die wichtigen reichsstädte vorzüglich nürnberg und frankfurt auf schwedische seite zu neigen erfurt war der erste platz an dessen besitz dem könig gelegen war und den er nicht unbesetzt hinter dem rücken lassen durfte ein gütlicher vertrag mit der protestantisch gesinnten bürgerschaft öffnete ihm ohne schwertstreich die tore der stadt und der festung hier wie in jedem wichtigen platze der nachher in seine hände fiel ließ er sich von den einwohnern treue schwören und versicherte sich derselben durch eine hinlängliche besatzung seinem alliierten dem herzog wilhelm von weimar wurde das kommando eines heeres übergeben das in thüringen geworben werden sollte der stadt erfurt wollte er auch seine gemahlin anvertrauen und versprach ihre freiheiten zu vermehren in zwei kolonnen durchzog nun die schwedische armee über gotha und arnstadt den thüringer wald entriß im vorübergehen die grafschaft henneberg den händen der kaiserlichen und vereinigte sich am dritten tage vor königs hofen an der grenze von franken franz bischof von würzburg der erbitterteste feind der protestanten und das eifrigste mitglied der katholischen ligue war auch der erste der die schwere hand gustav adolphs fühlte einige drohworte waren genug seine grenzfestung königs hofen und mit ihr den schlüssel zu der ganzen provinz den schweden in die hände zu liefern bestürzung ergriff auf die nachricht dieser schnellen eroberung alle katholischen stände des kreises die bischöfe von würzburg und bamberg zagten in ihre burg schon sahen sie ihre stühle wanken ihre kirchen entweiht ihre religion im staube die bosheit seiner feinde hatte von dem verfolgungsgeist und der kriegsmanier des schwedischen königs und seiner truppen die schrecklichsten schilderungen verbreitet welche zu widerlegen weder die wiederholtesten versicherungen des königs noch die glänzendsten beispiele der menschlichkeit und duldung nie ganz vermögend gewesen sind man fürchtete von einem anderen zu leiden was man in ähnlichem fall selbst auszuüben sich bewußt war viele der reichsten katholiken eilten schon jetzt ihre güter ihre gewissen und personen vor dem blutdürstigen fanatismus der schweden in sicherheit zu bringen der bischof selbst gab seinen untertanen das beispiel mitten in dem feuerbrande den sein bigotter eifer entzündet hatte ließ er seine länder im stich und flüchtete nach paris um womöglich das französische ministerium gegen den gemeinschaftlichen religionsfeind zu empören die fortschritte welche gustav adolph unterdessen in dem hochstifte machte waren ganz dem glücklichen anfange gleich von der kaiserlichen besatzung verlassen ergab sich ihm schweinfurt und bald darauf würzburg der marienberg mußte mit sturm erobert werden in diesen unüberwindlich geglaubten ort hatte man einen großen vorrat von lebensmitteln und kriegsmunition geflüchtet welches alles dem feind in die hände fiel ein sehr angenehmer fund war für den könig die büchersammlung der jesuiten die er nach upsala bringen ließ ein noch weit angenehmerer für seine soldaten der reichlich gefüllte weinkeller des prälaten seine schätze hatte der bischof noch zu rechter zeit geflüchtet dem beispiele der hauptstadt folgte bald das ganze bistum alles unterwarf sich den schweden der könig ließ sich von allen untertanen des bischofs die huldigung leisten und stellte wegen abwesenheit des rechtmäßigen regenten eine landesregierung auf welche zur hälfte mit protestanten besetzt wurde an jedem katholischen orte den gustav adolf unter seine botmäßigkeit brachte schloß er der protestantischen religion die kirchen auf doch ohne den papisten den druck zu vergelten unter welchem sie seine glaubensbrüder so lange gehalten hatten nur an denen die sich ihm mit dem degen in der hand widersetzten wurde das schreckliche recht des kriegs ausgeübt für einzelne greueltaten welche sich eine gesetzlose soldateska in der blinden wut des ersten angriffs erlaubt kann man den menschenfreundlichen führer nicht verantwortlich machen dem friedfertigen und wehrlosen widerfuhr eine gnädige behandlung es war gustav adolphs heiligstes gesetz das blut der feinde wie der seinigen zu sparen gleich auf die erste nachricht des schwedischen einbruchs hatte der bischof von würzburg unangesehen der traktaten die er um zeit zu gewinnen mit dem könig von schweden anknüpfte den feldherrn der ligue flehentlich aufgefordert dem bedrängten hochstift zu hilfe zu eilen dieser geschlagene general hatte unterdessen die trümmer seiner zerstreuten armee an der weser zusammengezogen durch die kaiserlichen garnisonen in niedersachsen verstärkt und sich in hessen mit seinen beiden untergeneralen altringer und fugger vereinigt an der spitze dieser ansehnlichen kriegsmacht brannte graf tilly vor ungeduld die schande seiner ersten niederlage durch einen glänzenden sieg wieder auszulöschen in seinem lager bei fulda wohin er mit dem heere gerückt war harrte er sehnsuchtsvoll auf erlaubniß von dem herzog von bayern mit gustav adolph zu schlagen aber die ligue hatte außer der armee des tilly keine zweite mehr zu verlieren und maximilian war viel zu behutsam das ganze schicksal seiner partei auf den glückswurf eines neuen treffens zu setzen mit thränen in den augen empfing tilly die befehle seines herrn welche ihn zur untätigkeit zwangen so wurde der marsch dieses generals nach franken verzögert und gustav adolph gewann zeit das ganze hochstift zu überschwemmen umsonst daß sich tilly nachher zu aschaffenburg durch zwölftausend lothringer verstärkte und mit einer überlegenen macht zum entsatz der stadt würzburg herbeieilte stadt und zitadelle waren bereits in der schweden gewalt und maximilian von bayern wurde vielleicht nicht ganz unverdienterweise durch die allgemeine stimme beschuldigt den ruin des hochstifts durch seine bedenklichkeiten beschleunigt zu haben gezwungen eine schlacht zu vermeiden begnügte sich tilly den feind am ferneren vorrücken zu verhindern aber nur sehr wenige plätze konnte er dem ungestüm der schweden entreißen nach einem vergeblichen versuch eine truppenverstärkung in die von den kaiserlichen schwach besetzte stadt hanau zu werfen deren besitz dem könig einen zu großen vorteil gab ging er bei seligen stadt über den main und richtete seinen lauf nach der bergstraße um die pfälzischen lande gegen den andrang des siegers zu schützen graf tilly war nicht der einzige feind den gustav adolph in franken auf seinem wege fand und vor sich her trieb auch herzog karl von lothringen durch den unbestand seines charakters seine eiteln entwürfe und sein schlechtes glück in den jahrbüchern des damaligen europens berüchtigt hatte seinen kleinen arm gegen den schwedischen helden aufgehoben um sich bei kaiser ferdinand dem zweiten den kurhut zu verdienen taub gegen die vorschriften einer vernünftigen staatskunst folgte er bloß den eingebungen einer stürmischen ehrbegierde reizte durch unterstützung des kaisers frankreich seinen furchtbaren nachtbar und entblößte um auf fernem boden ein schimmerndes phantom das ihn doch immer floh zu verfolgen seine erblande welche ein französisches kriegsherr gleich einer reißenden flut überschwemmte gerne gönnte man ihm in österreich die ehre sich gleich den übrigen fürsten der ligue für das wohl des erzhauses zugrunde zu richten von eilten hoffnungen trunken brachte dieser prinz ein heer von siebzehntausend mann zusammen das er in eigener person gegen die schweden ins feld führen wollte wenn es gleich diesen truppen an mannszucht und tapferkeit gebrach so reizten sie doch durch einen glänzenden aufputz die augen und so sehr sie im angesicht des feindes ihre bravour verbargen so freigiebig ließen sie solche an dem wehrlosen bürger und landmann aus zu deren verteidigung sie gerufen waren gegen den kühnen mut und die furchtbare disziplin der schweden konnte diese zierlich geputzte armee nicht lange standhalten ein panischer schrecken ergriff sie als die schwedische reiterei gegen sie ansprengte und mit leichter mühe waren sie aus ihren quartieren im würzburgischen verscheucht das unglück einiger regimenter verursachte ein allgemeines ausreißen unter den truppen und der schwache überrest eilte sich in einigen städten jenseits des rheins vor der nordischen tapferkeit zu verbergen ein spott der deutschen und mit schande bedeckt sprengte ihr anführer über straßburg nach hause mehr als zu glücklich den zorn seines überwinders der ihn vorher aus dem felde schlug und dann erst wegen seiner feindseligkeiten zur rechenschaft setzte durch einen demüthigen entschuldigungsbrief zu besänftigen ein bauer aus einem rheinischen dörfe sagt man er dreistete sich dem pferde des herzogs als er auf seiner flucht vorbeigeritten kam einen schlag zu versetzen frisch zu herr sagte der bauer ihr müsst schneller laufen wenn ihr vor dem großen schwedenkönig ausreist das unglückliche beispiel seines nachbars hatte dem bischof von bamberg klügere maßregeln eingegeben um die plünderung seiner lande zu verhüten kam er dem könig mit anerbietungen des friedens entgegen welche aber bloß dazu dienen sollten den lauf seiner waffen so lange bis hilfe herbeikäme zu verzögern gustav adolf selbst viel zu redlich um bei einem anderen arglist zu befürchten nahm bereitwillig die erbietungen des bischofs an und nannte schon die bedingungen unter welchen er das hochstift mit jeder feindlichen behandlung verschonen wollte er zeigte sich um so mehr dazu geneigt da ohnehin seine absicht nicht war mit bambergs eroberung die zeit zu verlieren und seine übrigen entwürfe ihn nach den rheinländern riefen die eilfertigkeit mit der er die ausführung dieser entwürfe verfolgte brachte ihn um die geldsummen welche er durch ein längeres verweilen in franken dem ohnmächtigen bischof leicht hätte abängstigen können denn dieser schlaue prelat ließ die unterhandlung fallen sobald sich das kriegsgewitter von seinen grenzen entfernte kaum hatte ihm gustav adolf den rücken zugewendet so warf er sich dem grafen tilly in die arme und nahm die truppen des kaisers in die nämlichen städte und festungen auf welche er kurz zuvor dem könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte aber er hatte den ruin seines bistums durch diesen kunstgriff nur auf kurze zeit verzögert ein schwedischer feldherr der in franken zurückgelassen ward übernahm es den bischof dieser treulosigkeit wegen zu züchtigen und das bistum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen schauplatz des kriegs welchen freund und feind auf gleiche weise verwüsteten zweiter theil drittes buch von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die flucht der kaiserlichen deren drohende gegenwart den entschließungen der fränkischen stände bisher zwang angethan hatte und das menschenfreundliche betragen des königs machten dem adel sowohl als den bürgern dieses kreises mut sich den schweden günstig zu bezeigen nürnberg übergab sich feierlich dem schutze des königs die fränkische ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte manifeste gewonnen in denen er sich herab ließ sich wegen seiner feindlichen erscheinung in ihrem lande zu entschuldigen der wohlstand frankens und die gewissenhaftigkeit welche der schwedische krieger bei seinem verkehr mit den eingeborenen zu beobachten pflegte brachte den überfluß in das königliche lager die gunst in welche sich gustav adolph bei dem adel des ganzen kreises zu setzen gewußt hatte die bewunderung und ehrfurcht welche ihm seine glänzenden thaten selbst bei dem feind erweckten die reiche beute die man sich im dienst eines stets siegreichen königs versprach kamen ihm bei der truppenwerbung sehr zu statten die der abgang so vieler besatzungen von dem hauptheere nothwendig machte aus allen gegenden des frankenlandes eilte man haufenweise herbei sobald nur die trommel gerührt wurde der könig hatte auf die einnahme frankens nicht viel mehr zeit verwenden können als er überhaupt gebraucht hatte es zu durcheilen die unterwerfung des ganzen kreises zu vollenden und das eroberte zu behaupten wurde gustav horn einer seiner tüchtigsten generale mit einem achttausend mann starken kriegsheere zurückgelassen er selbst eilte mit der hauptarmee die durch die werbungen in franken verstärkt war gegen den rhein um sich dieser grenze des reichs gegen die spanier zu versichern die geistlichen kurfürsten zu entwaffnen und in diesen wohlhabenden ländern neue hilfsquellen zur fortsetzung des kriegs zu eröffnen er folgte dem lauf des mainstroms seligenstadt aschaffenburg steinheim alles land an beiden ufern des flusses ward auf diesem zuge zur unterwerfung gebracht selten erwarteten die kaiserlichen besatzungen seine ankunft niemals behaupteten sie sich schon einige zeit vorher war es einem seiner obersten geglückt die stadt und citadelle hanau auf deren erhaltung graf tilly so bedacht gewesen war den kaiserlichen durch einen ueberfall zu entreißen froh von dem unerträglichen druck dieser soldateska befreit zu sein unterwarf sich der graf bereitwillig dem gelindernjoche des schwedischen königs auf die stadt frankfurt war jetzt das vorzüglichste augenmerk gustav adolphs gerichtet dessen maxime es überhaupt auf deutschem boden war sich durch die freundschaft und den besitz der wichtigern städte den rücken zu decken frankfurt war eine von den ersten reichsstädten gewesen die er schon von sachsen aus zu seinem empfang hatte vorbereiten lassen und nun ließ er es von offenbach aus durch neue abgeordnete abermals auffordern ihm den durchzug zu gestatten und besatzung einzunehmen gerne wäre diese reichsstadt mit der bedenklichen wahl zwischen dem könig von schweden und dem kaiser verschont geblieben denn welche partei sie auch ergriff so hatte sie für ihre privilegien und ihren handel zu fürchten schwer konnte der zorn des kaisers auf sie fallen wenn sie sich voreilig dem könig von schweden unterwarf und dieser nicht mächtig genug bleiben sollte seine anhänger in deutschland gegen den kaiserlichen despotismus zu schützen aber noch weit verderblicher für sie war der unwille eines unwiderstehlichen siegers der mit einer furchtbaren armee schon gleichsam vor ihren thoren stand und sie auf unkosten ihres ganzen handels und wohlstandes für ihre widersetzlichkeit züchtigen konnte umsonst führte sie durch ihre abgeordneten zu ihrer entschuldigung die gefahren an welche ihre messen ihre privilegien vielleicht ihre reichsfreiheit selbst bedrohten wenn sie durch ergreifung der schwedischen partei den zorn des kaisers auf sich laden sollte gustav adolph stellte sich verwundert daß die stadt frankfurt in einer so äußerst wichtigen sache als die freiheit des ganzen deutschlands und das schicksal der protestantischen kirche sei von ihren jahrmärkten spreche und für zeitliche vorteile die große angelegenheit des vaterlandes und ihres gewissens hintansetze er habe setzte er drohend hinzu von der insel rügen an bis zu allen festungen und städten am main den schlüssel gefunden und werde ihn auch zu der stadt frankfurt zu finden wissen das beste deutschlands und die freiheit der protestantischen kirche seien allein der zweck seiner gewaffneten ankunft und bei dem bewußtsein einer so gerechten sache sei er schlechterdings nicht gesonnen sich durch irgendein hindernis in seinem lauf aufhalten zu lassen er sehe wohl daß ihm die frankfurter nichts als die finger reichen wollten aber die ganze hand müsse er haben um sich daran halten zu können den deputierten der stadt welche diese antwort zurückbrachten folgte er mit seiner ganzen armee auf dem fuße nach und erwartete in völliger schlachtordnung vor sachsenhausen die letzte erklärung des rats wenn die stadt frankfurt bedenken getragen hatte sich den schweden zu unterwerfen so war es bloß aus furcht vor dem kaiser geschehen ihre eigene neigung ließ die bürger keinen augenblick zweifelhaft zwischen dem unterdrücker der deutschen freiheit und dem beschützer derselben die drohenden zugustungen unter welchen gustav adolf ihre erklärung jetzt forderte konnten die strafbarkeit ihres abfalls in den augen des kaisers vermindern und den schritt den sie gern taten durch den schein einer erzwungenen handlung beschönigen jetzt also öffnete man dem könig von schweden die thore der seine armee in prachtvollem zuge und bewundernswürdiger ordnung mitten durch diese kaiserstadt führte sechshundert mann blieben in sachsenhausen zur besatzung zurück der könig selbst rückte mit der übrigen armee noch an demselben abend gegen die mainzische stadt höchst an welche vor einbrechender nacht schon erobert war während das gustav adolf längs dem mainstrom eroberungen machte krönte das glück die unternehmungen seiner generale und bundesverwandten auch im nördlichen deutschland rostock wismar und dömitz die einzigen noch übrigen festen oerter im herzogthum mecklenburg welche noch unter dem joche kaiserlicher besatzungen seufzten wurden von dem rechtmäßigen besitzer herzog johann albrecht unter der leitung des schwedischen feldherrn achatius todt bezwungen umsonst versuchte es der kaiserliche general wolf graf von mannsfeld den schweden das stift halberstadt von welchem sie sogleich nach dem leipziger siege besitz genommen wieder zu entreißen er mußte bald darauf auch das stift magdeburg in ihren händen lassen ein schwedischer general banner der mit einem achttausend mann starken heere an der elbe zurückgeblieben war hielt die stadt magdeburg auf das engste eingeschlossen und hatte schon mehrere kaiserliche regimenter niedergeworfen welche zum entsatz dieser stadt herbeigeschickt worden der graf von mannsfeld vertheidigte sie zwar in person mit sehr vieler herzhaftigkeit aber zu schwach an mannschaft um dem zahlreichen heere der belagerer lange widerstand leisten zu können dachte er schon auf die bedingungen unter welchen er die stadt übergeben wollte als der general pappenheim zu seinem entsatz herbeikam und die feindlichen waffen anderswo beschäftigte dennoch wurde magdeburg oder vielmehr die schlechten hütten die aus den ruinen dieser großen stadt traurig hervorblickten in der folge von den kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich darauf von den schweden in besitz genommen auch die stände des niedersächsischen kreises wagten es nach den glücklichen unternehmungen des königs ihr haupt wieder von dem schlage zu erheben den sie in dem unglücklichen dänischen kriege durch wallenstein und tilly erlitten hatten sie hielten zu hamburg eine zusammenkunft auf welcher die errichtung von drei regimentern verabredet wurde mit deren hilfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen besatzungen zu entledigen hofften dabei ließ es der bischof von bremen ein verwandter des schwedischen königs noch nicht bewenden er brachte auch für sich besonders truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose pfaffen und mönche hatte aber das unglück durch den kaiserlichen general grafen von gronsfeld bald entwaffnet zu werden auch georg herzog von lüneburg vormals oberster in ferdinands diensten ergriff jetzt gustav adolphs partei und warb einige regimenter für diesen monarchen wodurch die kaiserlichen truppen in niedersachsen zu nicht geringem vorteil des königs beschäftigt wurden noch weit wichtigere dienste aber leistete dem könig landgraf wilhelm von hessen kassel dessen siegreiche waffen einen großen teil von westphalen und niedersachsen das stift fulda und selbst das kurfürstentum köln zittern machten man erinnert sich daß unmittelbar nach dem bündnis welches der landgraf im lager zu werben mit gustav adolph geschlossen hatte zwei kaiserliche generale von fugger und altringer von dem grafen tilly nach hessen beordert wurden den landgrafen wegen seines abfalls vom kaiser zu züchtigen aber mit männlichem mut hatte dieser fürst den waffen des feindes sowie seine landstände den aufruhrpredigenden manifesten des grafen tilly widerstanden und bald befreite ihn die leipziger schlacht von diesen verwüstenden scharen er benutzte ihre entfernung mit eben so viel muth als entschlossenheit eroberte in kurzer zeit bach münden und höxter und ängstigte durch seine schleunigen fortschritte das stift fulda paderborn und alle an hessen grenzenden stifter die in furcht gesetzten staaten eilten durch eine zeitige unterwerfung seinen fortschritten grenzen zu setzen und entgingen der plünderung durch beträchtliche geldsummen die sie im freiwillig entrichteten nach diesen glücklichen unternehmungen vereinigte der landgraf sein siegreiches heer mit der hauptarmee gustav adolphs und er selbst fand sich zu frankfurt bei diesem monarchen ein um den ferneren operationsplan mit ihm zu verabreden mehrere prinzen und auswärtige gesandte waren mit ihm in dieser stadt erschienen um der größe gustav adolphs zu huldigen seine gunst anzuflehen oder seinen zorn zu besänftigen unter diesen war der merkwürdigste der vertriebene könig von böhmen und pfalzgraf friedrich der fünfte der aus holland dahin geeilt war sich seinem rächer und beschützer in die arme zu werfen gustav adolph erwies ihm die unfruchtbare ehre ihn als ein gekröntes haupt zu begrüßen und bemühte sich ihm durch eine edle teilnahme sein unglück zu erleichtern aber soviel sich auch friedrich von der macht und dem glück seines beschützers versprach soviel er auf die gerechtigkeit und großmut desselben baute so weit entfernt war dennoch die hoffnung zur wiederherstellung dieses unglücklichen in seinen verlorenen ländern die untätigkeit und die widersinnige politik des englischen hofes hatte den eifer gustav adolphs erkältet und eine empfindlichkeit über die er nicht ganz meister werden konnte ließ ihn hier den glorreichen beruf eines beschützers der unterdrückten vergessen den er bei seiner erscheinung im deutschen reiche so laut angekündigt hatte auch den landgrafen georg von hessen hatte die furcht vor der unwiderstehlichen macht und der nahen rache des königs herbeigelockt und zu einer zeitigen unterwerfung bewogen die verbindungen in welchen dieser fürst mit dem kaiser stand und sein geringer eifer für die protestantische sache waren dem könig kein geheimniß aber er begnügte sich einen so ohnmächtigen feind zu verspotten da der landgraf sich selbst und die politische lage deutschlands wenig genug kannte um sich ebenso unwissend als dreist zum mittler zwischen beiden parteien aufzuwerfen so pflegte ihn gustav adolph spottweise nur den friedensstifter zu nennen oft hörte man ihn sagen wenn er mit dem landgrafen spielte und ihm geld abgewann er freue sich doppelt des gewonnenen geldes weil es kaiserliche münze sei landgraf georg dankte es bloß seiner verwandtschaft mit dem kurfürsten von sachsen den gustav adolph zu schonen ursache hatte daß sich dieser monarch mit übergabe seiner festung rüsselsheim und mit der zusage begnügte eine strenge neutralität in diesem kriege zu beobachten auch die grafen des westerwaldes und der wetterau waren in frankfurt bei dem könig erschienen um ein bündnis mit ihm zu errichten und ihm gegen die spanier ihren beistand anzubieten der ihm in der folge sehr nützlich war die stadt frankfurt selbst hatte alle ursachen sich der gegenwart des monarchen zu rühmen der durch seine königliche autorität ihren handel in schutz nahm und die sicherheit der messen die der krieg sehr gestört hatte durch die nachdrücklichsten vorkehrungen wiederherstellte die schwedische armee war jetzt durch zehntausend hessen verstärkt welche landgraf wilhelm von kassel dem könig zugeführt hatte schon hatte gustav adolph königstein angreifen lassen kostheim und flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen belagerung er beherrschte den ganzen mainstrom und zu höchst wurden in aller eile fahrzeuge gezimmert um die truppen über den rhein zu setzen diese anstalten erfüllten den kurfürsten von mainz anselm casimir mit furcht und er zweifelte keinen augenblick mehr daß er der nächste sei den der sturm des krieges bedrohte als ein anhänger des kaisers und eines der thätigsten mitglieder der katholischen ligue hatte er kein besseres los zu hoffen als seine beiden amtsbrüder die bischöfe von würzburg und bamberg bereits getroffen hatte die lage seiner länder am rheinstrom machte es dem feinde zur nothwendigkeit sich ihrer zu versichern und überdem war dieser gesegnete strich landes für das bedürftige heer eine unüberwindliche reizung aber zu wenig mit seinen kräften und dem gegner bekannt den er vor sich hatte schmeichelte sich der kurfürst gewalt durch gewalt abzutreiben und durch die festigkeit seiner welle die schwedische tapferkeit zu ermüden er ließ in aller eile die festungswerke seiner residenzstadt ausbessern versah sich mit allem was sie fähig machte eine lange belagerung auszuhalten und nahm noch überdies zweitausend spanier in seine mauern auf welche ein spanischer general don philipp von sylva kommandierte um den schwedischen fahrzeugen die annäherung unmöglich zu machen ließ er die mündung des mains durch viele eingeschlagene pfähle verrammeln auch große steinmassen und ganze schiffe in dieser gegend versenken er selbst flüchtete sich in begleitung des bischofs von worms mit seinen besten schätzen nach köln und überließ stadt und land der raubgier einer tyrannischen besatzung alle diese vorkehrungen welche weniger wahren mut als ohnmächtigen trotz verrieten hielten die schwedische armee nicht ab gegen mainz vorzurücken und die ernstlichsten anstalten zum angriff der stadt zu machen während das sich ein teil der truppen in dem rheingau verbreitete alles was sich von spaniern dort fand niedermachte und übermäßige kontributionen erpresste ein anderer die katholischen orter des westerwaldes und der wetterau brandschatzte hatte sich die hauptarmee schon bei castell mainz gegenüber gelagert und herzog bernhard von weimar sogar am jenseitigen rheinufer den mäuseturm und das schloß ehrenfeld erobert schon beschäftigte sich gustav adolph ernstlich damit den rhein zu passieren und die stadt von der landseite einzuschließen als ihn die fortschritte des grafen tilly in franken eilfertig von dieser belagerung abriefen und dem kurfürstentum eine obgleich nur kurze ruhe verschafften die gefahr der stadt nürnberg welche graf tilly während der abwesenheit gustav adolphs am rheinstrom mine machte zu belagern und im fall eines widerstandes mit dem schrecklichen schicksal magdeburgs bedrohte hatte den könig von schweden zu diesem schnellen aufbruch von mainz bewogen um sich nicht zum zweiten mal vor ganz deutschland den vorwürfen und der schande auszusetzen eine bundesverwandte stadt der willkür eines grausamen feindes geopfert zu haben machte er sich in beschleunigten märschen auf diese wichtige reichsstadt zu entsetzen aber schon zu frankfurt erfuhr er den herzhaften widerstand der nürnberger und den abzug des tilly und säumte jetzt keinen augenblick seine absichten auf mainz zu verfolgen da es ihm bei castell mißlungen war unter den kanonen der belagerten den übergang über den rhein zu gewinnen so richtete er jetzt um von einer andern seite der stadt beizukommen seinen lauf nach der bergstraße bemächtigte sich auf diesem wege jedes wichtigen platzes und erschien zum zweiten mal an den ufern des rheins bei stockstadt zwischen gernsheim und oppenheim die ganze bergstraße hatten die spanier verlassen aber das jenseitige rheinufer suchten sie noch mit vieler hartnäckigkeit zu verteidigen sie hatten zu diesem ende alle fahrzeuge aus der nachbarschaft zum teil verbrannt zum teil in die tiefe versenkt und standen jenseits des stroms zum furchtbarsten angriff gerüstet wenn etwa der könig an diesem ort den übergang wagen würde der mut des königs setzte ihn bei dieser gelegenheit einer sehr großen gefahr aus in feindliche hände zu geraten um das jenseitige ufer zu besichtigen hatte er sich in einem kleinen nachen über den fluß gewagt kaum aber war er gelandet so überfiel ihn ein haufen spanischer reiter aus deren händen ihn nur die eilfertigste rückkehr befreite endlich gelang es ihm durch vorschub etlicher benachbarter schiffer sich einiger fahrzeuge zu bemächtigen auf deren zweien er den grafen von brahe mit dreihundert schweden übersetzen ließ nicht so bald hatte dieser zeit gewonnen sich am jenseitigen ufer zu verschanzen als er von vierzehn kompanien spanischer dragoner und cuirassiere überfallen wurde so groß die ueberlegenheit des feindes war so tapfer wehrte sich brahe mit seiner kleinen schar und sein heldenmüthiger widerstand verschaffte dem könig zeit ihn in eigener person mit frischen truppen zu unterstützen nun ergriffen die spanier nach einem verlust von sechshundert todten die flucht einige eilten die feste stadt oppenheim andere mainz zu gewinnen ein marmorner löwe auf einer hohen säule in der rechten klaue ein bloßes schwert auf dem kopf eine sturmhaube tragend zeigte noch siebenzig jahre nachher dem wanderer die stelle wo der unsterbliche könig den hauptstrom germaniens passierte gleich nach dieser glücklichen aktion setzte gustav adolph das geschütz und den größten theil der truppen über den fluß und belagerte oppenheim welches nach einer verzweifelten gegenwehr am achten dezember sechzehnhundertunddreißig mit stürmender hand erstiegen ward fünfhundert spanier welche diesen ort so herzhaft verteidigt hatten wurden insgesamt ein opfer der schwedischen furie die nachricht von gustavs übergang über den rheinstrom erschreckte alle spanier und lothringer welche das jenseitige land besetzt und sich hinter diesem flusse vor der rache der schweden geborgen geglaubt hatten schnelle flucht war jetzt ihre einzige sicherheit jeder nicht ganz haltbare ort ward aufs eilfertigste verlassen nach einer langen reihe von gewaltthätigkeiten gegen den wehrlosen bürger räumten die lothringer die stadt worms welche sie noch vor ihrem abzuge mit muthwilliger grausamkeit mißhandelten die spanier eilten sich in frankenthal einzuschließen in welcher stadt sie sich hoffnung machten den siegreichen waffen gustav adolphs zu trotzen der könig verlor nunmehr keine zeit seine absichten auf die stadt mainz auszuführen in welche sich der kern der spanischen truppen geworfen hatte indem er jenseits des rheinstroms gegen diese stadt anrückte hatte sich der landgraf von hessen kassel diesseits des flusses derselben genähert und auf dem wege dahin mehrere feste plätze unter seine botmäßigkeit gebracht die belagerten spanier obgleich von beiden seiten eingeschlossen zeigten anfänglich viel muth und entschlossenheit das äußerste zu erwarten und ein ununterbrochenes heftiges bombenfeuer regnete mehrere tage lang in das schwedische lager welches dem könige manchen braven soldaten kostete aber dieses muthvollen widerstands ungeachtet gewannen die schweden immer mehr boden und waren im stadtgraben schon so nahe gerückt daß sie sich ernstlich zum sturm anschickten jetzt sank den belagerten der muth mit recht zitterten sie vor dem wilden ungestüm des schwedischen soldaten wovon der marienberg bei würzburg ein schreckhaftes zeugnis ablegte ein fürchterliches los erwartete die stadt mainz wenn sie im sturm erstiegen werden sollte und leicht konnte der feind sich versucht fühlen magdeburgs schauderhaftes schicksal an dieser reichen und prachtvollen residenz eines katholischen fürsten zu rächen mehr um die stadt als um ihr eigenes leben zu schonen kapitulierte am vierten tag die spanische besatzung und erhielt von der großmuth des königs ein sicheres geleite bis nach luxemburg doch stellte sich der größte theil derselben wie bisher schon von mehreren geschehen war unter schwedische fahnen am 13 dezember 1631 hielt der könig von schweden seinen einzug in die eroberte stadt und nahm im palast des kurfürsten seine wohnung achtzig kanonen fielen als beute in seine hände und mit achttausend gulden mußte die bürgerschaft die plünderung abkaufen von dieser schatzung waren die juden und die geistlichkeit ausgeschlossen welche noch für sich besonders große summen zu entrichten hatten die bibliothek des kurfürsten nahm der könig als sein eigentum zu sich und schenkte sie seinem reichskanzler der sie dem gymnasium zu westeres abtrat aber das schiff das sie nach schweden bringen sollte scheiterte und die ostsee verschlang diesen unersetzlichen schatz nach dem verlust der stadt mainz hörte das unglück nicht auf die spanier in den gegenden des rheins zu verfolgen kurz vor eroberung jener stadt hatte der landgraf von hessenkassel falkenstein und reifenberg eingenommen die festung königstein ergab sich den hessen der rheingraf otto ludwig einer von den generalen des königs hatte das glück neun spanische schwadronen zu schlagen die gegen frankenthal im anzuge waren und sich der wichtigsten städte am rheinstrom von bobbat bis bacharach zu bemächtigen nach einnahme der festung braunfels welche die wetterauischen grafen mit schwedischer hilfe zustande brachten verloren die spanier jeden platz in der wetterau und in der ganzen pfalz konnten sie außer frankenthal nur sehr wenige städte retten landau und kronweißenburg erklärten sich laut für die schweden speyer bot sich an truppen zum dienst des königs zu werben mannheim ging durch die besonnenheit des jungen herzogs bernhard von weimar und durch die nachlässigkeit des dortigen kommandanten verloren der auch dieses unglücks wegen zu heidelberg vor das kriegsgericht gefordert und enthauptet ward der könig hatte den feldzug bis tief in den winter verlängert und wahrscheinlich war selbst die rauhigkeit der jahreszeit mit eine ursache der überlegenheit gewesen welche der schwedische soldat über den feind behauptete jetzt aber bedurften die erschöpften truppen der erholung in den winterquartieren welche ihnen gustav adolph auch bald nach eroberung der stadt mainz in der umliegenden gegend bewilligte er selbst benutzte die ruhe welche die jahreszeit seinen kriegerischen operationen auflegte dazu die geschäfte des kabinetts mit seinem reichskanzler abzutun der neutralität wegen mit dem feind unterhandlungen zu pflegen und einige politische streitigkeiten mit einer bundesverwandten macht zu beendigen zu denen sein bisheriges betragen den grund gelegt hatte zu seinem winteraufenthalt und zum mittelpunkt dieser staatsgeschäfte erwählte er die stadt mainz gegen die er überhaupt eine größere neigung blicken ließ als sich mit dem interesse der deutschen fürsten und mit dem kurzen besuche vertrug den er dem reiche hatte abstatten wollen nicht zufrieden die stadt auf das stärkste befestigt zu haben ließ er auch ihr gegenüber in dem winkel den der main mit dem rheine macht eine neue zitadelle anlegen die nach ihrem stifter gustavsburg genannt aber unter dem namen pfaffenraub pfaffenzwang bekannter geworden ist zweiter teil drittes buch zwei zweiter teil drittes buch drei von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org geschichte des dreißigjährigen kriegs drittes buch drei indem gustav adolph sich meister vom rhein machte und die drei angrenzenden kurfürstenthümer mit seinen siegreichen waffen bedrohte wurde in paris und saint germain von seinen wachsamen feinden jeder kunstgriff der politik in bewegung gesetzt ihm den beistand frankreichs zu entziehen und ihn womöglich mit dieser macht in krieg zu verwickeln er selbst hatte durch die unerwartete und zweideutige wendung seiner waffen gegen den rheinstrom seine freunde stutzen gemacht und seinen gegnern die mittel dargereicht ein gefährliches mißtrauen in seine absichten zu erregen nachdem er das hochstift würzburg und den größten theil frankens seiner macht unterworfen hatte stand es bei ihm durch das hochstift bamberg und durch die obere pfalz in bayern und oesterreich einzubrechen und die erwartung war so allgemein als natürlich daß er nicht säumen würde den kaiser und den herzog von bayern im mittelpunkt ihrer macht anzugreifen und durch ueberwältigung dieser beiden hauptfeinde den krieg auf das schnellste zu endigen aber zu nicht geringem erstaunen beider streitenden theile verließ gustav adolph die von der allgemeinen meinung ihm vorgezeichnete bahn und anstatt seine waffen zur rechten zu kehren wendete er sie zur linken um die minder schuldigen und minder zu fürchtenden fürsten des kurrheins seine macht empfinden zu lassen indem er seinen zwei wichtigsten gegnern frist gab neue kräfte zu sammeln nichts als die absicht durch vertreibung der spanier vor allen dingen den unglücklichen pfalzgrafen friedrich den fünften wieder in den besitz seiner länder zu setzen konnte diesen überraschenden schritt erklärlich machen und der glaube an die nahe wiederherstellung friedrichs brachte anfangs auch wirklich den argwohn seiner freunde und die verleumdungen seiner gegner zum schweigen jetzt aber war die untere pfalz fast durchgängig von feinden gereinigt und gustav adolph fuhr fort neue eroberungsplane am rhein zu entwarfen er fuhr fort die eroberte pfalz dem rechtmäßigen besitzer zurückzuhalten vergebens erinnerte der abgesandte des königs von england den eroberer an das was die gerechtigkeit von ihm forderte und sein eigenes feierlich ausgestelltes versprechen ihm zur ehrenpflicht machte gustav adolph beantwortete diese aufforderung mit bittern klagen über die untätigkeit des englischen hofes und rüstete sich lebhaft seine sieghaften fahnen mit nächstem in elsaß und selbst in lothringen auszubreiten jetzt wurde das mißtrauen gegen den schwedischen monarchen laut und der haß seiner gegner zeigte sich äußerst geschäftig die nachteiligsten gerüchte von seinen absichten zu verbreiten schon längst hatte der minister ludwigs des dreizehnten richelieu der annäherung des königs gegen die französischen grenzen mit unruhe zugesehen und das mißtrauische gemüt seines herrn öffnete sich nur allzu leicht den schlimmen mutmaßungen welche darüber angestellt wurden frankreich war um eben diese zeit in einen bürgerlichen krieg mit dem protestantischen teil seiner bürger verwickelt und die furcht war in der tat nicht ganz grundlos daß die annäherung eines siegreichen königs von ihrer partei ihren gesunkenen mut neu beleben und sie zu dem gewaltsamsten widerstand aufmuntern möchte dies konnte geschehen auch wenn gustav adolph auf das weiteste davon entfernt war ihnen hoffnung zu machen und an seinem bundesgenossen dem könig von frankreich eine wirkliche untreue zu begehen aber der rachgierige sinn des bischofs von würzburg der den verlust seiner länder am französischen hofe zu verschmerzen suchte die giftvolle beredsamkeit der jesuiten und der geschäftige eifer des bayerischen ministers stellten dieses gefährliche verständniß zwischen den hugenotten und dem könig von schweden als ganz erwiesen dar und wußten den furchtsamen geist ludwigs mit den schrecklichsten besorgnissen zu bestürmen nicht bloß thörichte politiker auch manche nicht unverständige katholiken glaubten in vollem ernst der könig werde mit nächstem in das innerste frankreich eindringen mit den hugenotten gemeine sache machen und die katholische religion in dem königreich umstürzen fanatische eiferer sahen ihn schon mit einer armee über die alpen klimmen und den statthalter christi selbst in italien entthronen so leicht sich träumereien dieser art von selbst widerlegten so war dennoch nicht zu leugnen daß gustav durch seine kriegsunternehmungen am rhein dem argwohn seiner gegner eine gefährliche blöße gab und einigermaßen den verdacht rechtfertigte als ob er seine waffen weniger gegen den kaiser und den herzog von bayern als gegen die katholische religion überhaupt habe richten wollen das allgemeine geschrei des unwillens welches die katholischen höfe von den jesuiten aufgereizt gegen frankreichs verbindungen mit den feinden der kirche erhoben bewog endlich den kardinal von richelieu für die sicherstellung seiner religion einen entscheidenden schritt zu thun und die katholische welt zugleich von dem ernstlichen religionseifer frankreichs und von der eigennützigen politik der geistlichen reichsstände zu überführen überzeugt daß die absichten des königs von schweden so wie seine eigenen nur auf die demütigung des hauses österreich gerichtet seien trug er kein bedenken den ligistischen fürsten von seiten schwedens eine vollkommene neutralität zu versprechen sobald sie sich der allianz mit dem kaiser entschlagen und ihre truppen zurückziehen wurden welchen entschluß nun die fürsten fassten so hatte richelieu seinen zweck erreicht durch ihre trennung von der österreichischen partei wurde ferdinand den vereinigten waffen frankreichs und schwedens wehrlos bloßgestellt und gustav adolf von allen seinen übrigen feinden in deutschland befreit konnte seine ungetheilte macht gegen die kaiserlichen erbländer kehren unvermeidlich war dann der fall des österreichischen hauses und dieses letzte große ziel aller bestrebungen richelieus ohne nachtheil der kirche errungen ungleich mißlicher hingegen war der erfolg wenn die fürsten der ligue auf ihrer weigerung bestehen und dem österreichischen bündnis noch fernerhin getreu bleiben sollten dann aber hatte frankreich vor dem ganzen europa seine katholische gesinnung erwiesen und seinen pflichten als glied der römischen kirche ein genüge getan die fürsten der ligue erschienen dann allein als die urheber alles unglücks welches die fortdauer des kriegs über das katholische deutschland unausbleiblich verhängen mußte sie allein waren es die durch ihre eigensinnige anhänglichkeit an den kaiser die maßregeln ihres beschützers vereitelten die kirche in die äußerste gefahr und sich selbst ins verderben stürzten richelieu verfolgte diesen plan um so lebhafter je mehr er durch die wiederholten anforderungen des kurfürsten von bayern um französische hilfe ins gedränge gebracht wurde man erinnert sich daß dieser fürst schon seit der zeit als er ursache gehabt hatte ein misstrauen in die gesinnungen des kaisers zu setzen in ein geheimes bündnis mit frankreich getreten war wodurch er sich den besitz der pfelsischen kurwürde gegen eine künftige sinnesänderung ferdinands zu versichern hoffte so deutlich auch schon der ursprung dieses traktats zu erkennen gab gegen welchen feind er errichtet worden so dehnte ihn maximilian jetzt willkürlich genug auch auf die angriffe des königs von schweden aus und trug kein bedenken dieselbe hilfleistung welche man ihm bloß gegen österreich zugesagt hatte auch gegen gustav adolph den alliierten der französischen krone zu fördern durch diese widersprechende allianz mit zwei einander entgegengesetzten mächten in verlegenheit gesetzt wußte sich richelieu nur dadurch zu helfen daß er den feindseligkeiten zwischen beiden ein schleuniges ende machte und ebenso wenig geneigt bayern preiszugeben als durch seinen vertrag mit schweden außer stand gesetzt es zu schützen verwendete er sich mit ganzem eifer für die neutralität als das einzige mittel seinen doppelten verbindungen ein genügel zu leisten ein eigner bevollmächtigter marquis von brez wurde zu diesem ende an den könig von schweden nach mainz abgeschickt seine gesinnungen über diesen punkt zu erforschen und für die alliierten fürsten günstige bedingungen von ihm zu erhalten aber so wichtige ursachen ludwig der dreizehnte hatte diese neutralität zu stande gebracht zu sehen so triftige gründe hatte gustav adolph das gegenteil zu wünschen durch zahlreiche proben überzeugt daß der abscheu der ligistischen fürsten vor der protestantischen religion unüberwindlich ihr haß gegen die ausländische macht der schweden unauslöschlich ihre anhänglichkeit an das haus österreich unvertilgbar sei fürchtete er ihre offenbare feindschaft weit weniger als er einer neutralität mißtraute die mit ihrer neigung so sehr im widerspruche stand da er sich überdies durch seine lage auf deutschem boden genötigt sah auf kosten der feinde den krieg fortzusetzen so verlor er augenscheinlich wenn er ohne neue freunde dadurch zu gewinnen die zahl seiner öffentlichen feinde verminderte kein wunder also wenn gustav adolph wenig neigung blicken ließ die neutralität der katholischen fürsten wodurch ihm so wenig geholfen war durch aufopferung seiner errungenen vorteile zu erkaufen die bedingungen unter welchen er dem kurfürsten von bayern die neutralität bewilligte waren drückend und diesen gesinnungen gemäß er forderte von der katholischen ligue eine gänzliche unthätigkeit zurückziehung ihrer truppen von der kaiserlichen armee aus den eroberten plätzen aus allen protestantischen ländern noch außerdem wollte er die liguistische kriegsmacht auf eine geringe anzahl herabgesetzt wissen alle ihre länder sollten den kaiserlichen armeen verschlossen sein und dem hause oesterreich weder mannschaft noch lebensmittel und munition aus denselben gestattet werden so hart das gesetz war welches der überwinder den überwundenen auflegte so schmeichelte sich der französische mediateur noch immer den kurfürsten von bayern zur annehmung desselben vermögen zu können dieses geschäft zu erleichtern hatte sich gustav adolph bewegen lassen dem letztern einen waffenstillstand auf 14 tage zu bewilligen aber zur nämlichen zeit als dieser monarch durch den französischen agenten wiederholte versicherungen von dem guten fortgang dieser unterhandlung erhielt entdeckte ihm ein aufgefangener brief des kurfürsten an den general pappenheim in westfalen die treulosigkeit dieses prinzen der bei der ganzen negotiation nichts gesucht hatte als zeit zur verteidigung zu gewinnen weit davon entfernt sich durch einen vergleich mit schweden in seinen kriegsunternehmungen fesseln anlegen zu lassen beschleunigte vielmehr der hinterlistige fürst seine rüstung und benutzte die muße die ihm der feind ließ desto nachdrücklichere anstalten zur gegenwehr zu treffen diese ganze neutralitätsunterhandlung zerriß also fruchtlos und hatte zu nichts gedient als die feindseligkeit zwischen bayern und schweden mit desto größerer erbitterung zu erneuern tillys vermehrte macht womit dieser feldherr franken zu überschwemmen drohte forderte den könig dringend nach diesem kreise zuvor aber mußten die spanier von dem rheinstrom vertrieben und ihnen der weg versperrt werden von den niederlanden aus die deutschen provinzen zu bekriegen in dieser absicht hatte gustav adolf bereits dem kurfürsten von trier philipp von zeltern die neutralität unter der bedingung angeboten daß ihm die trierische festung hermannstein eingeräumt und den schwedischen truppen ein freier durchzug durch koblenz bewilligt würde aber so ungern der kurfürst seine länder in spanischen händen sah so viel weniger konnte er sich entschließen sie dem verdächtigen schutz eines ketzers zu übergeben und den schwedischen eroberer zum herrn seines schicksals zu machen da er sich jedoch außer stand sah gegen zwei so furchtbare mitbewerber seine unabhängigkeit zu behaupten so suchte er unter den mächtigen flügen frankreichs schutz gegen beide mit gewohnter staatsklugheit hatte richelieu die verlegenheit dieses fürsten benutzt frankreichs macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen alliierten an deutschlands grenze zu erwerben eine zahlreiche französische armee sollte die trierischen lande decken und die festung ehrenbreitstein französische besatzung einnehmen aber die absicht welche den kurfürsten zu diesem gewagten schritte vermocht hatte wurde nicht ganz erfüllt denn die gereizte empfindlichkeit gustav adolphs ließ sich nicht eher besänftigen als bis auch den schwedischen truppen ein freier durchzug durch die trierischen lande gestattet wurde indem dieses mit trier und frankreich verhandelt wurde hatten die generale des königs das ganze erzstift mainz von dem überreste der spanischen garnisonen gereinigt und gustav adolph selbst durch die einnahme von kreuznach die eroberung dieses landstrichs vollendet das eroberte zu beschützen mußte der reichskanzler oxenstierner mit einem theil der armee an dem mittlern rheinstrome zurückbleiben und das hauptheer setzte sich unter anführung des königs in marsch auf fränkischem boden den feind aufzusuchen um den besitz dieses preises hatten unterdessen graf tilly und der schwedische general von horn den gustav adolph mit achtausend mandarin zurückließ mit abwechselndem kriegsglück gestritten und das hochstift bamberg besonders war zugleich der preis und der schauplatz ihrer verwüstungen von seinen übrigen entwürfen an den rheinstrom gerufen überließ der könig seinem feldherrn die züchtigung des bischofs der durch sein treuloses betragen seinen zorn gereizt hatte und die tätigkeit des generals rechtfertigte die wahl des monarchen in kurzer zeit unterwarf er einen großen teil des bistums den schwedischen waffen und die hauptstadt selbst von der kaiserlichen besatzung im stich gelassen lieferte ihm ein stürmender angriff in die hände dringend forderte nun der verjagte bischof den kurfürsten von bayern zum beistand auf der sich endlich bewegen ließ tillys untätigkeit zu verkürzen durch den befehl seines herrn zur wiedereinsetzung des bischofs bevollmächtigt zog dieser general seine durch die oberpfalz zerstreuten truppen zusammen und näherte sich bamberg mit einem zwanzigtausend mann starken heere gustav horn fest entschlossen seine eroberung gegen diese überlegene macht zu behaupten erwartete hinter den wellen bambergs den feind mußte sich aber durch den bloßen vortrab des tilly entreißen sehen was er der ganzen versammelten armee gehofft hatte streitig zu machen eine verwirrung unter seinen truppen die keine geistesgegenwart des feldherrn zu verbessern vermochte öffnete dem feinde die stadt daß truppen bagage und geschütz nur mit mühe gerettet werden konnten bambergs wiedereroberung war die frucht dieses sieges aber den schwedischen general der sich in guter ordnung über den mainstrom zurückzog konnte graf tilly aller angewandten geschwindigkeit ungeachtet nicht mehr einholen die erscheinung des königs in franken welchem gustav horn den rest seiner truppen bei kitzingen zuführte setzte seinen eroberungen ein schnelles ziel und zwang ihn durch einen zeitigen rückzug für seine eigene rettung zu sorgen zu aschaffenburg hatte der könig allgemeine heerschau über seine truppen gehalten deren anzahl nach der vereinigung mit gustav horn banner und herzog wilhelm von weimar auf beinahe vierzigtausend stieg nichts hemmte seinen marsch durch franken denn graf tilly viel zu schwach einen so sehr überlegenen feind zu erwarten hatte sich in schnellen märchen gegen die donau gezogen böhmen und bayern lagen jetzt dem könig gleich nahe und in der ungewißheit wohin dieser eroberer seinen lauf richten wurde konnte maximilian nicht sogleich eine entschließung fassen der weg welchen man tilly jetzt nehmen ließ mußte die wahl des königs und das schicksal beider provinzen entscheiden gefährlich war es bei der annäherung eines so furchtbaren feindes bayern unvertheidigt zu lassen um österreichs grenzen zu schirmen gefährlicher noch durch aufnahme des tilly in bayern zugleich auch den feind in dies land zu rufen und es zum schauplatz eines verwüstenden kampfes zu machen die sorge des landesvaters siegte endlich über die bedenklichkeiten des staatsmanns und tilly erhielt befehl was auch daraus erfolgen möchte bayerns grenzen mit seiner ganzen macht zu verteidigen mit triumphierender freude empfing die reichsstadt nürnberg den beschützer protestantischer religion und deutscher freiheit und der schwärmerische enthusiasmus der bürger ergoß sich bei seinem anblick in rührende äußerungen des jubels und der bewunderung gustav selbst konnte sein erstaunen nicht unterdrücken sich hier in dieser stadt im mittelpunkt deutschlands zu sehen bis wohin er nie gehofft hatte seine fahnen auszubreiten der edle schöne anstand seiner person vollendete den eindruck seiner glorreichen taten und die herablassung womit er die begrüßungen dieser reichsstadt erwiderte hatte ihm in wenig augenblicken alle herzen erobert in person bestätigte er jetzt das bündnis das er noch an den ufern des belts mit derselben errichtet hatte und verband alle bürger zu einem glühenden tateneifer und brüderlicher eintracht gegen den gemeinschaftlichen feind nach einem kurzen aufenthalt in nürnbergs mauern folgte er seine armee gegen die donau und stand vor der grenzfestung donauwörth ehe man einen feind da vermuthete eine zahlreiche bayerische besatzung verteidigte diesen platz und der anführer derselben rudolf maximilian herzog von sachsen-lauenburg zeigte anfangs die mutigste entschlossenheit sich bis zur ankunft des tilly zu halten bald aber zwang ihn der ernst mit welchem gustav adolph die belagerung anfing auf einen schnellen und sichern abzug zu denken den er auch unter dem heftigsten feuer des schwedischen geschützes glücklich ins werk richtete die einnahme donauwörth eröffnete dem könig das jenseitige ufer der donau und nur der kleine lechstrom trennte ihn noch von bayern diese nahe gefahr seiner länder weckte die ganze tätigkeit maximilians und so leicht er es bis jetzt dem feind gemacht hatte bis an die schwelle seiner staaten zu dringen so entschlossen zeigte er sich nun ihm den letzten schritt zu erschweren jenseits des lechs bei der kleinen stadt rhein bezog tilly ein wohlbefestigtes lager welches von drei flüssen umgeben jedem angriffe trotz bot alle brücken über den lech hatte man abgeworfen die ganze länge des stroms bis augsburg durch starke besatzungen verteidigt und sich dieser reichsstadt selbst welche längst schon ihre ungeduld blicken ließ dem beispiel nürnbergs und frankfurts zu folgen durch einführung einer bayerischen garnison und entwaffnung der bürger versichert der kurfürst selbst schloß sich mit allen truppen die er hatte aufbringen können in das tillische lager ein gleich als ob an diesem einzigen posten alle seine hoffnungen hafteten und das glück der schweden an dieser äußersten grenzmauer scheitern sollte bald erschien gustav adolph am ufer den bayerischen verschanzungen gegenüber nachdem er sich das ganze augsburgische gebiet diesseits des lechs unterworfen und seinen truppen eine reiche zufuhr aus diesem landstrich geöffnet hatte es war im märzmonat wo dieser strom von häufigen regengüssen und von dem schnee der tirolischen gebirge zu einer ungewöhnlichen höhe schwillt und zwischen steilen ufern mit reißender schnelligkeit flutet ein gewisses grab öffnete sich dem waghalsigen stürmer in seinen wellen und am entgegenstehenden ufer zeigten ihm die feindlichen kanonen ihre mörderischen schlünde ertrotzte er dennoch mitten durch die wut des wassers und des feuers den fast unmöglichen uebergang so erwartet die ermatteten truppen ein frischer und mutiger feind in einem unüberwindlichen lager und nach erholung schmachtend finden sie eine schlacht mit erschöpfter kraft müssen sie die feindlichen schanzen ersteigen deren festigkeit jedes angriffs zu spotten scheint eine niederlage an diesem ufer erlitten führt sie unvermeidlich zum untergange denn derselbe strom der ihnen die bahn zum siege erschwert versperrt ihnen alle wege zur flucht wenn das glück sie verlassen sollte der schwedische kriegsrat den der monarch jetzt versammelte machte das ganze gewicht dieser gründe gelten um die ausführung eines so gefahrvollen unternehmens zu hindern auch die tapfersten zagten und eine ehrwürdige schar im dienste grau gewordener krieger erröthete nicht ihre besorgnisse zu gestehen aber der entschluß des königs war gefaßt wie sagte er zu gustav horn der das wort für die übrigen führte über die ostsee über so viele große ströme deutschlands hätten wir gesetzt und vor einem wache vor diesem lech hier sollten wir ein unternehmen aufgeben er hatte bereits bei besichtigung der gegend die er mit mancher lebensgefahr anstellte die entdeckung gemacht daß das diesseitige ufer über das jenseitige merklich hervorrage und die wirkung des schwedischen geschützes vorzugsweise vor dem des feindes begünstige mit schneller besonnenheit wußte er diesen umstand zu nützen unverzüglich ließ er an der stelle wo sich das linke ufer des lechs gegen das rechte zu krümmte drei batterien aufwerfen von welchen zwei und siebenzig feldstücke ein kreuzweises feuer gegen den feind unterhielten während das diese wütende kanonade die bayern von dem jenseitigen ufer entfernte ließ er in größter eilfertigkeit über den lech eine brücke schlagen ein dicker dampf aus angezündetem holz und nassem stroh in einem fort unterhalten entzog das aufsteigende werk lange zeit den augen der feinde in dem zugleich der fast ununterbrochene donner des geschützes das getöse der zimmerexte unhörbar machte er selbst ermunterte durch sein eigenes beispiel den eifer der truppen und brannte mit eigener hand über sechzig kanonen ab mit gleicher lebhaftigkeit wurde diese kanonade zwei stunden lang von den bayern wiewohl mit ungleichem vortheil erwidert da die hervorragenden batterien der schweden das jenseitige niedere ufer beherrschten und die höhe des ihrigen ihnen gegen das feindliche geschütz zur brustwehr diente umsonst strebten die bayern die feindlichen werke vom ufer aus zu zerstören das überlegene geschütz der schweden verscheuchte sie und sie mußten die brücke fast unter ihren augen vollendet sehen tilly that an diesem schrecklichen tage das äußerste den mut der seinigen zu entflammen und keine noch so drohende gefahr konnte ihn von dem ufer abhalten endlich fand ihn der tod den er suchte eine falconettkugel zerschmetterte ihm das bein und bald nach ihm ward auch altringer sein gleich tapferer streitgenosse am kopfe gefährlich verwundet von der begeisternden gegenwart dieser beiden führer verlassen wandten endlich die bayern und wieder seine neigung wurde selbst maximilian zu einem kleinmütigen entschluß fortgerissen von den vorstellungen des sterbenden tilly besiegt dessen gewohnte festigkeit der annähernde tod überwältigt hatte gab er voreilig seinen unüberwindlichen posten verloren und eine von den schweden entdeckte furt durch welche die reiterei im begriff war den uebergang zu wagen beschleunigte seinen muthlosen abzug noch in derselben nacht brach er ehe noch ein feindlicher soldat über den lechstrom gesetzt hatte sein lager ab und ohne dem könige zeit zu lassen ihn auf seinem marsch zu beunruhigen hatte er sich in bester ordnung nach neuburg und ingolstadt gezogen mit befremdung sah gustav adolph der am folgenden tage den uebergang vollführte das feindliche lager leer und die flucht des kurfürsten erregte seine verwunderung noch mehr als er die festigkeit des verlassenen lagers entdeckte wär ich der bayer gewesen rief er erstaunt aus nimmermehr und hätte mir auch ein stück kugelbart und kinn weggenommen nimmermehr würde ich einen posten wie dieser da verlassen und dem feinde meine staaten geöffnet haben ende von zweiter teil drittes buch drei zweiter teil drittes buch vier von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei geschichte des dreißigjährigen kriegs friedrich von schiller jetzt also lag bayern dem sieger offen und die kriegsfluth die bis jetzt nur an den grenzen dieses landes gestürmt hatte wälzte sich zum ersten mal über seine lange verschonten gesegneten fluren bevor sich aber der könig an eroberung dieses feindlich gesinnten landes wagte entriß er erst die reichsstadt augsburg dem bayerischen joche nahm ihre bürger in pflichten und versicherte sich ihrer treue durch eine zurückgelassene besatzung darauf rückte er in beschleunigten märchen gegen ingolstadt an um durch einnahme dieser wichtigen festung welche der kurfürst mit einem großen theile seines heeres deckte seine eroberungen in bayern zu sichern und festen fuß an der donau zu fassen bald nach seiner ankunft vor ingolstadt beschloss der verwundete tilly in den mauern dieser stadt seine laufbahn nachdem er alle launen des untreuen glücks erfahren hatte von der überlegenen feldherrngröße gustav adolphs zermalmt sah er am ende seiner tage alle lorbeeren seiner frühern siege dahin welken und befriedigte durch eine kette von widerwärtigkeiten die gerechtigkeit des schicksals und magdeburgs zürnende mahnen in ihm verlor die armee des kaisers und der league einen unersetzlichen führer die katholische religion den eifrigsten ihrer verteidiger und maximilian von bayern den treuesten seiner diener der seine treue durch den tod versiegelte und die pflichten des feldherrn auch noch sterbend erfüllte sein letztes vermächtniß an den kurfürsten war die ermahnung die stadt regensburg zu besetzen um herr der donau und mit böhmen in verbindung zu bleiben mit der zuversicht welche die frucht so vieler siege zu sein pflegt unternahm gustav adolph die belagerung der stadt und hoffte durch das ungestüm des ersten angriffs ihren widerstand zu besiegen aber die festigkeit ihrer werke und die tapferkeit der besatzung setzten ihm hindernisse entgegen die er seit der breitenfelder schlacht nicht zu bekämpfen gehabt hatte und wenig fehlte daß die welle von ingolstadt nicht das ziel seiner taten wurden beim rekonocieren der festung streckte ein vierundzwanzigfünder sein pferd unter ihm in den staub daß er zu boden stürzte und kurz darauf ward sein liebling der junge markgraf von baden durch eine stückkugel von seiner seite weggerissen mit schneller fassung erhob sich der könig wieder und beugte sein erschrockenes volk indem er sogleich auf einem andern pferde seinen weg fortsetzte die besitznehmung der bayern von regensburg welche reichsstadt der kurfürst dem rat des tilligemäß durch list überaschte und durch eine starke besatzung in seinen fesseln hielt änderte schnell den kriegsplan des königs er selbst hatte sich mit der hoffnung geschmeichelt diese protestantisch gesinnte reichsstadt in seine gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene bundesgenossin als an nürnberg augsburg und frankfurt zu finden die unterjochung derselben durch die bayern entfernte auf lange zeit die erfüllung seines vornehmsten wunsches sich der donau zu bemächtigen und seinem gegner alle hilfe von böhmen aus abzuschneiden schnell verließ er ingolstadt an dessen wellen er zeit und volk fruchtlos verschwendete und drang in das innerste von bayern um den kurfürsten zur beschützung seiner staaten herbeizulocken und so die ufer der donau von ihren verteidigern zu entblößen das ganze land bis münchen lag dem eroberer offen moosburg landshut das ganze stift freisingen unterwarfen sich ihm nichts konnte seinen waffen widerstehen fand er aber gleich keine ordentliche kriegsmacht auf seinem wege so hatte er in der brust jedes bayern einen desto unversöhnlichern feind den religionsfanatismus zu bekämpfen soldaten die nicht an den papst glaubten waren auf diesem boden eine neue eine unerhörte erscheinung der blinde eifer der pfaffen hatte sie dem landmann als ungeheuer als kinder der hölle und ihren anführer als den antichrist abgeschildert kein wunder wenn man sich von allen pflichten der natur und der menschlichkeit gegen diese satans brut lossprach und zu den schrecklichsten gewalttaten sich berechtigt glaubte wehe dem schwedischen soldaten der einem haufen dieser wilden einzeln in die hände fiel alle martern welche die erfinderische wut nur erdenken mag wurden an diesen unglücklichen schlachtopfern ausgeübt und der anblick ihrer verstümmelten körper entflammte die armee zu einer schrecklichen wiedervergeltung nur gustav adolph befleckte durch keine handlung der rache seinen heldencharakter und das schlechte vertrauen der bayern zu seinem christentum weit entfernt ihn von den vorschriften der menschlichkeit gegen dieses unglückliche volk zu entbinden machte es ihm vielmehr zu der heiligsten pflicht durch eine desto strengere mäßigung seinen glauben zu ehren die annäherung des königs verbreitete schrecken und furcht in der hauptstadt die von verteidigern entblößt und von den vornehmsten einwohnern verlassen bei der großmuth des siegers allein ihre rettung suchte durch eine unbedingte freiwillige unterwerfung hoffte sie seinen zorn zu besänftigen und schickte schon bis freisingen depotierte voraus ihm ihre torschlüssel zu füßen zu legen wie sehr auch der könig durch die unmenschlichkeit der bayern und durch die feindselige gesinnung ihres herrn zu einem grausamen gebrauch seiner eroberungsrechte gereizt wie dringend er selbst von deutschen bestürmt wurde magdeburgs schicksal an der residenz ihres zerstörers zu ahnden so verachtete doch sein großes herz diese niedrige rache und die wehrlosigkeit des feindes entwaffnete seinen grimm zufrieden mit dem edlern triumph den pfalzgrafen friedrich mit siegreichem pomp in die residenz desselben fürsten zu führen der das vornehmste werkzeug seines pfalz und der räuber seiner staaten war erhöhte er die pracht seines einzugs durch den schöneren glanz der mäßigung und der milde der könig fand in münchen nur einen verlassenen palast denn die schätze des kurfürsten hatte man nach werfen geflüchtet die pracht des kurfürstlichen schlosses setzte ihn in erstaunen und er fragte den aufseher der ihm die zimmer zeigte nach dem namen des baumeisters es ist kein anderer versetzte dieser als der kurfürst selbst ich möchte ihn haben diesen baumeister erwiderte der könig um ihn nach stockholm zu schicken davor antwortete jener wird sich der baumeister zu hüten wissen als man das zeughaus durchsuchte fanden sich bloße lafetten zu denen die kanonen fehlten die letztern hatte man so künstlich unter dem fußboden eingescharrt daß sich keine spur davon zeigte und ohne die verräterei eines arbeiters hätte man den betrug nie erfahren stehet auf von den toten rief der könig und kommet zu gericht der boden ward aufgerissen und man entdeckte gegen hundertundvierzig stücke manche von außerordentlicher größe welche größtenteils aus der falz und aus böhmen erbeutet waren ein schatz von dreißigtausend dukaten in golde der in einem der größern versteckt war machte das vergnügen vollkommen womit dieser kostbare fund den könig überraschte aber eine weit willkommenere erscheinung würde die bayerische armee selbst ihm gewesen sein welche aus ihren verschanzungen hervorzulocken er ins herz von bayern gedrungen war in dieser erwartung sah sich der könig betrogen kein feind erschien keine noch so dringende aufforderung seiner untertanen konnte den kurfürsten vermögen den letzten überrest seiner macht in einer feldschlacht aufs spiel zu setzen in regensburg eingeschlossen harrte er auf die hilfe welche ihm der herzog von friedland von böhmen aus zuführen sollte und versuchte einstweilen bis der erwartete beistand erschien durch erneuerung der neutralitätsunterhandlungen seinen feind außer tätigkeit zu setzen aber das zu oft gereizte misstrauen des monarchen vereitelte diesen zweck und die vorsätzliche zögerung wallensteins ließ bayern unterdessen den schweden zum raub werden so weit war gustav adolph von sieg zu sieg von eroberung zu eroberung fortgeschritten ohne auf seinem weg einen feind zu finden der ihm gewachsen gewesen wäre ein teil von bayern und schwaben frankens bistümer die untere pfalz das erzstift mainz lagen bezwungen hinter ihm bis an die schwelle der österreichischen monarchie hatte ein nie unterbrochenes glück ihn begleitet und ein glänzender erfolg den operationsplan gerechtfertigt den er sich nach dem breiten feldersieg vorgezeichnet hatte wenn es ihm gleich nicht wie er wünschte gelungen war die gehoffte vereinigung unter den protestantischen reichsständen durchzusetzen so hatte er doch die glieder der katholischen league entwaffnet oder geschwächt den krieg größtenteils auf ihre kosten bestritten die hilfsquellen des kaisers vermindert den mut der schwächern stände gestärkt und durch die gebrannt schatzten länder der kaiserlichen alliierten einen weg nach den österreichischen staaten gefunden wo er durch die gewalt der waffen keinen gehorsam erpressen konnte da leistete ihm die freundschaft der reichsstädte die er durch die vereinigten bande der politik und religion an sich zu fesseln gewußt hatte die wichtigsten dienste und er konnte solange er die überlegenheit im felde behielt alles von ihrem eifer erwarten durch seine eroberungen am rhein waren die spanier von der unterpfalz abgeschnitten wenn ihnen der niederländische krieg auch noch kräfte ließ teil an dem deutschen zu nehmen auch der herzog von lothringen hatte nach seinem verunglückten feldzuge die neutralität vorgezogen noch so viele längs seines zuges durch deutschland zurückgelassene besatzungen hatten sein heer nicht vermindert und noch ebenso frisch als es diesen zug angetreten hatte stand es jetzt mitten in bayern entschlossen und gerüstet den krieg in das innerste von oesterreich zu wälzen während das gustav adolf den krieg im reiche mit solcher überlegenheit führte hatte das glück seinen bundesgenossen den kurfürsten von sachsen auf einem anderen schauplatz nicht weniger begünstigt man erinnert sich daß bei der beratschlagung welche nach der leipziger schlacht zwischen beiden fürsten zur halle angestellt worden die eroberung böhmens dem kurfürsten von sachsen zum anteil fiel in dem der könig für sich selbst den weg nach den legistischen ländern erwählte die erste frucht welche der kurfürst von dem siege bei breitenfeld erntete war die wiedereroberung von leipzig worauf in kurzer zeit die befreiung des ganzen kreises von den kaiserlichen besatzungen folgte durch die mannschaft verstärkt welche von der feindlichen garnison zu ihm übertrat richtete der sächsische general von arnheim seinen marsch nach der lausitz welche provinz ein kaiserlicher general rudolf von tiefenbach mit einer armee überschwemmt hatte den kurfürsten von sachsen wegen seines übertritts zu der partei des feindes zu züchtigen schon hatte er in dieser schlecht verteidigten provinz die gewöhnlichen verwüstungen angefangen mehrere städte erobert und dresden selbst durch seine drohende annäherung erschreckt aber diese reißenden fortschritte hemmte plötzlich ein ausdrücklicher wiederholter befehl des kaisers alle sächsischen besitzungen mit krieg zu verschonen zu spät erkannte ferdinand die fehlerhafte politik die ihn verleitet hatte den kurfürsten von sachsen aufs äußerste zu bringen und dem könig von schweden diesen wichtigen bundesgenossen gleichsam mit gewalt zuzuführen was er durch einen unzeitigen trotz verdarb wollte er jetzt durch eine ebenso übel angebrachte mäßigung wieder gut machen und er beging einen zweiten fehler indem er den ersten verbessern wollte seinem feind einen so mächtigen alliierten zu rauben erneuerte er durch vermittlung der spanier die unterhandlungen mit dem kurfürsten und den fortgang derselben zu erleichtern mußte tiefenbach sogleich alle sächsischen länder verlassen aber diese demütigung des kaisers weit entfernt die gehoffte wirkung hervorzubringen entdeckte dem kurfürsten nur die verlegenheit seines feindes und seine eigene wichtigkeit und ermunterte ihn vielmehr die errungenen vorteile desto lebhafter zu verfolgen wie konnte er auch ohne sich durch den schändlichsten undank verächtlich zu machen einem alliierten entsagen dem er die heiligsten versicherungen seiner treue gegeben dem er für die rettung seiner staaten ja selbst seines kurhuts verpflichtet war die sächsische armee des zugs nach der lausitz überhoben nahm also ihren weg nach böhmen wo ein zusammenfluß günstiger ereignisse ihr im voraus den sieg zu versichern schien noch immer glimmte in diesem königreiche dem ersten schauplatz dieses verderblichen kriegs das feuer der zwietracht unter der asche und durch den fortgesetzten druck der tyrannei wurde dem unwillen der nation mit jedem tag neue nahrung gegeben wohin man die augen richtete zeigte dieses unglückliche land spuren der traurigsten veränderung ganze ländereien hatten ihre besitzer gewechselt und seufzten unter dem verhassten joche katholischer herren welche die gunst des kaisers und der jesuiten mit dem raube der vertriebenen protestanten bekleidet hatte andere hatten das öffentliche elend benutzt die eingezogenen güter der verwiesenen um geringe preise an sich zu kaufen das blut der vornehmsten freiheitsverfechter war auf henkerbühnen verspritzt worden und welche durch eine zeitige flucht dem verderben entrannen irrten ferne von ihrer heimat im elend umher während daß die geschmeidigen sklaven des depotismus ihr erbe verschwelgten unerträglicher als der druck dieser kleinen tyrannen war der gewissenszwang welcher die ganze protestantische partei dieses königreichs ohne unterschied belastete keine gefahr von außen keine noch so ernstliche widersetzung der nation keine noch so abschreckende erfahrung hatte dem bekehrungseifer der jesuiten ein ziel setzen können wo der weg der güte nichts fruchtete bediente man sich soldatischer hilfe die verirrten in den schafstall der kirche zurück zu ängstigen am härtesten traf dieses schicksal die bewohner des joachimstals im grenzgebirge zwischen böhmen und meißen zwei kaiserliche kommissarien durch ebenso viele jesuiten und fünfzehn musketiere unterstützt zeigten sich in diesem friedlichen tale das evangelium den ketzern zu predigen wo die beredsamkeit der ersten nicht zulangte suchte man durch gewaltsame einquartierung der letztern in die häuser durch angedrohte verbannung durch geldstrafen seinen zweck durchzusetzen aber für diesmal siegte die gute sache und der herzhafte widerstand dieses kleinen volks nötigte den kaiser sein bekehrungsmandat schimpflich zurückzunehmen das beispiel des hofes diente den katholiken des königreichs zur richtschnur ihres betragens und rechtfertigte alle arten der unterdrückung welche ihr übermuth gegen die protestanten auszuüben versucht war kein wunder wenn diese schwer verfolgte partei einer veränderung günstig wurde und ihrem befreier der sich jetzt an der grenze zeigte mit sehnsucht entgegen sah schon war die sächsische armee im anzuge gegen prag aus allen plätzen vor denen sie erschien waren die kaiserlichen besatzungen gewichen schlöckenau tätschen aussieg leitmeritz fielen schnell nacheinander in feindes hand jeder katholische ort wurde der plünderung preisgegeben schrecken ergriff alle papisten des königreichs und eingedenk der misshandlung welche sie an den evangelischen ausgeübt hatten wagten sie es nicht die rächende ankunft eines protestantischen heers zu erwarten alles was katholisch war und etwas zu verlieren hatte eilte vom lande nach der hauptstadt um auch die hauptstadt ebenso schnell wieder zu verlassen prag selbst war auf keinen angriff bereitet und an mannschaft zu arm um eine lange belagerung aushalten zu können zu spät hatte man sich am hofe des kaisers entschlossen den feldmarschall tiefenbach zur verteidigung dieser hauptstadt herbeizurufen ehe der kaiserliche befehl die standquartiere dieses generals in schlesien erreichte waren die sachsen nicht ferne mehr von prag die halb protestantische bürgerschaft versprach wenig eifer und die schwache garnison ließ keinen langen widerstand hoffen in dieser schrecklichen bedrängniß erwarteten die katholischen einwohner ihre rettung von wallenstein der in den mauern dieser stadt als privatmann lebte aber weit entfernt seine kriegserfahrung und das gewicht seines ansehens zu erhaltung der stadt anzuwenden ergriff er vielmehr den willkommenen augenblick seine rache zu befriedigen wenn er es auch nicht war der die sachsen nach prag lockte so war es doch gewiß sein betragen was ihnen die einnahme dieser stadt erleichterte wie wenig sie auch zu einem langen widerstande geschickt war so fehlte es ihr dennoch nicht an mitteln sich bis zur ankunft eines entsatzes zu behaupten und ein kaiserlicher oberster graf maradas bezeigte wirklich lust ihre verteidigung zu übernehmen aber ohne kommando und durch nichts als seinen eifer und seine tapferkeit zu diesem waagestück aufgefordert unterstand er sich nicht es auf eigene gefahr ohne die beistimmung eines hörn ins werk zu setzen er suchte also rat bei dem herzog von friedland dessen billigung den mangel einer kaiserlichen vollmacht ersetzte und an den die böhmische generalität durch einen ausdrücklichen befehl vom hof in dieser extremität angewiesen war aber arglistig hüllte sich dieser in seine dienstlosigkeit und seine gänzliche zurückziehung von der politischen bühne und schlug die entschlossenheit des subalternen durch die bedenklichkeiten darnieder die er als der mächtige blicken ließ die mutlosigkeit allgemein und vollkommen zu machen verließ er endlich gar mit seinem ganzen hofe die stadt so wenig er auch bei einnahme derselben von dem feinde zu fürchten hatte und sie ging eben dadurch verloren dass er sie durch seinen abzug verloren gab seinem beispiele folgte der ganze katholische adel die generalität mit den truppen die geistlichkeit alle beamten der krone die ganze nacht brachte man damit zu seine personen seine güter zu flüchten alle straßen bis wien waren mit fliehenden angefüllt die sich nicht eher als in der kaiserstadt von ihrem schrecken erholten maradas selbst an prags errettung verzweifelnd folgte den übrigen und führte seine kleine mannschaft bis tabor wo er den ausgang erwarten wollte tiefe stille herrschte in prag als die sachsen am andern morgen davor erschienen keine anstalt zur verteidigung nicht ein einziger schuß von den wellen der eine gegenwehr der bewohner verkündigte vielmehr sammelte sich eine menge von zuschauern um sie her welche die neugier aus der stadt gelockt hatte das feindliche heer zu betrachten und die friedliche vertraulichkeit womit sie sich näherten glich vielmehr einer freundschaftlichen begrüßung als einem feindlichen empfange aus dem übereinstimmenden bericht dieser leute erfuhr man daß die stadt leer an soldaten und die regierung nach budweis geflüchtet sei dieser unerwartete unerklärbare mangel an widerstand erregte arnheims mißtrauen um so mehr da ihm die eilfertige annäherung des entsatzes aus schlesien kein geheimniß und die sächsische armee mit belagerungswerkzeugen zu wenig versehen auch an anzahl bei weitem zu schwach war um eine so große stadt zu bestürmen vor einem hinterhalt bange verdoppelte er seine wachsamkeit und er schwebte in dieser furcht bis ihm der haushofmeister des herzogs von friedland den er unter dem haufen entdeckte diese unglaubliche nachricht bekräftigte die stadt ist ohne schwertstreich unser rief er jetzt voll verwunderung seinen obersten zu und ließ sie unverzüglich durch einen trompeter auffordern die bürgerschaft von prag von ihren verteidigern schimpflich im stich gelassen hatte ihren entschluß längst gefaßt und es kam bloß darauf an freiheit und eigenthum durch eine vorteilhafte kapitulation in sicherheit zu setzen sobald diese von dem sächsischen general im namen seines herrn unterzeichnet war öffnete man ihm ohne widersetzung die thore und die armee hielt am november des jahres ihren triumphierenden einzug bald folgte der kurfürst selbst nach um die huldigung seiner neuen schutzbefohlenen in person zu empfangen denn nur unter diesem namen hatten sich ihm die drei prager städte ergeben ihre verbindung mit der österreichischen monarchie sollte durch diesen schritt nicht zerrissen sein so übertrieben groß die furcht der papisten vor den repressalien der sachsen gewesen war so angenehm überraschte sie die mäßigung des kurfürsten und die gute mannszucht der truppen besonders legte der feldmarschall von arnheim seine ergebenheit gegen den herzog von friedland bei dieser gelegenheit an den tag nicht zufrieden alle ländereien desselben auf seinem heermarsch verschont zu haben stellte er jetzt noch wachen an seinen palast damit ja nichts daraus entwendet wurde die katholiken der stadt erfreuten sich der vollkommensten gewissensfreiheit und von allen kirchen welche sie den protestanten entrissen hatten wurden diesen nur vier zurückgegeben die jesuiten allein welchen die allgemeine stimme alle bisherigen bedrückungen schuld gab waren von dieser duldung ausgeschlossen und mußten das königreich meiden johann georg verleugnete selbst als sieger die demut und unterwürfigkeit nicht die ihm der kaiserliche name einflößte und was sich ein kaiserlicher general wie tilly und wallenstein zu dresden gegen ihn unfehlbar würde herausgenommen haben erlaubte er sich zu prag nicht gegen den kaiser sorgfältig unterschied er den feind mit dem er krieg führte von dem reichsoberhaupt dem er ehrfurcht schuldig war er unterstand sich nicht das hausgeräthe des letztern zu berühren indem er sich ohne bedenken die kanonen des erstern als gute beute zueignete und nach dresden bringen ließ nicht im kaiserlichen palast sondern im lichtensteinischen hause nahm er seine wohnung zu bescheiden die zimmer desjenigen zu beziehen dem er ein königreich entriß würde uns dieser zug von einem großen mann und einem helden berichtet er würde uns mit recht zur bewunderung hinreißen der charakter des fürsten bei dem er gefunden wird berechtigt uns zu dem zweifel ob wir in dieser enthaltung mehr den schönen sieg der bescheidenheit ehren oder die kleinliche gesinnung des schwachen geistes bemitleiden sollen den das glück selbst nie kühn macht und die freiheit selbst nie der gewohnten fesseln entledigt die einnahme von prag auf welche in kurzer zeit die unterwerfung der mehrsten städte folgte bewirkte eine schnelle und große veränderung in dem königreiche viele von dem protestantischen adel welche bisher im elend herumgeirrt waren fanden sich wieder in ihrem vaterlande ein und der graf von thurn der berüchtigte urheber des böhmischen aufruhrs erlebte die herrlichkeit auf dem ehemaligen schauplatze seines verbrechens und seiner verurteilung sich als sieger zu zeigen über dieselbe brücke wo ihm die aufgespießten köpfe seiner anhänger das ihn selbst erwartende schicksal furchtbar vor augen malten hielt er jetzt seinen triumphierenden einzug und sein erstes geschäft war diese schreckbilder zu entfernen die verwiesenen setzten sich sogleich in besitz ihrer güter deren jetzige eigentümer die flucht ergriffen hatten unbekümmert wer diesen die aufgewandten summen erstatten würde rissen sie alles was ihre gewesen war an sich auch wenn sie selbst den kaufpreis dafür gezogen hatten und mancher unter ihnen fand ursache die gute wirthschaft der bisherigen verwalter zu rühmen felder und herden hatten unterdessen in der zweiten hand vortrefflich gewuchert mit dem kostbarsten hausrat waren die zimmer geschmückt die keller welche sie leer verlassen hatten reichlich gefüllt die stelle bevölkert die magazine beladen aber misstrauisch gegen ein glück das so unverhofft auf sie hereinstürmte eilten sie diese unsichern besitzungen wieder loszuschlagen und den unbeweglichen segen in bewegliche güter zu verwandeln die gegenwart der sachsen belebte den mut aller protestantisch gesinnten des königreichs und auf dem lande wie in der hauptstadt sah man ganze scharen zu den neu eröffneten evangelischen kirchen eilen viele welche nur die furcht im gehorsam gegen das papsttum erhalten hatte wandten sich jetzt öffentlich zu der neuen lehre und manche der neu bekehrten katholiken schwuren freudig ein erzwungenes bekenntnis ab um ihren früheren überzeugungen zu folgen alle bewiesene duldsamkeit der neuen regierung konnte den ausbruch des gerechten unwillens nicht verhindern denn dieses misshandelte volk die unterdrücker seiner heiligsten freiheit empfinden ließ fürchterlich bediente es sich seiner wiedererlangten rechte und seinen haß gegen die aufgedrongene religion stillte an manchen orten nur das blut ihrer verkündiger Ende von zweiter teil drittes buch vier von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller unterdessen war der succurs den die kaiserlichen generale von götz und von tiefenbach aus schlesien herbeiführten in böhmen angelangt wo einige regimenter des grafen tilly aus der obern pfalz zu ihm stießen ihn zu zerstreuen ehe sich seine macht vermehrte rückte arnheim mit einem theil der armee aus prag ihm entgegen und that bei nimburg an der elbe einen mutigen angriff auf seine verschanzungen nach einem hitzigen gefechte schlug er endlich nicht ohne großen verlust die feinde aus ihrem befestigten lager und zwang sie durch die heftigkeit seines feuers den rückweg über die elbe zu nehmen und die brücke abzubrechen die sie herübergebracht hatte doch konnte er nicht verhindern daß ihm die kaiserlichen nicht in mehreren kleinen gefechten abbruch taten und die kroaten selbst bis an die tore von prag ihre streifereien erstreckten wie glänzend und vielversprechend auch die sachsen den böhmischen feldzug eröffnet hatten so rechtfertigte der erfolg doch keineswegs gustav adolphs erwartungen anstatt mit unaufhaltsamer gewalt die errungenen vorteile zu verfolgen durch das bezwungene böhmen sich zu der schwedischen armee durchzuschlagen und in vereinigung mit ihr den mittelpunkt der kaiserlichen macht anzugreifen schwächten sie sich in einem anhaltenden kleinen krieg mit dem feinde wobei der vorteil nicht immer auf ihrer seite war und die zeit für eine größere unternehmung fruchtlos verschwendet wurde aber johann georgs nachfolgendes betragen deckte die triebfedern auf welche ihn abgehalten hatten sich seines vorteils über den kaiser zu bedienen und die entwürfe des königs von schweden durch eine zweckmäßige wirksamkeit zu befördern der größte teil von böhmen war jetzt für den kaiser verloren und die sachsen von dieser seite her gegen österreich im anzug während das der schwedische monarch durch franken schwaben und bayern nach den kaiserlichen erbstaaten einen weg sich bahnte ein langer krieg hatte die kräfte der österreichischen monarchie verzehrt die länder erschöpft die armeen vermindert dahin war der ruhm ihrer siege das vertrauen auf unüberwindlichkeit der gehorsam die gute mannszucht der truppen welche dem schwedischen herführer eine so entschiedene überlegenheit im felde verschaffte entwaffnet waren die bundesgenossen des kaisers oder die auf sie selbst hereinstürmende gefahr hatte ihre treue erschüttert selbst maximilian von bayern oesterreichs mächtigste stütze schien den verführerischen einladungen zur neutralität nachzugeben die verdächtige allianz dieses fürsten mit frankreich hatte den kaiser längst schon mit besorgnissen erfüllt die bischöfe von würzburg und bamberg der kurfürst von mainz der herzog von lothringen waren aus ihren ländern vertrieben oder doch gefährlich bedroht trier stand im begriff sich unter französischen schutz zu begeben spaniens waffen beschäftigte die tapferkeit der holländer in den niederlanden während daß gustav adolph sie vom rheinstrom zurückschlug polen fesselte noch der stillstand mit diesem fürsten die ungarischen grenzen bedrohte der siebenbürgische fürst ragotzi ein nachfolger bethlen gabors und der erbe seines unruhigen geistes die pforte selbst machte bedenkliche zurüstungen den günstigen zeitpunkt zu nutzen die mehresten protestantischen reichsstände kühn gemacht durch das waffenglück ihres beschützers hatten öffentlich und thätlich gegen den kaiser partei ergriffen alle hilfsquellen welche sich die frechheit eines tilly und wallenstein durch gewaltsame erpressungen in diesen ländern geöffnet hatte waren nunmehr vertrocknet alle diese werbeplätze diese magazine diese zufluchtsorter für den kaiser verloren und der krieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde kosten bestritten werden seine bedrängnisse vollkommen zu machen entzündet sich im land ob der enz ein gefährlicher aufruhr der unzeitige bekehrungseifer der regierung bewaffnet das protestantische landvolk und der fanatismus schwingt seine fackel in dem der feind schon an den pforten des reichs stürmt nach einem so langen glücke nach einer so glänzenden reihe von siegen nach so herrlichen eroberungen nach so viel unnütz verspritztem blute sieht sich der österreichische monarch zum zweiten mal an denselben abgrund geführt in den er beim antritt seiner regierung zu stürzen drohte ergriff bayern die neutralität widerstand kursachsen der verführung und entschloss sich frankreich die spanische macht zugleich in den niederlanden in italien und katalonien anzufallen so stürzte der stolze bau von österreichs größe zusammen die alliierten kronen theilten sich in seinen raub und der deutsche staatskörper sah einer gänzlichen verwandlung entgegen die ganze reihe dieser unglücksfälle begann mit der breitenfelder schlacht deren unglücklicher ausgang den längst schon entschiedenen verfall der österreichischen macht den bloß der täuschende schimmer eines großen namens versteckt hatte sichtbar machte ging man zu den ursachen zurück welche den schweden eine so furchtbare ueberlegenheit im felde verschafften so kann man sie größtenteils in der unumschränkten gewalt ihres anführers der alle kräfte seiner partei in einem einzigen punkte vereinigte und durch keine höhere autorität in seinen unternehmungen gefesselt vollkommener herr jedes günstigen augenblicks alle mittel zu seinem zwecke beherrschte und von niemand als sich selbst gesetze empfing aber seit wallensteins abdankung und tillys niederlage zeigte sich auf seiten des kaisers und der ligue von diesem allen gerade das widerspiel den generalen gebrach es an ansehn bei den truppen und an der so nöthigen freiheit zu handeln den soldaten an gehorsam und mannszucht den zerstreuten kors an übereinstimmender wirksamkeit den ständen an gutem willen den oberhäuptern an eintracht an schnelligkeit des entschlusses und an festigkeit bei vollstreckung desselben nicht ihre größere macht nur der bessere gebrauch den sie von ihren kräften zu machen wußten war es was den feinden des kaisers ein so entschiedenes uebergewicht gab nicht an mitteln nur an einem geiste der sie anzuwenden fähigkeit und vollmacht besaß fehlte es der ligue und dem kaiser hätte graf tilly auch nie seinen ruhm verloren so ließ das mißtrauen gegen bayern doch nicht zu das schicksal der monarchie in die hände eines mannes zu geben der seine anhänglichkeit an das bayerische haus nie verleugnete ferdinands dringendstes bedürfnis war also ein feldherr der gleich viel erfahrenheit besaß eine armee zu bilden und anzuführen und der seine dienste dem österreichischen hause mit blinder ergebenheit widmete die wahl eines solchen war es was nunmehr den geheimen rath des kaisers beschäftigte und die mitglieder desselben unter einander entzweite einen könig dem andern gegenüber zu stellen und durch die gegenwart ihres herrn den muth der truppen zu entflammen stellte sich ferdinand im ersten feuer des affekts selbst als den führer seiner armee dar aber es kostete wenig mühe einen entschluß umzustoßen den nur verzweiflung eingab und das erste ruhige nachdenken widerlegte doch was dem kaiser seine würde und die last des regentenamts verbot erlaubten die umstände seinem sohne einem jüngling von fähigkeit und muth auf den die österreichischen untertanen mit frohen hoffnungen blickten schon durch seine geburt zur verteidigung einer monarchie aufgefordert von deren kronen er zwei schon auf seinem haupte trug verband ferdinand der dritte könig von böhmen und ungarn mit der natürlichen würde des thronfolgers die achtung der armeen und die volle liebe der völker deren beistand ihm zur führung des kriegs so unentbehrlich war der geliebte thronfolger allein durfte es wagen dem hart beschwerten untertan neue lasten aufzulegen nur seiner persönlichen gegenwart bei der armee schien es aufbehalten zu sein die verderbliche eifersucht der häupter zu ersticken und die erschlaffte mannszucht der truppen durch die kraft seines namens zu der vorigen strenge zurückzuführen gebrach es auch dem jünglinge noch an der nötigen reife des urteils klugheit und kriegserfahrung welche nur durch übung erworben wird so konnte man diesen mangel durch eine glückliche wahl von rathgebern und gehilfen ersetzen die man unter der hülle seines namens mit der höchsten autorität bekleidete so scheinbar die gründe waren womit ein teil der minister diesen vorschlag unterstützte so große schwierigkeiten setzte ihm das misstrauen vielleicht auch die eifersucht des kaisers und die verzweifelte lage der dinge entgegen wie gefährlich war es das ganze schicksal der monarchie einem jüngling anzuvertrauen der fremder führung selbst so bedürftig war wie gewagt dem größten feldherrn seines jahrhunderts einen anfänger entgegenzustellen dessen fähigkeit zu diesem wichtigen posten noch durch keine unternehmung geprüft dessen name von dem ruhme noch nie genannt viel zu kraftlos war um der muthlosen armee im voraus den sieg zu verbürgen welche neue last zugleich für den unterthan den kostbaren staat zu bestreiten der einem königlichen heer führer zukam und den der wahn des zeitalters mit seiner gegenwart beim heer unzertrennlich verknüpfte wie bedenklich endlich für den prinzen selbst seine politische laufbahn mit einem amte zu eröffnen das ihn zur geißel seines volks und zum unterdrücker der länder machte die er künftig beherrschen sollte und dann war es noch nicht damit gethan den feldherrn für die armee auszusuchen man mußte auch die armee für den feldherrn finden seit wallensteins gewaltsamer entfernung hatte sich der kaiser mehr mit liguistischer und bayerischer hilfe als durch eigene armeen verteidigt und eben diese abhängigkeit von zweideutigen freunden war es ja der man durch aufstellung eines eigenen generals zu entfliehen suchte welche möglichkeit aber ohne die alles zwingende macht des goldes und ohne den begeisternden namen eines siegreichen feldherrn eine armee aus dem nichts hervorzurufen und eine armee die es an mannszucht an kriegerischem geist und an fertigkeit mit den geübten scharen des nordischen eroberers aufnehmen konnte in ganz europa war nur ein einziger mann der solch eine that gethan und diesem einzigen hatte man eine tödliche kränkung bewiesen jetzt endlich war der zeitpunkt herbeigerückt der dem beleidigten stolze des herzogs von friedland eine genugthuung ohne gleichen verschaffte das schicksal selbst hatte sich zu seinem rächer aufgestellt und eine ununterbrochene reihe von unglücksfällen die seit dem tage seiner abdankung über österreich hereinstürmte dem kaiser selbst das geständnis entrissen daß mit diesem feldherrn sein rechter arm ihm abgehauen worden sei jede niederlage seiner truppen erneuerte diese wunde jeder verlorene platz warf dem betrogenen monarchen seine schwäche und seinen undank vor glücklich genug hätte er in dem beleidigten general nur einen anführer seiner heere nur einen verteidiger seiner staaten verloren aber er fand in ihm einen feind und den gefährlichsten von allen weil er gegen den streich des verräthers am wenigsten verteidigt war entfernt von der kriegsbühne und zu einer folternden untätigkeit verurtheilt während daß seine nebenbuhler auf dem felde des ruhms sich lorbeeren sammelten hatte der stolze herzog dem wechsel des glücks mit verstellter gelassenheit zugesehen und im schimmernden gepränge eines theaterhelden die düstern entwürfe seines arbeitenden geistes verborgen von einer glühenden leidenschaft aufgerieben während daß eine fröhliche außenseite ruhe und müßig gang log brütete er still die schreckliche geburt der rachbegierde und ehrsucht zur reife und näherte sich langsam aber sicher dem ziele erloschen war alles in seiner erinnerung was er durch den kaiser geworden war nur was er für den kaiser gethan hatte stand mit glühenden zügen in sein gedächtniß geschrieben seinem unersättlichen durst nach größe und macht war der undank des kaisers willkommen der seinen schuldbrief zu zerreißen und ihn jeder pflicht gegen den urheber seines glücks zu entbinden schien entsündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jetzt die entwürfe seiner ehrsucht im gewand einer rechtmäßigen wiedervergeltung in eben dem maß als sein äußerer wirkungskreis sich verengte erweiterte sich die welt seiner hoffnungen und seine schwärmende einbildungskraft verlor sich in unbegrenzten entwürfen die in jedem anderen kopf als dem seinigen nur der wahnsinn erzeugen kann so hoch als der mensch nur immer durch eigene kraft sich zu erheben vermag hatte sein verdienst ihn emporgetragen nichts von allem dem was dem privatmann und bürger innerhalb seiner pflichten erreichbar bleibt hatte das glück ihm verweigert bis auf den augenblick seiner entlassung hatten seine ansprüche keinen widerstand sein ehrgeiz keine grenzen erfahren der schlag der ihn auf dem regensburger reichstag zu boden streckte zeigte ihm den unterschied zwischen ursprünglicher und übertragener gewalt und den abstand des unterthans von dem gebieter aus dem bisherigen taumel seiner herrschergröße durch diesen überraschenden glückswechsel aufgeschreckt verglich er die macht die er besessen mit derjenigen durch welche sie ihm entrissen wurde und sein ehrgeiz bemerkte die stufe die auf der leiter des glücks noch für ihn zu ersteigen war erst nachdem er das gewicht der höchsten gewalt mit schmerzhafter wahrheit erfahren streckte er lüstern die hände danach aus der raub der an ihm selbst verübt wurde machte ihn zum räuber durch keine beleidigung gereizt hätte er folgsam seine bahn um die majestät des thrones beschrieben zufrieden mit dem ruhme der glänzendste seiner trabanten zu sein erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem kreise stieß verwirrte er das system dem er angehörte und stürzte sich zermalmend auf seine sonne gustav adolph durchwanderte den deutschen norden mit siegendem schritte ein platz nach dem andern ging an ihn verloren und bei leipzig fiel der kern der kaiserlichen macht das gerücht dieser niederlagen drang bald auch zu wallensteins ohren der zu prag in die dunkelheit des privatstandes zurückgeschwunden aus ruhiger ferne den tobenden kriegssturm betrachtete was die brust aller katholiken mit unruhe erfüllte verkündigte ihm größe und glück nur für ihn arbeitete gustav adolph 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 kaum hatte der letztere angefangen sich durch seine kriegstaten in achtung zu setzen so verlor der herzog von friedland keinen augenblick seine freundschaft zu suchen und mit diesem glücklichen feinde oesterreichs gemeine sache zu machen der vertriebene graf von thurn der dem könige von schweden schon längst seine dienste gewidmet übernahm es dem monarchen wallensteins glückwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern bündnisse mit dem herzog einzuladen fünfzehntausend mann begehrte wallenstein von dem könige um mit hilfe derselben und mit den truppen die er selbst zu werben sich anheischig machte böhmen und mehren zu erobern wien zu überfallen und den kaiser seinen herrn bis nach italien zu verjagen so sehr das unerwartete dieses antrags und das übertriebene der gemachten versprechungen das mißtrauen gustav adolphs erregte so war er doch ein zu guter kenner des verdienstes um einen so wichtigen freund mit kaltsinn zurückzuweisen nachdem aber wallenstein durch die günstige aufnahme dieses ersten versuchs ermuntert nach der breitenfelder schlacht seinen antrag erneuerte und auf eine bestimmte erklärung drang trug der vorsichtige monarch bedenken an die chimärischen entwürfe dieses verwegenen kopfs seinen ruhm zu wagen und der redlichkeit eines mannes der sich ihm als verräter ankündigte eine so zahlreiche mannschaft anzuvertrauen er entschuldigte sich mit der schwäche seiner armee die auf ihrem zug in das reich durch eine so starke verminderung leiden würde und verscherzte aus übergroßer vorsicht vielleicht die gelegenheit den krieg auf das schnellste zu endigen zu spät versuchte er in der folge die zerrissenen unterhandlungen zu erneuern der günstige moment war vorüber und wallensteins beleidigter stolz vergab ihm diese geringschätzung nie aber diese weigerung des königs beschleunigte wahrscheinlich nur den bruch den die form dieser beiden charaktere ganz unvermeidlich machte beide geboren gesetze zu geben nicht sie zu empfangen konnten nimmermehr in einer unternehmung vereinigt bleiben die mehr als jede andere nachgiebigkeit und gegenseitige opfer notwendig macht wallenstein war nichts wo er nicht alles war er mußte entweder gar nicht oder mit vollkommenster freiheit handeln ebenso herzlich haßte gustav adolph jede abhängigkeit und wenig fehlte daß er selbst die so vorteilhafte verbindung mit dem französischen hofe nicht zerrissen hätte weil die anmaßungen desselben seinem selbstthätigen geiste fesseln anlegten jener war für die partei verloren die er nicht lenken durfte dieser noch weit weniger dazu gemacht dem gängelbande zu folgen waren die gebieterischen anmaßungen dieses bundesgenossen dem herzog von friedland bei ihren gemeinschaftlichen operationen schon so lästig so mußten sie ihm unerträglich sein wenn es dazu kam sich in die beute zu teilen der stolze monarch konnte sich herablassen den beistand eines rebellischen unterthans gegen den kaiser anzunehmen und diesen wichtigen dienst mit königlicher großmut belohnen aber nie konnte er seine eigene und aller könige majestät so sehr aus den augen setzen um den preis zu bestätigen den die ausschweifende ehrsucht des herzogs darauf zu setzen wagte nie eine nützliche verräterei mit einer krone bezahlen von ihm also war auch wenn ganz europa schwieg ein furchtbarer widerspruch zu fürchten sobald wallenstein nach dem böhmischen zepter die hand ausstreckte und er war auch in ganz europa der mann der einem solchen veto kraft geben konnte durch den eigenen arm wallensteins zum diktator von deutschland gemacht konnte er gegen diesen selbst seine waffen kehren und sich von jeder pflicht der erkenntlichkeit gegen einen verräter für losgezählt halten neben einem solchen alliierten hatte also kein wallenstein raum und wahrscheinlich war es dies nicht seine vermeintliche absicht auf den kaisertron worauf er anspielte wenn er nach dem tode des königs in die worte ausbrach ein glück für mich und ihn daß er dahin ist das deutsche reich konnte nicht zwei solche häupter brauchen der erste versuch zur rache an dem haus oesterreich war fehlgeschlagen aber fest stand der vorsatz und nur die wahl der mittel erlitt eine veränderung was ihm bei dem könig von schweden mißlungen war hoffte er mit minder schwierigkeit und mehr vortheil bei dem kurfürsten von sachsen zu erreichen den er eben so gewiß war nach seinem willen zu lenken als er bei gustav adolph daran verzweifelte in fortdauerndem einverständnis mit arnheim seinem alten freunde arbeitete er von jetzt an einer verbindung mit sachsen wodurch er dem kaiser und dem könig von schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte er konnte sich von einem entwürfe der wenn er einschlug den schwedischen monarchen um seinen einfluß in deutschland brachte desto leichter eingang bei johann georg versprechen je mehr die eifersüchtige gemüthsart dieses prinzen durch die macht gustav adolphs gereizt und seine ohnehin schwache neigung zu demselben durch die erhöhten ansprüche des königs erkältet ward gelang es ihm sachsen von dem schwedischen bündniß zu trennen und in verbindung mit demselben eine dritte partei im reiche zu errichten so lag der ausschlag des krieges in seiner hand und er hatte durch diesen einzigen schritt zugleich seine rache an dem kaiser befriedigt seine verschmähte freundschaft an dem schwedischen könig gerecht und auf dem ruin von beiden den bau seiner eigenen größe gegründet aber auf welchem wege er auch seinen zweck verfolgte so konnte er denselben ohne den beistand einer ihm ganz ergebenen armee nicht zur ausführung bringen diese armee konnte so geheim nicht geworben werden daß am kaiserlichen hofe nicht verdacht geschöpft und der anschlag gleich in seiner entstehung vereitelt wurde diese armee durfte ihre gesetzwidrige bestimmung vor der zeit nicht erfahren indem schwerlich zu erwarten war daß sie dem ruf eines verräters gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen oberherrn dienen würde wallenstein mußte also unter kaiserlicher autorität und öffentlich werben und von dem kaiser selbst zur unumschränkten herrschaft über die truppen berechtigt sein wie konnte dies aber anders geschehen als wenn ihm das entzogene generalat aufs neue übertragen und die führung des kriegs unbedingt überlassen ward dennoch erlaubte ihm weder sein stolz noch sein vorteil sich selbst zu diesem posten zu drängen und als ein bittender von der gnade des kaisers eine beschränkte macht zu erflehen die von der furcht desselben uneingeschränkt zu ertrotzen stand um sich zum herrn der bedingungen zu machen unter welchen das kommando von ihm übernommen würde mußte er abwarten bis es ihm von seinem herrn aufgedrungen ward dies war der rat den ihm arnheim ertheilte und dies das ziel woranach er mit tiefer politik und rastloser thätigkeit strebte überzeugt daß nur die äußerste not die unentschlossenheit des kaisers besiegen und den widerspruch bayerns und spaniens seiner beiden eifrigsten gegner unkräftig machen könne bewies er sich von jetzt an geschäftig die fortschritte des feindes zu befördern und die bedrängnisse seines herrn zu vermehren sehr wahrscheinlich geschah es auf seine einladung und ermunterung daß die sachsen schon auf dem wege nach der lausitz und schlesien sich nach böhmen wandten und dieses unverteidigte reich mit ihrer macht überschwemmten ihre schnellen eroberungen in demselben waren nicht weniger sein werk durch den kleinmut den er heuchelte erstickte er jeden gedanken an widerstand und überlieferte die hauptstadt durch seinen voreiligen abzug dem sieger bei einer zusammenkunft mit dem sächsischen general zu kaunitz wozu eine friedensunterhandlung ihm den vorwand darreichte wurde wahrscheinlich das siegel auf die verschwörung gedrückt und böhmens eroberung war die erste frucht dieser verabredung indem er selbst nach vermögen dazu beitrug die unglücksfälle über österreich zu häufen und durch die raschen fortschritte der schweden am rheinstrom aufs nachdrücklichste dabei unterstützt wurde ließ er seine freiwilligen und gedungenen anhänger in wien über das öffentliche unglück die heftigsten klagen führen und die absetzung des vorigen feldherrn als den einzigen grund der erlittenen verluste abschildern dahin hätte wallenstein es nicht kommen lassen wenn er am ruder geblieben wäre riefen jetzt tausend stimmen und selbst im geheimen rate des kaisers fand diese meinung feurige verfechter es bedurfte ihrer wiederholten bestürmung nicht dem bedrängten monarchen die augen über die verdienste seines generals und die begangene uebereilung zu öffnen bald genug ward ihm die abhängigkeit von bayern und der ligue unerträglich aber eben diese abhängigkeit verstattete ihm nicht sein mißtrauen zu zeigen und durch zurückberufung des herzogs von friedland den kurfürsten aufzubringen jetzt aber da die noth mit jedem tage stieg und die schwäche des bayerischen beistandes immer sichtbarer wurde bedachte er sich nicht länger den freunden des herzogs sein ohr zu leihen und ihre vorschläge wegen zurückberufung dieses feldherrn in ueberlegung zu nehmen die unermeßlichen reichtümer die der letztere besaß die allgemeine achtung in der er stand die schnelligkeit womit er sechs jahre vorher ein heer von vierzigtausend streitern ins feld gestellt der geringe kostenaufwand womit er dieses zahlreiche heer unterhalten die thaten die er an der spitze desselben verrichtet der eifer endlich und die treue die er für des kaisers ehre bewiesen hatte lebten noch in dauerndem andenken bei den monarchen und stellten ihm den herzog als das schicklichste werkzeug dar das gleichgewicht der waffen zwischen den kriegführenden mächten wieder herzustellen oesterreich zu retten und die katholische religion aufrecht zu erhalten wie empfindlich auch der kaiserliche stolz die erniedrigung fühlte ein so unzweideutiges geständniß seiner ehemaligen uebereilung und seiner gegenwärtigen noth abzulegen wie sehr es ihn schmerzte von der höhe seiner herrscherwürde zu bitten herab zu steigen wie verdächtig auch die treue eines so bitter beleidigten und so unversöhnlichen mannes war wie laut und nachdrücklich endlich auch die spanischen minister und der kurfürst von bayern ihr mißfallen über diesen schritt zu erkennen gaben so siegte jetzt die dringende noth über jede andere betrachtung und die freunde des herzogs erhielten den auftrag seine gesinnungen zu erforschen und ihm die möglichkeit seiner wiederherstellung von ferne zu zeigen unterrichtet von allem was im kabinett des kaisers zu seinem vorteil verhandelt wurde gewann dieser herrschaft genug über sich selbst seinen innern triumph zu verbergen und die rolle des gleichgültigen zu spielen die zeit der rache war gekommen und sein stolzes herz frohlockte die erlittene kränkung dem kaiser mit vollen zinsen zu erstatten mit kunstvoller beretsamkeit verbreitete er sich über die glückliche ruhe des privatlebens die ihn seit seiner entfernung von dem politischen schauplatz beselige zu lange erklärte er habe er die reize der unabhängigkeit und muße gekostet um sie dem nichtigen phantom des ruhms und der unsichern fürstengunst aufzuopfern alle seine begierden nach größe und macht seien ausgelöscht und ruhe das einzige ziel seiner wünsche um ja keine ungeduld zu verraten schlug er die einladung an den hof des kaisers aus rückte aber doch bis nach znaim in meeren vor um die unterhandlungen mit dem hofe zu erleichtern anfangs versuchte man die größe der gewalt welche ihm eingeräumt werden sollte durch die gegenwacht eines aufsehers zu beschränken und durch diese auskunft den kurfürsten von bayern um so eher zum stillschweigen zu bringen die abgeordneten des kaisers von questenberg und von werdenberg die als alte freunde des herzogs zu dieser schlüpfrigen unterhandlung gebraucht wurden hatten den befehl in ihrem antrage an ihn des königs von ungarn zu ermähnen der bei der armee zugegen seien und unter wallensteins führung die kriegskunst erlernen sollte aber schon die bloße nennung dieses namens drohte die ganze unterhandlung zu zerreißen nie und nimmer erklärte der herzog würde er einen gehilfen in seinem amte dulden und wenn es gott selbst wäre mit dem er das kommando theilen sollte aber auch noch dann als man von diesem verhaßten punkte abgestanden war erschöpfte der kaiserliche günstling und minister fürst von eggenberg wallensteins standhafter freund und verfechter den man in person an ihn abgeschickt hatte lange zeit seine beredsamkeit vergeblich die verstellte abneigung des herzogs zu besiegen der monarch gestand der minister habe mit wallenstein den kostbarsten stein aus seiner krone verloren aber nur gezwungen und widerstrebend habe er diesen genug bereuten schritt gethan und seine hochachtung für den herzog sei unverändert seine gunst ihm unverloren geblieben zum entscheidenden beweise davon diene das ausschließende vertrauen dass man jetzt in seine treue und fähigkeit setze die fehler seiner vorgänger zu verbessern und die ganze gestalt der dinge zu verwandeln groß und edel würde es gehandelt sein seinen gerechten unwillen dem wohl des vaterlandes zum opfer zu bringen groß und seiner würdig die übeln nachreden seiner gegner durch die verdoppelte wärme seines eifers zu widerlegen dieser sieg über sich selbst schloss der fürst würde seinen übrigen unerreichbaren verdiensten die krone aufsetzen und ihn zum größten mann seiner zeit erklären so beschämende geständnisse so schmeichelhafte versicherungen schienen endlich den zorn des herzogs zu entwaffnen doch nicht eher als bis sich sein volles herz aller vorwürfe gegen den kaiser entladen bis er den ganzen umfang seiner verdienste in prahlerischem pomp ausgebreitet und den monarchen der jetzt seine hilfe brauchte aufs tiefste erniedrigt hatte öffnete er sein ohr den lockenden anträgen des ministers als ob er nur der kraft dieser gründe nachgäbe bewilligte er mit stolzer großmuth was der feurigste wunsch seiner seele war und begnadigte den abgesandten mit einem strahle von hoffnung aber weit entfernt die verlegenheit des kaisers durch eine unbedingte volle gewährung auf einmal zu endigen erfüllte er bloß einen theil seiner forderung um einen desto größern preis auf die übrige wichtigere hälfte zu setzen er nahm das kommando an aber nur auf drei monate nur um eine armee auszurüsten nicht sie selbst anzuführen bloß seine fähigkeit und macht wollte er durch diesen schöpfungsakt kundtun und dem kaiser die größe der hilfe in der nähe zeigen deren gewährung in wallensteins händen stände überzeugt daß eine armee die sein name allein aus dem nichts gezogen ohne ihren schöpfer in ihr nichts zurückkehren würde sollte sie ihm nur zur lockspeise dienen seinem herrn desto wichtigere bewilligungen zu entreißen und doch wünschte ferdinand sich glück daß auch nur so viel gewonnen war zweiter teil drittes buch fünf